Sie hören die Entdeckung des Higgs-Teilchens oder wie das Universum seine Masse bekam, herausgegeben von Harald Lesch, gelesen von Harald Lesch. Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die tagtäglich die Fahne der Vernunft in den Boden rammen und ohne wirtschaftliche Interessen nur des reinen Erkenntnisgewinns wegen Grundlagenforschung betreiben. Gewidmet ist es auch Robert Proulx, Gerald Goralnik, Karl Hagen und Tom Kippel. Statt einer Medaille sei euch ein Platz in unseren Herzen sicher. Das gleiche gilt für die Wissenschaftler und Techniker, die den Large Hadron Collider mitentwickelt haben und betreiben. Die beiden Nobelpreisträger, François Enlaire und Peter Higgs, sollen in dieser Widmung natürlich nicht vergessen werden. Ohne das Zusammenwirken aller hier genannten Personen wäre die Entdeckung des Higgs-Teilchens nicht zustande gekommen. Neueste Schlagzeilen vom Rand der Wirklichkeit. Schon lange wurde kein Projekt der modernen Physik so aufmerksam verfolgt, wie die Suche nach dem sogenannten Gottesteilchen in der größten Maschine der Welt. Presse und Internetforen starrten mit Argus-Augen auf den 27 Kilometer langen gigantischen Tunnelbau zu Genf. Und dann endlich, am 4. Juli 2012, hob sich der Vorhang über einem der vermeintlich letzten Mysterien der Physik. Es wurde Higgs. Und das ist auch gut so. Unser Buch beleuchtet den Weg zur Entdeckung des Higgs, von dem viele dachten, dass es zum Ende der Welt führt. Zwei Tage im Sommer 2012. Eine neue Welt. Von Harald Lesch. Am 3. Juli 2012 gab die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität in München bekannt, dass man durch einen großen Zufall in den eigenen Beständen auf eine Globus-Segmentkarte des berühmten Kartografen Martin Waldseemüller gestoßen sei. Zwei Bibliothekarinnen hatten im Frühjahr zwischen alten Geografiefolianten die älteste Weltdarstellung gefunden, die einen damals neuen Kontinent namens Amerika zeigt. Waldseemüller hatte ihm seinerzeit den Namen gegeben und damit eigenmächtig und gegen die Überzeugung des Entdeckers dieser neuen Landmasse gehandelt. Christoph Kolumbus hielt das Land und die Inseln für Teile von Asien und Indien. Die Karte aus dem Jahr 1507 ist die vollständigste Darstellung der damals bekannten Welt und den Menschen des 16. Jahrhunderts offenbarte sie eine neue Welt. In den nachfolgenden Jahrzehnten teilten die europäischen Mächte Portugal, Spanien, Frankreich und Großbritannien in ihren Eroberungszügen die Welt neu auf und sie waren sich, wie übrigens alle Menschen des 16. Jahrhunderts sicher, mit ihr im Zentrum des Kosmos zu stehen. Da betrat im Jahr 1543 ein Domherr aus Frauenburg mit Namen Kopernikus die Bühne und wagte es, gegen diese anscheinend gottgegebene Tatsache Einspruch zu erheben. Er stellte eine kühne Hypothese auf. Die Erde steht nicht im Mittelpunkt. Sie umkreist wie alle anderen Planeten die Sonne und damit widersprach er dem blanken Augenschein, nach dem man doch täglich beobachten kann, wie sich alles um die Erde dreht. Aber der Astronom behauptete, dass es Übergeordnete, unseren direkten Sinnen verborgene, abstrakte Prinzipien gebe, die uns viel mehr über die wahre Struktur der Welt verrieten als unsere fünf Sinne. Waldseemüller und Kopernikus begründeten eine wahrhaft epochale Neuorientierung der Menschheit. Ihre Theorien bilden einen Höhepunkt in einer langen geistesgeschichtlichen Entwicklung, in der am 4. Juli 2012 ein weiterer Triumph menschlichen Forschergeistes zu verzeichnen war. Der 4. Juli 2012 war ein Mittwoch. Die Zeitungen in Deutschland titelten, dass fast eine Viertelmillion Menschen hierzulande in der Friseurbranche arbeiteten, wobei vielen der Lohn nicht einmal zum Leben reiche und sie durch staatliche Leistungen unterstützt werden müssten. An diesem Tag schaffte die Bundesregierung die Schatzbriefe ab und Matthias Sammer erhielt für seinen ersten Tag beim FC Bayern Vorschusslorbeeren von der Bild-Zeitung Sammer greift durch. Im Übrigen war es der Nationalfeiertag des Landes, dem Martin Waldseemüller 1507 den Namen gegeben hatte. Jedes Jahr, am 4. Juli, gedenken die Vereinigten Staaten von Amerika der Verabschiedung ihrer Unabhängigkeitserklärung von 1776 und feiern ihren Gründungstag. So weit, so gut. Aber an diesem scheinbar so gewöhnlichen 4. Juli ging es um nichts Geringeres als die Entdeckung einer neuen Welt. Einer Welt weit jenseits unserer direkten Anschauung und unseres Verständnisses. Am 4. Juli 2012 wurde zunächst noch unter Vorbehalt etwas bekannt gegeben, das zu den tiefsten Erkenntnissen über die Struktur der Materie des ganzen Universums gehört. In einer gigantischen unterirdischen Anlage, teils in der Schweiz und teils in Frankreich, hatte man sich seit Monaten auf die Suche nach etwas begeben, das rund 50 Jahre zuvor von theoretischen Physikern mittels hochabstrakter mathematischer Modelle vorhergesagt worden war. Und am Ende jenes Tages, im Juli 2012, hatte sich wieder einmal eine zentrale Forderung der seriösen Wissenschaft bewährt, deren nüchtern trockene Formulierung so gar nichts über ihre Tragweite für die Erforschung der Welt verrät. Jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Erfahrungen machen Wissenschaftler mittels Experiment und Beobachtung. Die Hypothese entspricht der mathematischen Theorie und die Möglichkeit des Scheiterns steckt in der Vorhersage, die sich aus der Theorie ergibt und im Experiment überprüft wird. Stellt sich der vorhergesagte Effekt ein, so ist die Hypothese, ist die Theorie nicht falsch. Wenn hingegen das prognostizierte Phänomen nicht eintritt, muss die Hypothese begraben werden. Dazwischen kann ein langer Weg liegen, doch eins nach dem anderen. Ich war an jenem Morgen noch auf dem Weg zur Münchner Universitätssternwarte, als rund 600 Kilometer entfernt im CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, in Mairin, Kanton Genf in der Schweiz, bekannt gegeben wurde, dass man höchstwahrscheinlich das Higgs-Teilchen entdeckt habe. Gegen 10 Uhr waren auf vielen Fernsehkanälen die glücklichen Gesichter von Fabiola Gianotti, Sprecherin des Atlas-Experiments, und von Joe Incandela vom CMS-Experiment zu sehen, die die Forschungsergebnisse einer perplexen Weltöffentlichkeit vorstellten. Und nicht nur das. Fast alle Medien titelten, Ein ärgerliches Missverständnis, das aber nicht aus der Welt zu bringen war, machte aus einem physikalisch abstrakten, instabilen, energetischen Prozess eine Art religiöse Erleuchtung. Dabei hat das Higgs-Teilchen so viel mit Gott zu tun, wie der vielzitierte Fisch mit dem Fahrrad. Anfang der 90er Jahre hatte der Physik-Nobelpreisträger Leon Ledermann ein Manuskript angefertigt mit dem Titel »The Goddamn Particle«, das gottverdammte Teilchen. Es war der Bericht über die Anstrengungen der großen internationalen Konsortien bei der Erforschung der Grundlagen der Elementarteilchenphysik, über die auf gut Deutsch gesagt »Gottverdammt schwierige Suche nach dem Higgs-Teilchen«. Und was macht sein Verleger daraus? Er streicht das Wort »Dem« aus dem Titel? Und schon wird aus dem nüchternen wissenschaftlichen Bericht ein Verkaufsschlager »The God Particle«, das Gottes-Teilchen. Hier zeigt sich einmal mehr, wie die Medien die öffentliche Wahrnehmung von wissenschaftlicher Erkenntnis und Arbeitsweise beeinflussen. Kaum war die Meldung in der Welt, da schwärmten Presse und andere Medienvertreter aus, um Informationen einzusammeln, und auch ich musste zahlreiche Interviews geben. Dabei wurde ich vielfach mit einem leider oft spöttischen Desinteresse an der Sache konfrontiert, nach dem Motto »Was haben die verrückten Elementarteilchenforscher denn da wieder entdeckt« in ihren Maulwurfslöchern. Nachrichten aus den Wissenschaften, zumal der Grundlagenforschung, haben häufig den Charakter von Meldungen über fast ausgestorbene indigene Völker, die man irgendwo im Amazonasregenwald oder auf Papua-Neuguinea bei ihren bis dahin völlig unbekannten Paarungsritualen erwischt hat. Ansonsten wurde die Meldung über die Entdeckung des Higgs-Teilchens zum Anlass genommen, wieder einmal nach Sinn und Zweck von Grundlagenforschung zu fragen, wohl wissend, dass die Interviewpartner oder sollte man sie besser Interviewgegner nennen, hierauf in der Kürze der Zeit ganz sicher keine Antwort geben können, die sich in wenigen Worten pointiert formulieren lässt. Auch mit den allseits beliebten Fragen »Wo ist denn jetzt noch Platz für Gott?« oder »Was nützt uns das?« wurde ich wieder konfrontiert. Unter dem allgemeinen Zwang zur Zuspitzung und Verkürzung auf wenige prägnante Sätze und Schlagwörter, dem Redakteure, Journalisten und Medien ausgesetzt sind, sollte ich all diese drängenden Fragen mal eben in möglichst kurzer und prägnanter Form so beantworten, dass der interessierte Bürger auch alles versteht. Ein Ding der Unmöglichkeit. Gespräche dieser Art sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn die Gesprächsteilnehmer sind nicht gleichberechtigt, der angebliche Dialog ist asymmetrisch. Der Reporter versteht sich als Anwalt des Laien, der den Grundlagenforscher fast anklagend nach dem Sinn seines Tuns befragt. Solche Interviews können schnell zum Tribunal werden. Der tagesaktuelle Journalismus interpretiert Wissenschaft häufig ohne die nötigen Hintergrundrecherchen, dazu fehlt die Zeit. Folglich werden mehr oder weniger ahnungslos Assoziationen geknüpft und Schlagwörter kreiert, die dann als Essenz wissenschaftlicher Arbeit gelten und sich in der Öffentlichkeit durchsetzen, weil sie angeblich einen sehr komplexen Zusammenhang auf den Punkt bringen. Die Missverständnisse, die sich aus diesen oft keineswegs sinnvollen sprachlichen Verdichtungen ergeben, müssen nicht problematisch werden, wenn den beteiligten Forschungsgruppen bzw. ihren inzwischen so wichtig gewordenen Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit die Möglichkeit gegeben wird, den Sachverhalt klarzustellen. Meist aber fragt niemand mehr nach, denn schon einen Tag später haben längst andere Sensationsnachrichten den Wettlauf um das viel umkämpfte Interesse der Öffentlichkeit gewonnen. Der Inhalt, die Bedeutung, die Konsequenzen, kurz, das Wesentliche wissenschaftlicher Tätigkeit und Reflexion werden leider oft genug dem Aktualitätsgebot des Tagesjournalismus geopfert. Völlig anders dagegen geht die Wissenschaft vor. Sie beschäftigt sich mit der langfristigen und möglichst tiefgehenden Erforschung der Welt. Eben nicht unter den Augen der Öffentlichkeit, sondern hinter den Mauern von Forschungsinstituten, deren Bewohner auf den Laien vielleicht den Eindruck einer klösterlichen Gemeinschaft machen. In der Tat verlangt Wissenschaft nach einer kontemplativen Einstellung der beteiligten Personen. Wir müssen fokussieren. Wir müssen uns konzentrieren können. Und weil es uns Wissenschaftlern aufgrund der Komplexität der Materie einfach nicht mehr gelingen kann, ein auch nur einigermaßen richtiges Bild moderner Physik sprachlich so darzustellen, dass es Laien verstehen können, öffnet sich der Graben zwischen Gesellschaft und Wissenschaft immer weiter. Was sich hinter den durchaus offenen Türen der Forschungsinstitute und Universitäten wirklich tut, was da passiert, mit welchen Zielen dort Menschen ihre Tage und manchmal auch Nächte verbringen, wissen die wenigsten. Manchmal, und vor allem auch an Tagen wie dem 4. Juli 2012, wenn ich als Professor für theoretische Astrophysik zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen befragt werde, macht sich in mir das Gefühl breit, dass der Auftrag der Aufklärung als der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit in der heutigen Zeit mit all ihrer Informationsflut seine ganz praktischen Grenzen hat. Die Forschungsarbeit der modernen Physik ist einfach viel zu weit entfernt von den Problemen unseres Alltags. Ihre Methoden sind geradezu Lichtjahre entfernt von den Anschauungsformen der meisten Menschen, die sich nicht mit mathematischen und physikalischen Methoden und Theorien auseinandersetzen. Wie kann also durch wenige Worte auch nur einigermaßen plausibel erklärt werden, worum es bei solchen Schlagzeilen wie denjenigen vom Juli 2012 eigentlich geht? Nein, hier braucht es doch mehr Worte. Worte, die den enormen Aufwand zu beschreiben vermögen, den tausende Wissenschaftler für Tage, Wochen oder sogar Monate in unterirdischen Tunnelanlagen betrieben haben. Sie forschten und lebten eingepfercht zwischen Computern, kathedralen großen Detektoren, einem unüberschaubaren Elektronikdschungel und riesigen, supraleitenden, mit flüssigem Helium gefüllten Spulen, die fast auf den absoluten Nullpunkt abgekühlt superstarke Magnetfelder erzeugen. Dort unten in der Röhre wird auch weiterhin auf 27 Kilometer Länge das Höllenfeuer des beginnenden Universums freigesetzt und unter gewaltigem Aufwand so gezügelt, dass positiv geladene Teilchen auf fast überirdische Energien beschleunigt werden. Die Zusammenstöße dieser rasenden Boten der frühesten Phasen des Kosmos werden auf winzigste Spuren hingeprüft, die vielleicht ein Indiz für die mögliche Existenz eines Teilchens sein können, des Higgs-Teilchens. Hierbei handelt es sich um eine zeitraubende, weil sehr genaue, seriöse Analyse von hochkomplizierten Vorgängen, deren experimentelle Verwirklichung viele Jahre mit großem Aufwand vorbereitet werden musste und schließlich mit diesem großartigen Erfolg gegrünt wurde. Natürlich war und ist all das ein irrwitziger technischer Aufwand. In gewaltigen Detektoranlagen die Zustände zu erzeugen, die gemäß der Theorie in den ersten Billionstel Sekunden des Universums geherrscht haben müssen. Und ja, es ist eine gewaltige beängstigende Menge an elektrischer Energie, die dort unten im Large Hadron Collider, dem LHC, zusammengezogen werden muss, um all das zu ermöglichen. Auch die Kosten dürften ein Thema sein, wenn damit verdeutlicht werden kann, welche wissenschaftliche Dimension dieses Projekt hat. Aber solche Informationen dürfen nicht die einzigen Nachrichten bleiben. Es müssen vielmehr die Relationen vermittelt werden, in denen das Projekt zu sehen ist. Schließlich waren wir gerade Zeitzeugen einer der größten Entdeckungen, die Menschen in diesem Universum überhaupt machen können. Was für einen Weg haben wir hinter uns gebracht, bis wir endlich das Higgs-Teilchen gefunden haben. Dieser Leistung gebührt ein Hymnus auf die Fähigkeiten unserer Vernunft. Lediglich von einem 27 Kilometer langen Tunnel zu sprechen, in dem Milliarden von Euro versenkt werden, um ein Teilchen zu finden, das keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, ist schlicht irreführend. Um das Projekt am Large Hadron Collider richtig einordnen, die Tragweite der neuen Erkenntnisse ermessen zu können, bedarf es eines Vorwissens über die historische Entwicklung der Teilchenphysik. Dazu ist es hilfreich, bis etwa zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzugehen, als ich mittels zahl- und variationsreicher Experimente die Struktur der Materie mehr und mehr offenbarte. Im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte konnten die Kenntnisse über den Aufbau des winzigen Atomkerns vervollständigt, konnten Protonen und Neutronen als Bausteine der Atomkerne identifiziert werden. Dazu ist es unerlässlich zu wissen, wie die Untersuchung von radioaktiven Zerfallsprozessen zu der theoretischen Annahme zwang, dass es Teilchen gibt, die so gut wie gar nicht mit anderen Teilchen in Wechselwirkung stehen, die aber für die Verwandlung von Neutronen in Protonen und umgekehrt verantwortlich sind. Diese sogenannten Neutrinos müssen in wahrhaft astronomischen Ausmaßen in Sternen erzeugt werden, und zwar bei der Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen zu Helium. Am Ende des 20. Jahrhunderts schließlich konnte ein erstes Foto vom Neutrino-Fluss der Sonne gemacht werden, wodurch sich die Theorie von den Sternen als Fusionsreaktoren bestätigte. Auch über die Entdeckung des Aufbaus der Kernbausteine muss berichtet werden. Über die Protonen und Neutronen, die aus Up- und Downquarks bestehen. Und noch über einige andere Teilchen mehr, die entdeckt wurden, was eine elegante Beschreibung aller Elementarteilchen möglich machte. Noch bis zum Vorabend des 4. Juli 2012 hätte dieser triumphale Bericht der Teilchenphysik allerdings mit einer Kapitulationserklärung enden müssen. Es seien nun zwar alle Teilchen entdeckt, die von der Theorie vorhergesagt worden waren, aber diese so erfolgreiche Theorie sei nicht in der Lage, die Massen der Teilchen zu erklären. Nun aber, mit der größten Maschine der Welt ist es endlich möglich geworden, in die Energieräume vorzustoßen, wie sie ganz am Anfang des Universums herrschten und in denen die physikalischen Prozesse abliefen, durch die die Elementarteilchen im ganzen Kosmos ihre Ruhemassen erhalten haben. Diesen Zusammenhang hatte Anfang der 60er Jahre eine Reihe von theoretischen Physikern vermutet und folglich die Existenz eines überall im Universum vorhandenen Feldes gefordert, das den einzelnen Teilchen ihre Masse vermittelt. Einer ihrer Urväter, Peter Hicks, wurde zum Namensgeber für dieses Feld, dem ein oder mehrere Teilchen zugeschrieben werden, vergleichbar mit der Beziehung von Wasser und Welle. Erst vor dem Hintergrund dieses Wissens wird verständlich, welches Schlüsselexperiment am großen Hadronenbeschleuniger in der Schweiz stattgefunden hat und warum am 4. Juli 2012 die gesamte Welt der Physiker in befreienden Jubel ausbrach, als es hieß, wir haben es gefunden. Ein wissenschaftliches Unternehmen der Extraklasse, einzigartig auf der Erde, einzigartig in seiner internationalen Vernetzung hat unsere Kenntnis über die Struktur der kosmischen Materie einen gewaltigen Schritt nach vorn gebracht. Wir Menschen lieben Erzählungen von Triumph und Tragödie und eine solche ist sie. Die Geschichte von der Suche nach den Grundbausteinen der Welt, von der Reise an die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit. Der gut informierte Hörer mag sich erinnern an den Tag davor, als es um die Entdeckung der Weltkarte von Martin Waldseemüller ging und vielleicht ergreift ihn am Ende ein Gefühl dafür, dass unsere Vernunft die Grenzen der Welt zwar nicht überspringen kann, dass sie aber das Instrument unseres Geistes ist, mit dem wir verantwortlich und sinnvoll die Welt erforschen, verändern und vielleicht sogar verbessern können. Möge er das Vertrauen darauf mit den Menschen teilen, die sich der Sache verpflichtet fühlen und nicht den ökonomischen Zielen eines wild gewordenen Kapitalismus, für den Erkenntnisse nur dann wertvoll sind, wenn sie sich in heller und pfennig auszahlen. Man muss hier doch noch ein paar Worte dazu sagen. Ich meine, inzwischen ist ja eine Zeit vergangen und der 4. Juli war natürlich wirklich so ein Moment, wo ich sagen muss, meine Güte, das war schon ein Knaller, wie die da morgens standen und in der Pressekonferenz, also jubelnd, da lagen sich ja wirklich Leute in den Armen, die sich schon lange kannten und die haben dann, nachdem sie ja Monate vorher schon, gab es schon so Latrinenparolen, es gab schon Gerüchte, Mensch, du, die haben das Hexteilchen entdeckt, dieses, wirklich, nein, die können es doch nicht so genau sagen. Und am 4. Juli waren sie ja dann so mutig rauszukommen und inzwischen, inzwischen sind die Daten von damals nur der Beginn einer Entdeckungsreise geworden. Es wurde immer genauer und genauer gemessen und inzwischen ist man sich ganz sicher. Damals war man sich auch schon sicher, sicher, aber heute ist man sich eben total sicher. Das Hexteilchen ist entdeckt. Vielleicht sollte man sich nochmal daran erinnern, wie die damals den Large Hadron Collider ja eingeweiht haben. Das hat ja eine Weile gedauert, bis das Experiment so dann richtig durchgeführt werden konnte, muss man sich überlegen, da werden ja Protonen beschleunigt und diese armen Leutchen, die hatten ja noch nicht richtig den großen Beschleuniger eingeweiht, da ging er kaputt. Ja, also jetzt nicht der ganze Beschleuniger, aber einige von diesen supraleitenden Magneten mit dem flüssigen Helium, die sind ja so kurz über einen absoluten Nullpunkt abgekühlt, die zerrissen. Dann floss dieses ganze Helium da in die Anlage rein. Es hat Monate gedauert, bis sie dann endlich wieder funktionierte. Man war schon ziemlich sauer, weil die alleine die Eröffnung dieses großen Beschleunigers war natürlich ein großes Ereignis, international gefeiert und so weiter. Und kaum hatte das Ding angefangen, ging es kaputt. Da hieß es dann schon, da wurde schon geraunt hin. Ja, ja, das ist ein Zeichen, ein schlechtes Omen für das Experiment. Aber die Herrschaften, wie alle Naturwissenschaftler, sind natürlich nicht abergläubisch. Sie haben weiter gemessen und haben das Higgs-Zeichen gefunden. Und heute sind wir uns, wie gesagt, ganz, ganz sicher. Peter Higgs und seine Freunde hatten recht. Und das ist natürlich eine großartige Geschichte, wenn man sich überlegt. Der Higgs und seine Kollegen entwickeln Anfang der 60er Jahre eine Theorie. Und bei Peter Higgs war es tatsächlich so, er hat es ja in den Ferien mal so ausgerechnet. Hat sich mal sowas überlegt. Und dann wird eine Anlage gebaut, 27 Kilometer in den französisch-schweizer Untergrund hineingegraben, um nach dieser Idee zu suchen. Der Wahnsinn. Gut, kommen wir zum nächsten Beitrag. Von Matthias Helsen, Higgs und der Journalismus. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Anfang Juli 1797 werden diese beschwörenden Worte niedergeschrieben. Warum Goethe sich die Satire, der Lügenfreund des spätantiken Autors Lukian als Vorlage für seinen Zauberlehrling nimmt, bleibt offen. Ob es sich um zeitgenössische Kritik handelt? Es liegt nahe. Zumindest ist davon auszugehen, dass Goethe mit diesem Gedicht verdeutlichen will, dass eben nicht jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, auch gleich ein Dichter ist, geschweige denn, sich so nennen sollte. Nach Aristoteles und Platon sind Worte nicht willkürlich. Woher sie ursprünglich kommen, lässt sich nicht mehr letztgültig ergründen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ihre Entstehung irgendwo zwischen Willkür und Konvention angesiedelt ist. Trotzdem ist es wohl für jeden offensichtlich, dass Worte heutzutage eine klare Bedeutung und Verwendung haben. Was hat all dies nun mit dem Higgs-Boson zu tun? Nun, man möchte zunächst meinen, es gebe hier kein Bezug. Allerdings relativiert sich dies, wenn man sich die Schlagzeilen zu seiner Entdeckung ansieht. Teilweise hat man den Eindruck, als würden Wörter ganz willkürlich miteinander verbunden. Auf diese Weise entsteht ein falscher Eindruck davon, was eigentlich gesagt werden soll und man sorgt lediglich für Verwirrung. Genau wie es dem Lehrling in Goethes Gedicht am Ende geht. Sprache ist wie Magie. Sie hat die Macht, den Menschen Gedanken einzupflanzen. Und genau deshalb sollte man mit ihr verantwortungsvoll umgehen. Anfang Juli 2012, 215 Jahre nach Goethes Zauberlehling, veröffentlichten Forscher des CERN, die am Experiment mit dem LHC beteiligt sind, einige Ergebnisse, die bestätigten, dass etwas entdeckt wurde. Es lag nahe, dass es sich dabei um das Higgs-Boson handelte. Im Grunde keine Hexerei. Zugegeben, es wird geradezu wie Zauberei, wenn die Wissenschaftler urknallähnliche Zustände in gigantischen Teilchenbeschleunigern reproduzieren. Es ist auch erfreulich, dass der Mensch es schafft, vorhersagbare Ergebnisse in äußerst komplexen Experimenten zu erzielen. Der Nutzen wissenschaftlicher Entdeckungen kann nicht hoch genug veranschlagt werden und für viele ist Wissenschaft heutzutage eine geradezu religiöse Instanz. Dass am CERN etwas entdeckt wurde, sickerte schon im Herbst 2011 durch. Seitdem wurde viel spekuliert. Gerade nach der Pleite mit der vermeintlichen Überlichtgeschwindigkeit der Neutrinos im Sommer 2011 waren die Spannung und Skrupel besonders hoch. Deshalb wohl auch, waren die beteiligten Wissenschaftler diesmal so besonnen, sich genügend Zeit für die Auswertung zu nehmen und auch bei der Bekanntgabe der Ergebnisse nicht zu marktschreierisch aufzutreten. Kleiner Kommentar an dieser Stelle. Da gab es ja im Sommer 2011 die Geschichte mit den überlichtschnellen Neutrinos. Da hatte man also Teilchen entdeckt, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Jeder, der ein bisschen was von Physik versteht, wird sofort sagen, Moment, das kann ja wohl nicht wahr sein. Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit? Neutrinos? Die haben doch eine Ruhemasse? Die können sich doch gar nicht mit Überlichtgeschwindigkeit, die können sich noch nicht mal mit Lichtgeschwindigkeit bewegen? Ja. Na, da war die Aufregung natürlich groß. Da war sowas los. Denn die Herrschaften, die dieses Experiment gemacht haben, die haben sehr genau gemessen. Wie alle diese Experimentalphysiker in der Teilchenphysik sehr genau messen. Wie war das dann mit der Überlichtgeschwindigkeit? Nun, es stellte sich heraus, dass die überlichtschnellen Neutrinos einem Fehler zuzuordnen waren. Und dieser Fehler war jetzt nicht ein ganz komplexer Fehler irgendwo in der Elektronik, sondern es war schlicht ein Kabel, das nicht richtig in der Buchse steckte. Ja, das kann man sich ja vorstellen, in solchen großen Experimentallaboren, da gibt es natürlich unglaublich viele Kabel, weil unglaublich viele Geräte miteinander verbunden werden müssen und so weiter. Da kann sowas schon mal vorkommen, aber es sollte natürlich nicht. Und naja, die Experimentalphysik ist eben ein schwieriges Feld, aber nachdem dann also eine längere Zeit ernsthaft darüber spekuliert wurde, ob es nicht vielleicht doch überlichtschnelle Teilchen geben könnte, war es eigentlich schon klar, dass so ein Fehler, entweder es war so ein Fehler oder es wäre was aberwitziges gewesen. Also schlussendlich haben sich die überlichtschnellen Neutrinos dann relativ schnell wieder verdünnisiert und sie sind genauso viel unter der Lichtgeschwindigkeit, wie sie sein sollen. Die Neutrinos verhalten sich inzwischen genauso, wie sie es gemäß der Relativitätstheorie sein sollen. Aber man kann sich vorstellen, dass nach dieser Pleite mit den überlichtschnellen Neutrinos natürlich jede Veröffentlichung in der Elementarteilchenphysik mit ganz großer Vorsicht vorgenommen. Umso verwunderlicher erscheint es, mit welch irrationaler, jenseits der Fakten liegender Berichterstattung über dieses Ereignis die Öffentlichkeit diesmal konfrontiert wurde. Für einen Physiker dürften die Ergebnisse der Versuchsreihe am Zern durchaus etwas bedeuten. Was dieses höchstwahrscheinlich nachgewiesene Higgs- Teilchen der Welt bringt, welchen tatsächlichen praktischen Nutzen wir aus dessen Entdeckung ziehen können, kann noch nicht wirklich ermessen werden. Was das Teilchen selber betrifft, so soll in diesem Hörbuch ein auch für Laien gut verständlicher Überblick gegeben werden, der sich an den physikalischen Fakten orientiert und aus der hohen Kunst der Wissenschaft dann eben doch keine Zauberei macht. Im neuen Handbuch zum Journalismus von Wolf Schneider und Paul-Josef Rauhe heißt es, wenn die demokratische Gesellschaft funktionieren soll, dann ist sie auf Journalisten angewiesen, die viel können, viel wissen und ein waches Bewusstsein für ihre Verantwortung besitzen. Verantwortung also, den Menschen zu informieren, die Realität adäquat darzustellen, jeden, jedem auf die Finger schauen zu lassen, für Transparenz zu sorgen. Im Grunde folgt der Journalismus einfachen Regeln. Informationen sollen unvoreingenommen gesammelt und nach Prioritätsstufen der Öffentlichkeit neutral zur Verfügung gestellt werden. Die Beschaffung der Informationen muss auf egaler Weise geschehen, ihr Inhalt darf nicht diskriminierend sein. Dies bedeutet, dass die Information nicht bewertet, sondern dem Leser neutral präsentiert werden sollen. Der Leser kann sich dann seine eigene Meinung bilden. Der Konkurrenzkampf der Informationsinstanzen und Medien zwingt diese dazu, ihre Verkaufszahlen zu maximieren, also Aufmerksamkeit zu erregen. In diesem Kontext ist es schwer, die Ideale von gutem Journalismus, Ehrlichkeit, Unvoreingenommenheit, Informationstiefe, Transparenz umzusetzen. Viel größer ist die Versuchung, mit simplen, reißerischen Schlagzeilen das Interesse der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Diesem schrillen Wettbewerb der Zeitungen und Zeitschriften um Verkaufszahlen kann man jeden Morgen am Zeitungskiosk begegnen. Wie aber können Medien wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig die Regeln von gutem Journalismus einhalten? Schneider und Raue beziehen hierzu deutlich Stellung. Ich zitiere, diejenigen Journalisten aber, die um ihre Leser oder Hörer kämpfen müssen, weil sie bei Privatsendern, Boulevardzeitungen oder überflüssigen Zeitschriften arbeiten, sie liefern überwiegend auch nicht gerade das, was ich als gescheite Information einstufen ließe. Zitat Ende. Zurück zu unserem Higgs-Boson und der Berichterstattung darüber. Hieße das Gottesteilchen, wie es in den Medien reißerisch genannt wurde, deshalb so, weil es die Materie gottgleich entstehen ließe, so handelt es sich dabei wirklich um ein Wunder. Das gottverdammte Teilchen, wie es der Physiker Leon Ledermann einst scherzhaft genannt hatte, hat hingegen nichts mit Zauberei zu tun. Hinter dem Prozess der Materieentstehung und der Rolle des Higgs-Bosons dabei stehen sehr komplizierte Prozesse, die wir in diesem Hörbuch aufzeigen wollen. Diese Prozesse sind teilweise so komplex, dass sich auch die besten Physiker schwer tun damit, sie verständlich darzulegen. In den gängigen Massenmedien hingegen wurde schon am Tag der Bekanntgabe ein Mischmasch von wissenschaftlichen Fakten und allen möglichen Spekulationen und Scheinlösungen, so war etwa gar von der Entdeckung der dunklen Materie die Rede, zur Thematik verbreitet. Die physikalischen Prozesse, die beim Experiment am LHC stattfanden, wurden in diesem Zusammenhang kaum behandelt. Dazu hätte es ja intensiver Recherche und soliden Vorwissens bedurft. Allenfalls erfuhren die Leser, dass die Suche nach dem Higgs-Teilchen halt recht abenteuerlich war. Es wurde versucht, mit an Titel von Science-Fiction-Romanen erinnernden Überschriften dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anstrich zu verpassen, damit die Geschichte spannender wird. Natürlich, der Teilchenbeschleuniger ist ein beeindruckendes Konstrukt, atemberaubend und von bezaubernder technischer Schönheit. Wird dieses Meisterwerk menschlichen Erfindergeistes jedoch nicht seiner Größe beraubt, wenn man es mit weit hergeholten Science-Fiction-Ideen in Verbindung bringt? Vom Tor zu einer anderen Welt war beispielsweise zu lesen. Dieser Titel einer Folge einer Science-Fiction-Serie, Commander Perkins, kann nur in einem sehr weitläufigen Sinn auf die Entdeckung des Higgs-Teilchens angewandt werden. Eine Schlagzeile dieser Art ist schlichtweg irreführend, sofern im Fließtext nicht sehr genau auf ihren Symbolgehalt eingegangen wird. Das gleiche gilt für eine Überschrift wie »Das Geheimnis ist um die Antimaterie« gelüftet. Andere Medien behaupteten, dass das Graviton entdeckt wurde. Das ist bestenfalls peinlich. Selbstredend verkaufen sich solche Schlagzeilen gut, aber inwiefern kann das noch als neutrale Berichterstattung verstanden werden? Es heißt »Hunde, die bellen, beißen nicht«. Genauso steht es denn auch um Wissenschaftsjournalismus dieser Art. Es wird laut geschrien, aber »The Biss« fehlt. Im Rahmen der Entdeckung des Higgs-Teilchens hat die moderne Wissenschaft den Medien zufolge also angeblich das Mysterium um die Antimaterie gelüftet, das Teleportieren erfunden, Hologramme entwickelt und Aliens auf dem Radar. Und nebenbei soll die Menschheit gar regen Kontakt mit Engeln pflegen. Im Grunde hat jede dieser Schlagzeilen sogar einen wahren Kern. Einerseits wissen wir nämlich nur sehr wenig und können deshalb auch viel behaupten. So können wir nur etwa fünf Prozent dessen, was wir beobachten, auch einigermaßen erklären. Über einen beträchtlichen Teil der Materie im Universum vermögen wir überhaupt nichts zu sagen. Daher der Name »dunkle Materie«. Und wohin die Antimaterie verschwunden ist oder warum es von ihr wohl weniger gab, wird so schnell nicht gelöst werden. Und andererseits geschehen in der Wirklichkeit Dinge, die an Science-Fiction erinnern. So ist es zum Beispiel tatsächlich gelungen, einen Datensatz zu teleportieren. Dies erfordert allerdings eine so enorme Rechenleistung, dass es aus wissenschaftlicher Sicht auf Materie wohl niemals angewandt werden kann. Nach den Lehren der Stochastik gilt es doch eher als sehr unwahrscheinlich, dass die Erde der einzige Planet mit Lebewesen ist. Wissen können wir es allerdings nicht. Und was die Hologramme angeht, nun ja, es ist gelungen, auf um 45 Grad geneigte Bildschirme dreidimensional wirkende Figuren zu projizieren. Das Higgs-Zeichen hat damit aber gar nichts zu tun. Ob Engel uns zu dieser Erkenntnis verhalfen, möge dahingestellt bleiben. Der Vatikan hat jedenfalls nach Veröffentlichung der Higgs-Ergebnisse Stellung dazu bezogen, warum es sich natürlich nicht um ein Gottesteichen handeln kann. Die eigentliche Bedeutung der hier besprochenen Entdeckung, nämlich die weitgehende Bestätigung des Standardmodells der Elementarteichenphysik, wurde durch solche sensationsheischende Überschriften, die am Thema vorbeiführen, in den Hintergrund gedrängt. Für eine gewisse Zeit schienen alle herausfinden zu wollen, was das Besondere am Higgs-Boson ist, ohne dabei zu sehen, dass das Higgs-Boson selbst das Besondere ist. Den Menschen, die an diesem Projekt arbeiten, wird man so sicher nicht gerecht. Auf diese Weise finden wir uns tatsächlich im Beispiel des Zauberlehrlings wieder, der aus Übermut versucht, das Werkzeug des Hexenmeisters zu verwenden. In unserem Fall eben die Sprache. Obgleich er doch erst ein Lehrling ist. So nähert er sich einer Katastrophe und das Chaos ist vorprogrammiert. Im Falle Higgs ist es so dramatisch nun nicht und die einzelnen Fehler in den Berichten sind eventuell auch vernachlässigbar, wenn man es mit der Physik nicht so genau nimmt. Aber unser Universum allein ist schon so wundervoll, dass es keiner erfundenen Wunder bedarf. Aller Kritik zum Trotz kann man den Wissensmagazinen, Shows und Zeitungen jedoch auch etwas Positives zugutehalten. Oft werden die manipulativen Überschriften im Fließtext ein wenig relativiert. Auch hat man bisweilen das Gefühl, dass die Journalisten sich ihres Marktschreiertums bewusst sind. Sie weisen darauf hin, dass dieses und jenes für den Laien schwer oder nicht verständlich ist, verweisen auf Aussagen diverser Wissenschaftler oder stellen klar, dass manche Bilder und Grafiken lediglich der Verdeutlichung einer komplizierten Theorie dienen, jedoch ihren Kern nur grob beschreiben können. Zweifelsohne muss man den Medien auch zugestehen, dass sie ein stetig steigendes Interesse an der Wissenschaft bewirken. So gibt es inzwischen etliche Blogs und Seiten im Internet, die in der Tat fundierte Informationen zu wissenschaftlichen Themen liefern. Allerdings wollen diese erst gefunden werden. Zudem gibt es hier das Problem, dass sie oft nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft wurden. Davon sollte man ja immerhin bei den klassischen Informationsweitergabeinstanzen ausgehen können. Der Leser sieht sich also oft mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass er nicht weiß, wie gründlich seine Informationen recherchiert und aufbereitet sind. Manchmal ist die mangelnde Seriosität gar zu offenkundig, wenn etwa ernstzunehmende Physik mit einem Verschwörungsroman in Verbindung gebracht wird oder, wie erwähnt, das Higgs-Teilchen mit einem Graviton verwechselt wird. Die Realität ist schön, soweit wir sie erkennen können, und Wissen ist faszinierend, soweit wir es erlangen können. Der Wissenschaftsjournalismus verbindet beide Sphären miteinander. Er sollte der Weisheit Vorrang geben gegenüber bloßem Buhlen um Aufmerksamkeit und Profitmaximierung, getreu den Worten aus Aristoteles Metaphysik. Ich zitiere, ferner halten wir den in jeder Wissenschaft für weiser, der genauer ist und der besser die Ursachen zu lehren versteht. Und wir sind der Meinung, dass die Wissenschaft, die um ihrer Selbstwillen und des Wissens wegen erstrebt wird, eher Weisheit sei als die, die ihrer Resultate wegen gewählt wird. Zitat Ende. Ja, da habe ich nichts mehr zu zu sagen. Der Aristoteles hat völlig recht. Von Urknallmaschinen, Gottesteichen und schwarzen Löchern von Timothy Hall Man stelle sich einen kilometerlangen Tunnel vor, irgendwo in der Schweiz. Dort führen Wissenschaftler quantenmechanische Experimente durch. Sie schießen Teilchen aufeinander, um sie dann zu sprengen und in ihren Bruchstücken nach den Geheimnissen des Universums zu suchen. Ihren gewaltigen Apparat nennen sie Urknallmaschine und sie suchen nach dem Gottesteichen. Doch es gibt Bedenken. Einige vermuten, dass bei den Experimenten schwarze Löcher entstehen könnten, die alles verschlingen und unsere Welt vernichten. Gleich drei unfassbare Giganten nehmen an einem einzigen Experiment teil. Panik ist angebracht. Vor unseren Augen entsteht ein kosmisches Horrorszenario. Fast könnte man meinen, das gesamte Zerren und der LHC wären Erfindungen von H.P. Lovecraft. Für Liebhaber von Science Fiction ist das alles eine wahre Freude. So viel Spektakel gab es in der Physik schon lange nicht mehr. Deswegen lohnt es sich umso mehr, genauer hinzusehen und zu verstehen, was denn dieser Kampf der Giganten wirklich bedeutet. Die Urknallmaschine. Die Experimente am LHC ermöglichen es, die exotischen Vorgänge kurz nach dem Urknall besser zu begreifen. Durch den hochenergetischen Zusammenprall subatomarer Teilchen gelingt es, die Bedingungen zu simulieren, die wahrscheinlich nur wenige Bruchteile einer Sekunde nach dem großartigen Anfang des Universums geherrscht haben. Leider ließen sich einige Wissenschaftler dazu hinreißen, das Großexperiment Urknallsimulation zu nennen. Ein wundervoller Begriff. Perfekt geeignet für das Marketing. Dazu ist eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass im Large Hadron Collider natürlich keine Urknallsimulation stattfindet. Es ist unmöglich, den Urknall zu simulieren. Denn dafür müsste man ein Grundverständnis davon haben, was eigentlich passieren soll. Doch wir haben kein solides Verständnis davon, was direkt beim Urknall passiert ist. Sicherlich gibt es ganze Bibliotheken mit großartigen Spekulationen über Big Bangs und Big Bounces, Theorien über Vorgängeruniversen und vieles mehr. Doch wir sollten uns immer eines vor Augen führen. Eine Theorie ist nur so gut wie ihre Überprüfbarkeit. Wir können jedoch keine Experimente außerhalb des Universums durchführen. Der Urknall wird wohl für alle Ewigkeit ein unbegreifliches Ereignis bleiben. Alles, was wir wissen, ist, dass so etwas wie der Urknall stattgefunden haben muss. Mehr nicht. Das Gottesteilchen Viel umfangreicher als die Debatte um den Urknall ist jedoch jene über das sogenannte Gottesteilchen. Diese missverständliche Benennung zieht viel Kritik aus der Fachwelt auf sich, aus mehreren Gründen. Erstens, das Higgs-Boson ist nicht das wichtigste Teilchen im Universum. Ja, das Higgs-Boson ist wichtig. Es ist in unserer Gesamtbetrachtung des Kosmos aber auch nicht relevanter als altbekannte Teilchen wie das Elektron, das Photon oder die Quarks. Unser Universum wird nun einmal von vier Grundkräften zusammengehalten und besteht aus einer ganzen Reihe von Grundteilchen. All diese Kräfte und Teilchen tragen dazu bei, dass unsere Sonne, unsere Erde und unsere menschlichen Körper so funktionieren, wie sie eben funktionieren. Ein bestimmtes Grundteilchen herauszugreifen und es als besonders wichtig zu deklarieren, ist so, als würde man in der unteren Ebene eines Kartenhauses herumstochern und versuchen, die in besonderem Maße tragenden Karten zu finden. Das Ergebnis ist jedoch, egal, welche man entfernt, alles bricht zusammen. Das Higgs-Boson ist lediglich aufgrund seiner Unauffindbarkeit stark mystifiziert worden. Befänden wir uns in einem höchst hypothetischen anderen Kosmos mit einer höchst hypothetischen anderen Menschheit und es wäre uns von Anfang an gelungen, das Higgs-Boson zu beweisen, dann wäre wohl ein anderes Teilchen, das Elektron womöglich, zum Gottesteilchen aufgewertet worden. Zweitens. Gott hat in der Naturwissenschaft nichts verloren. Im Jahr 1726 beschrieb der Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer ein seltsames Fossil. Das eigentümliche Skelett schien zu keinem der bis dahin bekannten Tiere zu passen. Ein unbekanntes, womöglich ausgestorbenes Tier passte aber nicht in das vorherrschende biblische Weltbild, wonach die gesamte Welt in sieben Tagen erschaffen wurde und zwar genau so, wie sie heute aussieht. Scheuchzer kam also zu dem Schluss, dass es sich bei dem merkwürdigen Skelett um die deformierten Überreste eines bei der Sintflut getöteten Sünders handeln musste. Erst 100 Jahre später, als in der Geologie und der Biologie immer mehr die Vermutung aufkam, dass die Welt deutlich älter sein musste, als in der Bibel beschrieben, gelang es dem Franzosen Georges Cuvier, das Fossil korrekt einzuordnen, als prähistorischen Molch. Es mag uns heute völlig verrückt erscheinen, das Skelett eines Molches mit dem eines Menschen zu verwechseln. Aber genau das kann passieren, wenn Untersuchungen nicht ergebnisoffen geführt werden. Wenn von Anfang an klar ist, dass jeder Fund in das biblische Weltbild passen muss, dann wird eben alles passend gemacht. Viele der großen wissenschaftlichen Durchbrüche des 18. und 19. Jahrhunderts bestanden letztendlich darin, religiöse Dogmen zu überwinden. Das betrifft bei weitem nicht nur biologische und astronomische Erkenntnisse. Auch die moderne Chemie entstand erst durch die Verbannung der Magie aus der Alchemie. Die Herauslösung der Religion aus der Naturwissenschaft war ein anstrengender und bedeutsamer Prozess. Es ist schade, dass heute noch immer bestimmte Gruppierungen versuchen, mit spirituellen Scheinargumenten wissenschaftliches Arbeiten zu sabotieren. Gerade in dieser Hinsicht sollte man als Naturwissenschaftler sehr genau darauf achten, wie man Theorien und Teilchen benennt. Das Gottesteilchen war gerade in dieser Hinsicht ein Schritt in die falsche Richtung. Drittens. Göttlich im Sinne von Vertragt ist allenfalls die Geschichte dieser Begriffsentstehung. Es wurde ja schon eingangs im Vorwort erklärt, wie das Gottpartikel zu seinem Namen gekommen ist, dass Generationen von Wissenschaftlern es als Goddamn verflucht haben und dass Nobelpreisträger Leon Ledermann es unfreiwillig durch seinen Verleger zum Gottpartikel aufgewertet hat, nur damit kein Schimpfwort im Titel seines Buches steht. Aufschlussreich ist auch, wie der Titel dieses Buches ursprünglich übersetzt wurde. In der deutschen Version findet sich nämlich lediglich ein schöpferisches Teilchen. Eigentlich ein wesentlich schönerer und treffenderer Begriff. Erst im Laufe der Zeit hat sich das Gottesteilchen auch in Deutschland durchgesetzt. Hier sieht man deutlich, welchen Einfluss Marketinggesichtspunkte auf unser Weltbild ausüben können. Schwarze Löcher Im Großen und Ganzen wissen wir jedoch, dass es nicht das Gottesteilchen und auch nicht der Urknall war, der die Inbetriebnahme des Large Hadron Colliders so spannend machte. Am aufregendsten war mit Abstand das schwarze Loch, das am LHC entstehen, alles einsaugen und die Menschheit vernichten würde. Weltuntergänge sind derzeit in Mode. Und das wissen wir nicht erst seit der Sache mit dem Maya-Kalender 2012. Das schwarze Loch war allerdings etwas wirklich Besonderes. Die Lage war so fatal, dass sogar eine Klage beim Gerichtshof für Menschenrechte ein Eilantrag gegen die Inbetriebnahme des LHC eingereicht wurde. Sie wurde allerdings abgewiesen. Gerade deswegen lohnt es sich noch einmal genauer, auf die Geschichte mit dem schwarzen Loch einzugehen und zu erläutern, wie gefährlich die Situation denn nun wirklich war. Erstens. Die Gefährlichkeit von schwarzen Löchern wird übertrieben dargestellt. Leider ist in der populären Literatur diesbezüglich sehr viel Unsinn im Umlauf. Schwarze Löcher werden gerne als unbesiegbare kosmische Superstaubsauger karigiert, die einfach alles gierig verschlingen. Das ist nicht ganz richtig. Im Grunde ist ein schwarzes Loch nicht viel mehr als eine örtliche Verdichtung von Materie, deren Gravitationswirkung lokal so stark ist, dass ihr nichts mehr entkommen kann. Auch kein Licht. Aber es ist und bleibt eine lokale Verdichtung, die über astronomische Distanzen keine Rolle spielt. Für die Umlaufbahn der Erde macht es keinen Unterschied, ob wir eine Sonne oder ein schwarzes Loch als Zentralgestirn haben, solange die Gesamtmasse gleich bleibt. Der Mangel an Sonnenlicht würde trotzdem alles Leben auslöschen, aber eingesaugt würden wir nicht. Wir können sogar annehmen, dass die überwältigende Zahl der schwarzen Löcher harmlos durch den Kosmos schwirrt und niemanden belästigt. Es wurden sogar Sterne beobachtet, die sich in einem stabilen Orbit um ein schwarzes Loch befinden, so im Fall von Sagittarius A, dem schwarzen Loch im galaktischen Zentrum. Gleiches gilt nun für ein hypothetisches schwarzes Loch am Large Hadron Collider. Wenn es nun gelänge, ein schwarzes Loch im Mikromaßstab zu erzeugen, indem man zwei Bleiatome aufeinanderschießt, dann hätte auch dieses schwarze Loch nicht mehr Gravitation als zwei Bleiatome und es wäre extrem klein. Es gilt zu bedenken, dass allein die Existenz eines schwarzen Mikrolochs rein hypothetisch ist und selbst dann wäre es wahrscheinlich ungefährlich. Man sollte sich die Größe eines solchen schwarzen Mikrolochs vor Augen führen. Sie wird am ehesten beschrieben durch den Schwarzschildradius. Dieser bezeichnet den Bereich des schwarzen Lochs, den man nur mit Überlichtgeschwindigkeit verlassen könnte, also den Bereich, aus dem auch Licht nicht mehr entkommen kann. Kleiner Kommentar, der Begriff Schwarzschildradius heißt nicht Schwarzschildradius, weil es um schwarze Löcher geht, sondern er ist benannt nach Karl Schwarzschild, einem der ersten, der die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie gelöst hat, nämlich in diesem Fall für eine nicht rotierende Punktmasse. Also Schwarzschild und schwarzes Loch haben zwar historisch was miteinander zu tun, aber nicht vom Begriff her. Das ist einfach ein Zufall. Für ein schwarzes Loch mit der Masse zweier Bleiatome betrüge dieser Radius, also der Schwarzschildradius, grob 10 hoch minus 51 Meter. Zum Vergleich, der Durchmesser eines Atomkerns liegt im Bereich von 10 hoch minus 15 Metern. Das ist ein Unterschied von 36 Nullen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Gravitation als die gefährlichste Kraft eines schwarzen Lochs im Mikrokosmos kaum eine Rolle spielt. Die Gravitation ist hier vernachlässigbar im Vergleich zu der um ein Vielfaches, etwa 10 hoch 36 Mal stärkeren elektromagnetischen Wechselwirkung. Ein schwarzes Mikroloch, gebildet aus zwei Bleiatomkernen, also ausschließlich positiv geladenen Teilchen, hätte nach wie vor die elektrische Ladung von zwei Bleiatomkernen, würde andere Atomkerne also eher abstoßen als anziehen. Es wäre sogar denkbar, ein schwarzes Loch mit Hilfe seiner elektrischen Ladung im Large Hadron Collider zu kontrollieren und auf einer ewigen Kreisbahn entzulagern. Genau dieses Szenario wurde sogar am 1. April 2012 in einem Bericht auf Science Blogs beschrieben. 1. April. Bitte beachten Sie. Zugegeben, ein stabiles schwarzes Loch, das mit großem Aufwand gelagert werden muss, ist nicht das schönste denkbare Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung, aber selbst ein solches Szenario sollte zeigen, dass schwarze Löcher nicht immer die großen Allesvernichter sein müssen, als die sie oft dargestellt werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch schwarze Löcher ein Ablaufdatum haben. 2. Es ist richtig, dass nichts einem schwarzen Loch entkommen kann. Dennoch verlieren schwarze Löcher konstant Energie und damit auch Masse. Und zwar über die sogenannte Hawking-Strahlung. Wenn wir also ein großes schwarzes Loch über Milliarden von Jahren isolierten, ihm quasi die Nahrung verweigerten, würde es ständig schleichend Energie abgeben und alle Masse verlieren. Es würde zerstrahlen. Natürlich ist es unrealistisch, ein großes schwarzes Loch zu isolieren, erst recht für Milliarden von Jahren. Bei einem schwarzen Mikroloch sieht die Situation allerdings ganz anders aus. Denn die Hawking-Strahlung ist von der Oberfläche abhängig, die Masse hingegen vom Radius. Je kleiner unser schwarzes Loch, desto größer die Wirkung der Hawking-Strahlung im Vergleich zur Masse. Diese Strahlung, die für ein großes schwarzes Loch nichts als ein Nebeneffekt ist, wäre also für ein schwarzes Mikroloch verheerend. Oder einfach ausgedrückt, das schwarze Mikroloch würde in Bruchteilen von Sekunden zerstrahlen, lange, bevor es in der Lage wäre, weitere Masse zu absorbieren. Drittens. Hochenergiekollisionen passieren nicht nur am Large Hadron Collider. Teilchenkollisionen wie im LHC sind etwas völlig Normales. Die sogenannte kosmische Strahlung besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Teilchen, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen. Tatsächlich ist die Energie dieser Teilchen oft um ein tausendfaches höher als die Energie der Teilchen im Large Hadron Collider. Wir können also davon ausgehen, dass in jeder Sekunde Higgs-Teilchen durch unsere Atmosphäre schwirren und wieder zerfallen, ohne dass dabei ein einziges tödliches schwarzes Loch entsteht. Der einzige Unterschied zwischen dem LHC und der Atmosphäre ist die kontrollierte Umgebung, die es uns ermöglicht, diese ganz gewöhnlichen Ereignisse genauer zu beobachten. Und der Gewinner ist das Gottesteilchen. Denn im Gegensatz zum Urknall oder zum schwarzen Loch war das Higgs-Boson im LHC tatsächlich auffindbar. Die Aufregung rund um den Large Hadron Collider ist ein Lehrbeispiel dafür, wie naturwissenschaftliche Sachverhalte von den Medien verzerrt und aufgebauscht werden. Heute wissen wir, dass all die Schreckensszenarien nicht eingetreten sind. Stattdessen kam es zum lang ersehnten Durchbruch. Tja, wenn man das so liest und hört, dann denkt man ja schon, meine Güte, wissen die denn, was sie tun? Dass da einige bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen sind, um dieses Experiment zu verhindern, vielleicht ist ja doch was dran. Die machen da irgendwas im Schweizer Untergrund. Nachher wird die ganze Welt da vernichtet. Ich kenne viele, die also darüber sehr beunruhigt waren, was der Large Hadron Collider angeworfen wurde. Um Gottes Willen, Mensch und Kinder, da werden ja also, da werden ja Energien freigesetzt. Harald, wisst ihr denn auch, was ihr da tut? Und so weiter. Und in der Tat gibt es ja tatsächlich einige physikalische Theorien, die im Prinzip sowas erwartet haben, wie die Entstehung von schwarzen Löchern. Und es ist nämlich folgendes Problem. Davon wird im Weiteren auch nochmal die Rede sein, aber ich fange hier schon mal an. In dem Text eben war zu hören, es gibt also einen großen Unterschied zwischen Gravitation, also der Schwerkraft, und der elektromagnetischen Kraft. Das ist die Kraft, die eben die Ladung zusammenhält, wenn sie ungleichnamig sind, oder auseinander treibt, wenn sie gleichnamig sind. Die elektromagnetische Kraft kennen wir alle, die wir schon mal in Schraubensicher in eine Steckdose gesteckt haben. Aber das ist Bescheid. Sie ist zuständig, diese elektromagnetische Kraft, für den Aufbau der Materie, dass also die Elektronen da in der Nähe der Atomkerne bleiben und so weiter. Auch zuständig für die Wechselwirkung von Licht mit Materie. Ist eine Kraft, die wir gut verstehen. Und diese Kraft ist eben 10 hoch 36 Mal stärker als die Gravitation. Oh, oh, oh. Jetzt gibt es eine uralte Idee, nämlich die Idee, dass am Anfang des Universums, also nah am Urknall, alle Kräfte eine einzige gewesen sind. Jetzt betrachten wir für Spaß nur mal diese beiden Kräfte, Gravitation und elektromagnetische Kraft. Der Unterschied zwischen den beiden ist 10 hoch 36. Das ist eine Wahnsinnszahl. Es ist eine Trillion mal eine Trillion. Eine Eins mit 36 Nullen. Wie sollen denn diese beiden Kräfte am Anfang mal Eins gewesen sein, wo doch die eine so viel stärker ist als die andere? Ja! Also die Mathematiker kommen ja da schnell auf Gedanken. Das könnte ja vielleicht so sein, hieß es, in den Theorien hieß es, wenn es zusätzliche Dimensionen gibt, also kleine Raumdimensionen gibt, in denen die Gravitation dann immer stärker wird, also immer stärker in ihrer Wirkung wird, dann könnte es ja auch eine Dimension geben, wo die Gravitation praktisch genauso stark ist wie die elektromagnetische Kraft. Dann wären die beiden Kräfte eins. Verstehen Sie? Also es ist folgendermaßen, diese Kraftgesetze für Gravitation und Elektromagnetismus, die haben eine interessante Eigenschaft, die im Übrigen schon von Immanuel Kant, der wusste das gar nicht, aber er hat so ähnlich formuliert, schon mal dargestellt worden ist, nämlich die Gravitation und die elektromagnetische Kraft sind, Achtung, jetzt wird es mathematisch, umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung. Bei der Gravitation zum Quadrat der Entfernung der beiden Massen, bei der elektromagnetischen Kraft zum Quadrat der Entfernung der beiden Ladungen. Hm, zum Quadrat, also sauber formuliert heißt das, diese Kraft ist proportional zu 1 geteilt durch R Quadrat. Quadrat ist eine 2 oben im Exponenten und Kant hat also Mitte des 18. Jahrhunderts vermutet, dass diese 2 da oben was mit der Anzahl der Dimensionen zu tun haben könnte. Stellte sich übrigens raus, hat er völlig recht, ist nämlich die Anzahl der Raumdimensionen minus 1. Wie viele Raumdimensionen haben wir? Also, offen gesprochen, Länge, Höhe, Breite sind 3. 3 minus 1 ist, genau, haben sie es. Also, dann könnte man sich natürlich überlegen, wenn es zusätzliche Dimensionen gäbe, nur für Spaß, nur für Spaß, und die wären jetzt nur bei dem Kraftgesetz für die Gravitation zuständig, also sagen wir mal, wir hätten 9 Raumdimensionen. 9 minus 1 ist, genau, 8. Also, wäre die Gravitation ab einem bestimmten Abstand, würde die stärker anwachsen, nämlich 1 durch R hoch 8, stärker anwachsen, als die elektromagnetische Kraft. Nur, wenn die Gravitation dort unten bei irgendeinem Längenabstand anwüchse, schöner, schöner Konjunktiv, dann würden sich natürlich viel schneller schwarze Löcher bilden. Uh, so war die Idee. Man spricht hier von den sogenannten Extradimensionen, extra große Extradimensionen. Mit anderen Worten, wir hatten eine mathematisch formulierte Theorie, die eine Vorhersage gemacht hat, dass nämlich der Large Hadron Collider bei den Energien, die er erzeugt, es möglich machen könnte, diese Theorien experimentell zu überprüfen. Und was ist dabei rausgekommen? Nix. Es sind keine schwarzen Löcher entstanden. Ta-ta-ta-ta. Mit anderen Worten, diese Theorien sind tot. Tja, also, der Large Hadron Collider ist eben wie jedes Experiment eine Guillotine, die darüber entscheidet, was übrig bleibt und was nicht. In diesem Fall sind die großen schwarzen Löcher, die am Anfang sogar vor Gericht behandelt wurden, eben inzwischen gestorben. Tut mir leid, vorbei. Rätsel und Kuriositäten in der Welt der allerkleinsten Dinge von Roman Zittlau Die Entdeckung des Higgs-Bosons ist die Sternstunde einer ganz seltsamen Art und Weise, die Welt zu begreifen. Die Suche nach dem Higgs-Teilchen steht für den Versuch, alle Bestandteile des Universums und ihre Veränderungen auf kleinste Objekte zurückzuführen. Objekte, die aufeinander reagieren, indem sie wiederum andere kleinste Objekte miteinander austauschen. Prallen zum Beispiel zwei Elektronen aufeinander, so stellt man sich das nicht wie einen Zusammenstoß von Kugeln vor. Stattdessen nimmt man an, dass Lichtteilchen zwischen beiden Objekten ausgetauscht werden, wodurch sich Flugrichtung und Energie beider Teilchen ändern. Doch das ist nicht alles. Denn was genau diese allerkleinsten Objekte sind, welche abstrusen Eigenschaften ihnen zugesprochen werden können, und nach welchen aberwitzigen Prinzipien die Welt funktioniert, das entzieht sich vollkommen der Intuition und dem Vorstellungsvermögen des Menschen. Materie besteht nicht aus Materie oder Teilchen sind nur manchmal Teilchen und in der restlichen Zeit Wellen sind nur zwei der vielen Sätze, die man bezüglich dieser Problematik immer wieder hört. Die Ursache für die grundsätzlichen Probleme des Menschen mit dem Weltbild der modernen Physik liegt vermutlich darin, dass unser Gehirn in einer Welt entstand, die im Vergleich zum Rest des Universums geradezu simpel ist. Unsere Vorstellungen, Gefühle und Intuitionen entwickelten sich zusammen mit dem Leben an sich in einer Umgebung, die innerhalb der modernen Physik nur noch einen Spezialfall darstellt. Einen Spezialfall, bei dem alle Dinge gerade so mittelmäßig groß, mittelmäßig schwer und mittelmäßig energiereich, also schnell sind, dass die wahre Natur des Universums verborgen bleibt. So wie ein Fisch im Aquarium vermutlich nie verstehen wird, wo er sich befindet oder was außerhalb seiner Welt ist, so hat gewiss auch der Mensch seine Grenzen in Bezug auf sein Verständnis vom Universum. Das fängt bereits bei der Frage an, wieso denn überhaupt etwas da sei und nicht eher nichts. Dass es gar nichts gäbe, also kein Kosmos, wäre ja einfacher, als dass es etwas gäbe und dazu noch so etwas Kompliziertes wie diese Welt. Auch Fragen danach, wie das Universum entstanden sei, ob es schon ewig existiere oder irgendwann einmal angefangen habe, scheinen sich den Menschen auf eine grundsätzliche Art und Weise zu verschließen. Doch das ist nicht das einzige Aquarium, in dem wir leben. Alle Dinge, die wir im Universum beobachten und zumindest ansatzweise verstehen, stellen nur 5% des Universums dar. Von den restlichen 95% wissen wir lediglich, dass es sie geben muss. Man spricht in diesem Zusammenhang von dunkler Energie, 72%, und dunkler Materie, 23%. Selbst innerhalb dieser 5% des Universums, die dem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes einleuchten, lebt der Mensch in einem weiteren Aquarium zwischen zwei verrückten Welten. Da ist der Kosmos, der allergrößten, allerschnellsten und allerschwersten Dinge auf der einen Seite, in dem Uhren gerne einmal stehen bleiben oder Räume wabern, sich krümmen und dehnen. Und auf der anderen Seite befindet sich die Ebene der allerkleinsten Dinge, in der ein einzelnes Objekt gleichzeitig durch zwei verschiedene Löcher fliegen kann, um dann noch mit sich selbst zusammenzustoßen. Wollte man diese Ode an die Beschränktheit des Menschen nur noch auf die Spitze treiben, so könnte man ausführen, dass selbst unsere Alltagswelt zu kompliziert geworden ist, als dass sie ein einzelner Mensch noch ganz zu verstehen vermag oder gar schlimmer, noch nicht einmal unser Innenleben ist etwas, dessen wir uns zum größten Teil bewusst wären. So schrecklich diese Bestandsaufnahme auch sein mag, glücklicherweise scheinen die Gedanken des Menschen nicht so leicht in Aquarien einzusperren zu sein, sodass wir uns in diesem Kapitel dem absurden Theater der Teilchenphysik widmen können und der besonderen Rolle des Higgs-Teilchens dabei. Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist ein Sammelsurium von Theorien über den Aufbau der Materie und über die Kräfte, die zwischen den Objekten im Universum wirken. Es zeigt uns, wie unsere Welt im Innersten funktioniert und warum das Higgs-Teilchen ein notwendiges Puzzlestück zum Verständnis der Welt darstellt. Hierzu soll in einem ersten Schritt die Elementarteilchenphysik in den Gesamtkontext der modernen Physik eingeordnet werden. Die klassische Mechanik nach Newton beschreibt unsere Alltagswelt. Äpfel fallen auf Köpfe. Mit dem Kopf kommt man nicht durch die Wand und wenn man mit dem Rad doppelt so schnell radelt, ist man in der Hälfte der Zeit am Ziel. In Wirklichkeit jedoch ist die klassische Mechanik ein Spezialfall der Physik für mittelgroße und mittelmäßig energiereiche Objekte. Betrachtet man kleinere Teilchen, so stellt man fest, dass man unter Umständen eben doch mit dem Kopf durch die Wand kommt. Jedoch nicht, weil die Wand löchrig wäre. Auf dieser Ebene muss eine grundlegendere Eigenschaft zum Einsatz kommen, die Quantenmechanik, die Wissenschaft von den allerkleinsten Portionen aller Erscheinungen im Universum. Ein Materiequant ist zum Beispiel ein Elektron. Ein Lichtquant wird Photon genannt. Lässt man nun die Objekte der Betrachtung immer energiereicher, also schneller und schwerer werden, so kann es plötzlich passieren, dass man mit dem Fahrrad in einem Viertel der Zeit ans Ziel gelangt, wenn man nur doppelt so schnell fährt. Für solche Objekte ist die Relativitätstheorie die adäquate Beschreibung. Die Elementarteilchenphysik beschreibt also sowohl kleine als auch schnelle Objekte, wodurch die klassische Mechanik in beide Richtungen, schnelle und kleine Objekte, erweitert werden muss. Das Resultat wird Quantenfeldtheorie genannt. Der Aufbau der Materie Die Welt um uns herum scheint aus einer schier unendlichen Menge verschiedener Stoffe zu bestehen. Man braucht nur einmal aufzuzählen, wie viele verschiedene Materialien man bei einem Blick aus dem Fenster sieht. Auf dieser Ebene soll unsere Reise zu den allerkleinsten Bestandteilen der Materie beginnen. Unsere Alltagswelt lässt sich gut mit einer Längenskala beschreiben, die von Kilometern bis Millimetern reicht. Beginnt man die Stoffe unserer Welt in immer kleinere Brocken zu zerschlagen, so stellt man fest, dass die kleinsten von ihnen allesamt verschiedene Zusammensetzungen der immer selben Bausteine sind. Diese Bausteine, Atome genannt, werden im sogenannten Periodensystem der Elemente zusammengefasst. Bemerkenswerterweise wird also die unendliche Vielfalt unserer Alltagswelt auf die diversen Zusammensetzungen von 118 verschiedenen Atomarten reduziert. Interessant dabei ist, dass nur ein Bruchteil dieser Elemente überhaupt in größeren Mengen auftritt. Für die Existenz von Leben können zum Beispiel Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff besonders hervorgehoben werden. Größenordnungsmäßig bewegen wir uns jetzt im Pikometer-Bereich, also bei 10 hoch minus 12 Metern. Ein Sauerstoffatom hat zum Beispiel ein Radius von circa 60 Pikometern. Zum Vergleich sei erwähnt, dass auf der Mikrometer-Ebene Bakterien und im Nanometer-Bereich, 10 hoch minus 9 Meter, DNA-Moleküle gefunden werden. Der Aufbau des Atoms. Heute weiß man, dass all diese Elemente des Periodensystems auf einer kleineren Ebene aus lediglich drei Bausteinen bestehen, den positiv geladenen Protonen, den neutralen Neutronen und den negativen Elektronen. Die ersten beiden Teilchen verleihen den Atomen den Großteil ihrer Masse, während letztere unter anderem für den Strom aus der Steckdose verantwortlich sind. Jedes Element des Periodensystems verfügt nun über eine unterschiedliche Anzahl dieser drei Bausteine, wobei Elektronen und Protonen bei elektrisch neutralen Atomen in gleicher Zahl auftreten. Wasserstoff verfügt zum Beispiel über ein Proton als Kern und ein Elektron als Atomhülle. Es lassen sich folgende kurios klingende Aussagen machen. 99 Prozent der Masse eines Atoms befinden sich in seinem Kern, obwohl der Kern 1000 bis 10.000 Mal kleiner ist als das gesamte Atom. Atomkerne haben Ausdehnungen im Phemtometer-Bereich, das sind 10 hoch minus 15 Meter. Hätte ein Atom die Größe eines Fußballstadions, entspräche der Atomkern einem Kirschkern auf dem Anstoßpunkt. Es lässt sich also feststellen, dass Materie offensichtlich aus enorm viel leerem Raum besteht. Verschaffen wir uns im Folgenden einen Überblick über die bisher besprochenen Größenordnungen. Ununterscheidbarkeit und Stofflosigkeit Trotz der atemberaubenden Vielfalt unserer Welt, kein Mensch gleicht dem anderen, kein Tag ist wie der andere und streng genommen ist jeder einzelne Moment einmalig, trotz dieser Einmaligkeit lässt sich auf der Ebene der kleinsten Teilchen eine vollkommene Ununterscheidbarkeit konstatieren. Alle Protonen im Universum sind perfekte Kopien voneinander. Das gleiche gilt für alle anderen Elementarteilchen. Im Übrigen ist das ein großes Glück für die Wissenschaft, denn so simpel hätte unser Universum gar nicht zu sein brauchen. Entgegen der Intuition vieler Menschen, dass ein Objekt, um zu existieren, aus einem Stoff bestehen muss, werden wir feststellen, dass der größte Teil der Welt absolut stofflos ist, also keine Masse besitzt. Die Assoziation von Massebehaftetheit mit der Existenz von Objekten entkoppelt sich also auf einer tieferen Ebene. Die Existenz von Masse ist demzufolge nichts Selbstverständliches. Die Antwort auf die Frage, was dafür verantwortlich ist, dass einige Objekte Masse besitzen und andere nicht, liegt eben in diesem Higgs-Mechanismus, um den es in diesem Hörbuch geht. Mehr dazu an anderer Stelle. Übrigens, wie wir feststellen werden, wird es für die Existenz von Teilchen nicht einmal erforderlich sein, dass sie real sind. Auch dieses Paradoxon werden wir aufklären. Der Teilchenzoo Nun werden die meisten Menschen das Gefühl bekommen, Neuland zu betreten, denn auf der Ebene der Protonen, Neutronen und Elektronen, letztere sind viel kleiner als Protonen, man vermutet sogar, dass sie punktförmig sind, wurde mithilfe von Experimenten ein regelrechter Zoo weiterer Teilchen gefunden. Dieser besteht aus rund 100 verschiedenen Objekten mit vielen bunten Eigenschaften. Es zeigten sich Teilchen, die fast überhaupt nicht mit dem Rest des Universums reagieren und in gigantischer Anzahl in jeder Sekunde durch die Erde und unsere Körper strömen. Ihre unglaubliche Neutralität verlieh ihnen den Namen Neutrino. Darüber hinaus entdeckte man Teilchen, die um ein Vielfaches leichter oder schwerer als Protonen und manchmal sogar zweifach positiv geladen sind. Einige dieser Objekte scheinen besonders schwere Elektronen zu sein. Verbände sich ein solches sehr schweres Elektron mit einem Proton, so würde das Proton eher um das Elektron kreisen als umgekehrt. Zudem sind Objekte aller Variationen hinsichtlich Ladung, Größe und Gewicht aufgetaucht, die in ihrem Verhalten weder an Protonen noch an Neutronen oder an Elektronen erinnern. Man fand sogar eine ganz neue Art von Materie, die in gewissem Sinne eine gespiegelte oder umgedrehte Version des Materials ist, aus dem unsere Welt besteht, die Antimaterie. Es gibt zu jedem Teilchen einen spiegelverkehrten Partner, der sich in vielen seiner Eigenschaften umgekehrt verhält. Der Spiegelpartner des Protons ist das Antiboton, das genauso schwer und groß wie das Proton, aber negativ geladen ist. Das Elektron korrespondiert mit dem positiv geladenen Positron. Positron und Antiboton können Verbindungen eingehen. So lässt sich im Labor zum Beispiel Antivasserstoff erzeugen und untersuchen. Die Positronen-Emissionstomographie ist sogar ein Beispiel für eine medizinische Anwendung von Antimaterie. Mit diesem exotischen Material lassen sich ganz normale Strukturen aufbauen. Einziges Problem? Kommen Materie und Antimaterie zusammen, so verwandeln sie sich unter einer enormen Lichtexplosion in Energie. Deswegen gehört diese Spiegelmaterie auch nicht zu unserer Welt. Man vermutet, dass sie am Anfang des Universums zerstrahlte. Es scheint so zu sein, dass es glücklicherweise mehr Materie als Antimaterie im Universum gab, sodass unser sichtbares Universum übrig blieb. Die Ursache dafür ist übrigens noch nicht herausgefunden. Last but not least wurden Teilchen identifiziert, die unsere Sicht darauf, wie Kräfte funktionieren, revolutioniert haben. Die Unbeständigkeit des Seins Die auffälligste Eigenschaft, die fast alle Zoobewohner teilen und der Grund, warum sie nicht zu unserem Alltag gehören, ist, dass sie bei weitem nicht länger als einen Wimpernschlag leben. Sie zerfallen innerhalb von bis zu 10 hoch minus 24 Sekunden in andere Teilchen, die wiederum in andere Teilchen zerfallen. Das vollzieht sich so lange, bis am Ende nur noch stabile Elemente übrig sind. Die meisten dieser stabilen Teilchen kennen wir, sind genau die Bausteine, die unseren Alltag ausmachen. Proton, Neutron und Elektron. Der Prozess des Zerfallens ist seltsam und lässt sich nur schwer veranschaulichen. Trotzdem ein Beispiel. Man stelle sich vor, wie das Pausenbrot eines Schulkindes in einem starken Lichtblitz plötzlich in einen Schokoriegel und sofort im Anschluss in einen Apfel überginge. Nun vergegenwärtige man sich noch das Gesicht des Schulkindes während beider Übergänge, dann weiß man, wie sich ein Physiker in Anbetracht der Ergebnisse seiner Experimente fühlt. Wir wissen oft nicht, wieso gewisse Dinge im Universum möglich sind, aber wir wissen, dass sie passieren. Man darf sich an dieser Stelle zu Recht fragen, was das nur für ein seltsamer und unbeständiger Stoff sei, aus dem unsere Welt gemacht ist. Leider wissen wir das nicht. Doch es gibt eine Antwort auf die Frage, wie heutzutage immer noch exotischere Materieformen in unserem langweiligen Universum entstehen können. Wie man aus zwei Teilchen einen großen Teilchensalat macht. Brallen zwei extrem schnelle, also energiereiche Teilchen aufeinander, so verschmelzen sie in gewisser Weise miteinander und bilden ein Energiepaket. Aus diesem Energiepaket erwächst, wenn es energiereich genug ist, ein ganzer Salat von sehr unterschiedlichen und exotischen Teilchen und allesamt fliegen sie in sämtliche Richtungen davon. Doch genauso schnell, wie sie entstanden sind, zerfallen die meisten von ihnen auch wieder in leichtere Objekte und Energie. Schafft man es, diese Prozesse in unseren Detektoren stattfinden zu lassen, so können wir sie beim Entstehen und Vergehen beobachten. Die Beständigkeit der Welt, wie wir sie erleben, ist, so gesehen, etwas Ungewöhnliches. Streng genommen müssen wir Physiker zugeben, dass man sich noch gar nicht sicher darüber ist, ob Protonen wirklich absolut stabil sind. Sie könnten irgendwann zerfallen. Man fand Regeln, nach denen diese kuriosen Umwandlungsprozesse in der Natur stattfinden. Eine von ihnen ist sehr berühmt. Sie lautet E ist gleich m mal c² und wurde von Albert Einstein in seiner speziellen Relativitätstheorie im Jahr 1905 formuliert. Das c steht für die Lichtgeschwindigkeit und das m für die Ruhemasse eines Körpers. Das ist diejenige Masse, die er hat, wenn er sich nicht bewegt. Bewegte Körper besitzen eine größere Masse. Einsteins Gleichung beschreibt, dass massive Objekte entstehen können, wenn man nur genug Energie in ein System pumpt. Genügend Energie steht bereit, sobald die Gleichung m gleich e geteilt durch c² erfüllt ist. Über diese Gleichung lässt sich zudem auch die Masse eines Körpers in Einheiten der Energie angeben. Dabei ist es gebräuchlich, das c² wegzulassen. Die Masse eines Protons beträgt beispielsweise 938 Millionen Elektronenvolt. Ein Elektronenvolt ist eine Einheit der Energie. Die wirklichen Elementarteilchen 1964 nahm man an, dass die meisten der unglaublich vielen neuen Objekte in Wirklichkeit Zusammensetzungen einiger noch viel kleinerer Bausteine sind, die jedoch bis dahin nicht beobachtet worden waren. Die Quarks. Diese Teilchen wurden verrückterweise immer noch nicht einzeln detektiert. Man geht heutzutage sogar davon aus, dass sie auch niemals isoliert beobachtet werden können. Seltsamerweise treten sie immer nur in Gruppen auf. Nichtsdestotrotz konnte mit dem Quark-Modell sehr erfolgreich Physik betrieben werden, sodass es mittlerweile zum Standard-Handwerkzeug eines Physikers gehört. Die Fermionen. Als Fermionen bezeichnet man vereinfacht gesagt alle Teilchen, die die Materie aufbauen. Beginnen wir mit demjenigen Bestandteil dieses Modells, den jeder Hörer dieses Buches kennen dürfte, dem Elektron. Es ist das einzige Element des alten Weltbilds, das heute immer noch den Status eines Elementarteilchens genießt. Es ist ein leichtes Teilchen, ein Lepton. Hierzu gehört auch das Neutrino, jenes geheimnisvolle Teilchen, das sekündlich in astronomischer Zahl unsere Körper durchflutet. Dann gibt es die Barionen, die schweren Teilchen. Das sind die Protonen und die Neutronen beispielsweise. Sie sind wiederum aufgebaut aus den Quarks. Eine Kombination dieser Quarks bilden eben genau die uns bekannten Protonen und Neutronen. Upquarks haben eine positive elektrische Ladung von zwei Dritteln der Ladung eines Protons, Downquarks von minus einem Drittel. Ein Proton besteht aus zwei Abquarks und einem Downquark. Gesamtladung, eine Protonladung. Zweimal zwei Drittel gibt vier Drittel, minus einem Drittel gibt drei Drittel, also eins. Neutronen dagegen haben zwei Downquarks und ein Abquark. Zwei Downquark heißt zweimal minus ein Drittel ist minus zwei Drittel. Ein Abquark hat plus zwei Drittel, minus zwei Drittel, plus zwei Drittel gibt. Sie sagen es Null. Also sind Neutronen elektrisch neutral. Protonen und Elektronen sind erstaunlicherweise gleich stark, wenn auch entgegengesetzt geladen. Es zeigt sich, dass diese vier Bausteine unserer Welt Verwandte haben, die sich ähnlich verhalten, aber viel schwerer sind. Sie bilden weitere Generationen von Elementarteilchen. Also wir haben einerseits das Elektron und dazu gehören noch das Myon und das Tauern. Und zu jeder dieser Teilchengenerationen gehört eine bestimmte Neutrino-Generation. Also es gibt ein Elektron-Neutrino, ein Myon-Neutrino und ein Tauern-Neutrino. Ja und dann gibt es die Quarks. Die sechs bisher behandelten Teilchen, also die Leptonen, sind Bausteine, die völlig unabhängig von anderen Teilchen existieren und die kleinsten bisher entdeckten Materieeinheiten darstellen. Quarks hingegen, also Up und Down, zum Beispiel sind nur in Zweier- oder Dreiergruppen Bestandteil der Materie. Im ersten Fall nennt man das entstehende Teilchen ein Meson, ein mittelschweres Teilchen. Im zweiten ein Baryon, ein schweres Teilchen. Die Quarks und ihre Zusammensetzung sind die Erklärung dafür, dass es so unglaublich viele kleine Objekte neben den Protonen gibt. Alle aus Quarks bestehenden Teilchen werden Hadronen genannt. Die Theorie der Quarks ist eine Kuriosität. Sie ordnet den Quarks elektrische Ladungen zu, die nur einem oder zwei Drittel der Ladung einer üblichen Elementarladung entsprechen. Zudem haben Quarks weitere Ladungen, die nicht elektrischer Natur sind. Man nennt sie Farbladungen. Sie werden später mit jener Kraft in Verbindung gebracht, welche Atomkerne zusammenhält. Farbladungen kommen in drei Versionen vor, die symbolisch mit den Farben Grün, Blau und Rot repräsentiert werden. Zudem gibt es zu jeder Farbladung eine Antifarbladung. Es existieren also beispielsweise grüne und antigrüne Quarks. Treten alle drei Farben oder Antifarben zusammen auf, so sind sie nach außen hin nicht mehr sichtbar. Der Gebrauch von Farben in der Theoriebildung ist nicht wörtlich zu verstehen und wird nur dadurch motiviert, dass Blau, Rot und Grün zusammen Weiß ergeben. Dasselbe Ergebnis, also Weiß, stellt sich in der Quark-Theorie ebenfalls ein, wenn eine Quark-Farbe mit ihrer Antifarbe verbunden wird. Es gilt, jedes Objekt, das aus Quarks besteht, muss nach außen hin farblos, also weiß sein. Der Grund, diese Theorie setzt zwingend die Existenz einer Farbladung voraus, nur leider wurde eine solche noch nie beobachtet. Man vermutet, dass die Welt womöglich so gestrickt ist, dass Farbladungen immer in solcher Weise zusammen auftreten, dass sie von außen betrachtet nicht mehr sichtbar sind. Diese Theorie funktioniert wunderbar. Die dritte Kuriosität dieser Objekte besteht darin, dass Quarks überhaupt existieren sollen. Abstruserweise besagt die Theorie, dass diese Teilchen nie einzeln beobachtet werden können und immer nur in solchen Anordnungen auftreten, dass keine elektrischen Drittelladungen oder Farbladungen nach außen hin wirksam sind. Das heißt, wir werden diese Teilchen und ihre seltsamen Eigenschaften niemals isoliert betrachten können. Der Grund dafür ist nicht weniger wunderlich. Normalerweise gilt, je weiter zwei Objekte voneinander entfernt sind, desto weniger haben sie miteinander zu tun. Bei den Quarks ist es genau umgekehrt. Je weiter sie sich voneinander entfernen, desto stärker ziehen sie sich an. Versucht man also, zwei Quarks voneinander zu trennen, so werden die Wechselwirkungen zwischen ihnen so gigantisch, dass aus dieser Energie heraus zwei neue Quarks geboren werden. Aus einem Quarkpaar entstehen zwei. Seltsame Theorien sind der Normalfall. Man fragt sich an dieser Stelle zu Recht, wie man auf eine solche Idee kommt, dass die kleinsten beobachtbaren Teilchen in Wirklichkeit aus noch kleineren, nicht beobachtbaren Teilchen bestehen sollen, die ganz seltsame Eigenschaften haben, welche wir niemals zu Gesicht bekommen werden, weil sich diese kleinen Teilchen aus komplizierten Gründen immer gerade so anordnen, dass ihre Besonderheiten verborgen bleiben. Als Physiker kann man hier nur versuchen, beschwichtigend zu wirken. Zahllose Experimente und die Widerspruchsfreiheit des physikalischen Weltbildes erforderten es im Laufe der Wissenschaftsgeschichte noch viel verrücktere Dinge zu postulieren. Man denke nur daran, dass es heutzutage bereits zur Standardfolklore gehört, anzunehmen, dass der Raum zwischen allen Dingen im Universum permanent wächst und sich deswegen so gut wie alle Galaxien von unserer eigenen wegbewegen. Oder man nehme unsere Sonne. Dass sie so hell und schön erscheint, erklärt sich die Physik damit, dass die Wasserstoffkerne, die in ihr verschmelzen, in Wirklichkeit nicht nur kleine Kügelchen sind, sondern auch Wasserwellen gleichen. Ein Wasserstoffkern ist beides. Der Stein, den man ins Wasser wirft und die kreisförmige Welle, die daraufhin im Wasser entsteht und sich nach allen Seiten hin ausbreitet. Es kommt noch eine neue Eigenschaft hinzu. Eine Welle auf der Ebene der Quantenobjekte besitzt die Fähigkeit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jede Barriere zu durchdringen, so als würde es einen Tunnel geben, der sich gelegentlich für sie öffnet. Dieser Sachverhalt ist als Tunneleffekt bekannt und die unumgängliche Voraussetzung dafür, allein schon so etwas Alltägliches wie unsere Sonne zu erklären. Vor diesem Hintergrund fällt es vielleicht auch dem skeptischen Hörer leichter, die Seltsamkeit der Quark-Theorie und dessen, was noch folgt, zu akzeptieren. Tja, so wie Leptonen treten also auch die Quarks rätselhafterweise in drei Generationen auf, das Up-Quark hat noch viel massereichere Verwandte, Charm und Top, und auch das Down-Quark ist mit anderen Quarks verwandt, dem Strange und dem Beauty. In Wirklichkeit sind es mehr. Bevor wir uns der Rolle der restlichen Teilchen des Standardmodells widmen, insbesondere derjenigen des Higgs-Teilchens, es ist vielleicht Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu resümieren, wie viele Elementarteilchen es tatsächlich gibt. In Wirklichkeit ist unsere Liste bis jetzt unvollständig. Sie muss erweitert werden, um auch die Existenz von Antimaterie zu erfassen. Die Antimaterie ist ja eine Art Spiegelbild gewöhnlicher Materie. Das heißt, es gibt zu jedem Quark und jedem Lepton ein Spiegelteilchen. Neben den insgesamt zwölf Quarks und Leptonen finden sich also genauso viele Anti-Quarks und Anti-Leptonen, was eine Zahl von 24 ergibt. Wir haben jedoch etwas vergessen, weil jedes Quark drei verschiedene Farben oder Antifarben haben kann, erhöht sich die zuvor berechnete Zahl auf 48 Quarks und Leptonen. Hinzu kommen die bisher nicht besprochenen Teilchen des Standardmodells, die insgesamt mit zwölf zu Buche schlagen. Das liegt daran, dass diese Austauschteilchen mit verschiedenen Ladungen und Farbkonfigurationen auftreten. Die Krönung, aber nicht das Schlusslicht der Auflistung, bildet das Higgs-Teilchen, von dem mindestens eines da sein sollte. Daraus ergibt sich eine absurd hohe Anzahl von Elementarteilchen, nämlich 61. Als wäre das nicht genug, müssen wir noch weitere Teilchen voraussetzen, von denen wir noch nichts wissen. Aus ihnen setzt sich die dunkle Materie zusammen. Wir glauben, dass deshalb, weil die bekannte Materie in unserem Universum sich so verhält, das sieht man sehr deutlich am Drehverhalten von Galaxien, als gäbe es da draußen einen gigantischen Vorrat an Material, das sich uns nur in einer einzigen seiner Eigenschaften zeigt, seiner Schwerkraft. Bis die Liste der Elementarteilchen abgeschlossen ist, könnte also noch viel Zeit vergehen. Möglicherweise werden wir die letzten Geheimnisse des Universums nie lüften. Ein Grund dafür ist, dass wir Menschen letztendlich auf unser Aquarium begrenzt sind. Ein anderer vielleicht, dass das Universum die Eigenschaft haben könnte, dass einige seiner Rätsel nicht mit den Mitteln, die das Universum selbst bereitstellt, gelöst werden können. Auch hierzu gibt es Beispiele, das Innere von schwarzen Löchern oder die Größenbestimmung von Elektronen oder Quarks, um nur einige zu nennen. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Diese von Johannes Kepler im 16. Jahrhundert formulierte Frage soll uns zu den letzten Teilchen leiten. Es gilt die Frage zu beantworten, welche Kräfte zwischen den Bestandteilen des Universums wirken. Aus unserem Alltag kennen wir Kräfte wie die Schwerkraft. Elektrische Abstoßungs- oder Anziehungskräfte und magnetische Kräfte, auf denen etwa die Funktionsweise des Kompasses basiert. Aus der Schulzeit weiß man vielleicht noch, dass sich Kräfte über große Räume ausbreiten können und man sie mit Hilfe von Feldlinien visualisieren kann. Ein solches Feldlinienbild zeigt Richtung und Stärke einer Kraft an verschiedenen Orten um die Kraftquelle herum an. Doch woher wissen die Teilchen eigentlich voneinander? Da gibt es Austauschteilchen. Sie sind in gewisser Weise Botschafter zwischen den Bausteinen der Materie. Sie vermitteln Kräfte und werden in der Physik Bosonen genannt. Also, nochmal ganz kurz, sozusagen in zwei Sätzen zusammengefasst. Die Materie wird aufgebaut aus Fermionen. Das sind zum Beispiel die Elektronen, die Protonen und die Neutronen. Die Kräfte zwischen den Teilchen werden vermittelt durch die Bosonen. Also, Fermionen und Bosonen bilden praktisch das gesamte Inventar des Universums. Die Gravitation Man unterscheidet in der modernen Physik zwischen vier Grundkräften. Die Schwerkraft ist eine Kraft, die zwischen allen massebehafteten Teilchen wirkt. Obwohl sie die einzige Kraft ist, die Einfluss auf die Struktur des Universums hat, also bei der Bildung von Galaxien, der Entstehung von Sonnensystemen, wird sie in der Elementarteilchenphysik vernachlässigt. Der Grund, sie ist im Vergleich zu den anderen Kräften fast unendlich schwach. Man nehme nur den Apfel, der Newton bekannterweise auf den Kopf fiel. Hätte Newton diesen Apfel aufgehoben, um ihn zu bewundern, so hätte sich seine Muskelkraft gegen die Schwerkraft der gesamten Erde durchgesetzt. Dies ist möglich, da die Arbeit von Muskeln auf elektrischen Kräften basiert. Bildhaft könnte man sich den Vergleich der Stärke der Gravitation mit der stärksten der vier bekannten Kräfte, der sogenannten starken Kernkraft, so vorstellen. Entsprächen der Gravitation und der starken Kernkraft zwei Gewichtsstücke des gleichen Materials, die man auf die zwei Schalen einer Balkenwaage legte, so wäre das der Schwerkraft entsprechende Gewichtsstück so groß wie ein Proton, während das Pendant der starken Kernkraft die Größe des gesamten bekannten Universums hätte. Man nimmt an, dass gewisse Teilchen namens Gravitonen die Vermittlung der Schwerkraft übernehmen, man konnte sie aber noch nicht nachweisen. Warum die Gravitationskraft im Vergleich zu allen anderen Kräften so unfassbar schwach ist, bleibt ein ungelöstes Rätsel der Physik. Für die großräumige Struktur des Universums ist allein die Gravitationskraft von Bedeutung, da sie nicht abschirmbar ist. Elektrische und magnetische Kräfte werden in der modernen Physik als zwei Facetten einer einzigen Kraft beschrieben, der elektromagnetischen Kraft. Mit den Botschaftern dieser Kraft hat jeder Mensch jeden Tag zu tun, den Lichtteilchen, den Photonen. Die elektromagnetische Kraft wirkt nur zwischen Teilchen mit einer elektrischen Ladung. Damit wirkt sie, zum Beispiel zwischen allen Quarks, aber nicht immer zwischen ihren Kompositionen, den Hatronen. Zwischen Protonen und Neutronen gibt es beispielsweise keine elektromagnetischen Kräfte. Neutrinos springen ebenfalls nicht auf Photonen an. Wie in der Geschichte mit Newtons Apfel beschrieben, sind elektromagnetische Kräfte so stark, dass man sich darüber wundern muss, warum nicht alle Atomkerne mit mehr als einem Proton im Kern auf der Stelle explodieren. Der Mechanismus, der eben das verhindert und somit die Welt im Innersten zusammenhält, ist die besagte starke Kernkraft. Die starke Kernkraft, wie der Name schon besagt, ist die Reichweite dieser Kraft auf Abstände der Größenordnung eines Atoms beschränkt, also auf ungefähr 10 hoch minus 15 Meter. Dafür ist dieser Mechanismus jedoch dermaßen mächtig, dass er alle anderen Kräfte in den Schatten stellt. Das dazugehörige, vermittelnde Teilchen ist das Gluon. Die starke Kraft wirkt nur zwischen Objekten, die eine Farbladung besitzen. Somit kommt sie zwischen allen Quarks und sämtlichen Teilchen, die sich aus ihnen zusammensetzen, zum Zug. Es gibt jedoch eine Bedingung. Die Objekte müssen sich einander stark genug nähern, damit die starke Kraft zuschnappt. Die schwache Kernkraft Mit dieser Kraft werden unter anderem radioaktive Zerfälle erklärt. Sie wirkt ebenfalls nur zwischen Objekten, die sich sehr nahe kommen. Die Austauschteilchen der schwachen Kraft sind das Z-Null-Teilchen, wobei hier die Null dafür steht, dass dieses Objekt keine elektrische Ladung trägt, und das positiv oder negativ geladene W-Teilchen. Das soll an dieser Stelle genügen. Und es gibt einen Unterschied zwischen den Austauschteilchen der starken und elektromagnetischen Kraft auf der einen Seite und denjenigen der schwachen Kraft auf der anderen Seite. Z- und W-Teilchen besitzen eine Masse. Photonen und Kluonen sind jedoch völlig masselos. Dieser Sachverhalt ist ein weiterer Hinweis darauf, dass ein Mechanismus existieren müsse, der solche Unterschiede erklärt. Dies bringt uns dem Higgs-Teilchen wieder einen Schritt näher. Austauschteilchen Nun geht es ans Eingemachte. Was hat es mit diesen Vermittlern auf sich? Woher kommen sie und wie lassen sie zwei Teilchen von der Existenz des jeweils anderen wissen? Um die diesen Austauschteilchen zugrunde liegende Idee zu verstehen, stelle man sich folgende Szene vor. Bekommt man einen Tennisball gegen den Kopf geworfen, so kann man meistens ziemlich genau sagen, woher der Ball kam und wie stark die Person wohl ist, die ihn warf. Man hat genug Informationen, um zu entscheiden, ob man sich mit dem Ballwerfer anlegen möchte oder nicht. In gewissem Sinn ist der Tennisball hier ein Austauschteilchen. Austauschteilchen Auf eine solche Weise arbeiten die Vermittler der vier physikalischen Grundkräfte. Sie entstehen zwischen zwei Objekten und werden von ihnen absorbiert. Der Unterschied zum Tennisball besteht darin, dass der Ball ein real existierendes Objekt ist und durch nichts seiner Existenz beraubt werden kann. Austauschteilchen dagegen existieren in einer Art Grauzone zwischen Sein und Nichtsein. Das verleiht ihnen den Status sogenannter virtueller Teilchen. Wie das sein kann, soll im Folgenden dargelegt werden, doch zuvor noch ein Hinweis. Die hier präsentierten Vorstellungen über das Geschehen auf der Ebene der allerkleinsten Objekte sind eine Veranschaulichung der abstrakten und unanschaulichen mathematischen Strukturen, anhand derer bisher sehr viele Beobachtungen mit einem einzigen Modell erklärt werden konnten. Physikalische Modelle sind abstrakte Mathematik. Das heißt, man muss sie oft vereinfachen, wenn man sie sich halbwegs vorstellen will. Dadurch verlieren die Modelle allerdings auch an Präzision und der Gültigkeitsbereich ihrer Aussagen schrumpft. Selbstverständlich steht es jedem Menschen frei, die funktionierenden Formen so zu verbildlichen, wie sie für ihn selbst am meisten Sinn ergeben. Übrigens beruht das hier vorgestellte Konzept von virtuellen Teilchen auf dem Unschärfeprinzip des Physikers Werner Heisenberg. Man kennt dieses Prinzip vielleicht als Aussage darüber, dass Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig genau messbar sind. Kennt man eine dieser Größen genau, so wird die andere unpräzise. Eine ebensolche Aussage lässt sich über die Schwankung der Energie eines Teilchens und die Zeit, während der seine Energie gemessen wird, machen. Genauer gesagt, das Produkt aus der Energieschwankung und Zeit unterschreitet nie den Wert H quer halbe. Das ist ein Wert, der sich auf 5,27 mal 10 hoch minus 35 Joule Sekunde beläuft und damit für den weiteren Verlauf dieses Hörbruchs, glaube ich, von nicht besonders großer Relevanz ist. Es ist einfach unglaublich klein. Die Möglichkeiten, die aus dieser Energieunschärfe resultieren, sind atemberaubend. Bleibt die Zeit nur kurz genug, also klein genug, so kann innerhalb der daraus entstehenden Energieunschärfe ein Teilchen dieser Energie entstehen, ohne dass das Universum dauerhaft von dessen Existenz wüsste. Die Heisenbergsche Unschärferelation stellt also eine Art Hintertürchen dar, die dem Universum erlaubt, seine eigenen Gesetze und Erhaltungssätze ein wenig zu beugen. Es wird dem Universum nicht als Regelverstoß gewertet, wenn etwas aus dem Nichts entsteht, eine Information überträgt und wieder zu Nichts zerfällt. Das ist die Funktionsweise von Kräften. Woher virtuelle Teilchen kommen, ist vom Typ her die gleiche Frage wie diejenigen, woher Materie und Energie stammen oder warum das Universum existiert. Darauf weiß die Physik keine Antwort. Jedoch lässt sich feststellen, dass es ohne ein Prinzip wie die Heisenbergsche Energieunschärfe schwer erklärbar wäre, wie die nötige Energie für das Aufkommen von Vermittlerteilchen aufgebracht werden könnte. Wem das zu unglaubwürdig erscheint, der möge sich von folgendem Experiment überzeugen lassen. Der Kasimir-Effekt Die seltsame Existenzform von virtuellen Teilchen zeigt sich deutlich im Kasimir-Effekt. Stellt man zwei elektrisch leitende Platten parallel zueinander im Vakuum auf, lässt sich beobachten, dass sie sich anziehen. Die Kraft, die beide Platten zusammenpresst, kann jedoch auf keine bekannte Größe zurückgeführt werden. Es gibt trotzdem eine Erklärung, die genauso simpel wie absurd erscheint. Aufgrund der Heisenbergschen Energieunschärfe ist das Vakuum in Wirklichkeit gar kein Vakuum, sondern gefüllt mit virtuellen Teilchen, die andauernd entstehen und vergehen. Und noch mehr. Das Vakuum zwischen den Platten erweist sich als ein anderes Vakuum als dasjenige außerhalb der Platten. Der Grund? Die Wellennatur von Quantenobjekten bringt es mit sich, dass jedes Teilchen über eine Wellenlänge verfügt. Eine Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei Wellenbergen, wie man sie bei Wasserwellen beobachten kann. Die elektrische Leitfähigkeit der Platten bewirkt nun, dass sämtliche virtuellen Photonen, also die Lichtteilchen, deren Wellenstruktur nicht genau zwischen die beiden Platten passt, von den Platten absorbiert werden. Die Konsequenz daraus ist, dass sich zwischen den Platten zahlenmäßig weniger Wellenstrukturen einstellen können als außerhalb der Platten, wo es keine Begrenzungen gibt. Das äußere Vakuum ist also vielfältiger und reichhaltiger als das dazwischenliegende. Der Effekt? Der Druck der virtuellen Photonen außerhalb der Platten ist größer als derjenige zwischen den Platten. Sie werden zusammengedrückt. Virtuelle Teilchen nehmen folglich einen besonderen Platz in unserem Universum ein. Einen Platz zwischen Leben und Tod, wenn man so will. Sie sind dem Leben zu nah, um keine Spuren zu hinterlassen und doch zu tot, um eine greifbare Präsenz darzustellen. Transferiert man jedoch nur genug Energie in ein System oder einen Raum, so können diese virtuellen Teilchen die Schwelle zur Existenz überschreiten und verfangen sich in unseren Detektoren. Dies ist der Grund dafür, dass erst so ein gigantischer Apparat wie der Large Hadron Collider gebaut werden musste, um das Higgs-Teilchen nachzuweisen. Während es als virtuelles Teilchen unbemerkt im Hintergrund arbeitet, hat es, sobald es die Schwelle zur Existenz überschreitet, eine Masse von ca. 126 Giga-Elektronenvolt. Das entspricht rund 126 Protonenmassen. Richtiger wäre es zu sagen, dass das Higgs-Teilchen eine Anregung des Higgs-Feldes ist, das im Hintergrund arbeitet. Fassen wir zusammen. Woraus besteht also Materie? Der größte Teil davon besteht aus etwas, was wir Raum nennen. Was Raum genau ist, bleibt noch zu klären. Zumindest ist er nicht einfach nur ein Hintergrund, sondern er kann sich dehnen und krümmen. Zusammen mit dem, was wir Zeit nennen, bildet er ein Geflecht, das im Extremfall eine Sekunde zu 100 Jahren verzerren kann. An jedem Punkt dieses Raumes entstehen und vergehen in jeder Sekunde Teilchen, die gar nicht da sein dürften und die im Grunde genommen gar keine solchen Teilchen sind, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Materie ist an Masse geknüpft. 99% der Masse eines Atoms stecken im Kern. Und 99% der Masse des Kerns entsprechen gar nicht der Masse seiner Bestandteile, sondern sind ein Effekt der Wechselwirkungsenergie seiner Quark-Bausteine. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Was wir also in Wirklichkeit anfassen, wenn wir unser Bierglas heben, ist die manifestierte Energie der Wechselwirkungen, die seine ultraleichten Bestandteile aufeinander ausüben. Auf diese Weise entsteht der größte Teil der Masse eines Körpers. Das gleiche gilt für das gesamte sichtbare Universum. Was unerklärlich bleibt, von den rund 1000 Millionen Elektronenvolt eines Protons entfallen gerade einmal 15 Millionen Elektronenvolt auf seine drei Quarks. Ohne diesen kleinen Rest an Masse gäbe es keine Galaxien, Sterne oder Planeten. Erst diese 15 Einheiten an Masse verwandeln einen strukturlosen Energiebrei in ein Universum, wie wir es heute beobachten und bestaunen können. Von Raum und Energie allein ließe sich schlecht leben. Doch woher stammt dieser kleine Rest, der den großen Unterschied ausmacht? Und hier kommt er ins Spiel. Der Higgs-Mechanismus. Er ist es, der unsere Welt davor bewahrt, in Raum und Energie zu zerfließen. Er verleiht den Quarks, Leptonen und einigen Bosonen Masse und lässt sie so zur Ruhe kommen. Masselose Teilchen können sich nämlich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, was eine sehr schlechte Rahmenbedingung für die Entstehung von Strukturen ist. Nun haben wir unser Ziel in einer ersten Annäherung ins Visier genommen. Dabei ist interessant zu beobachten, dass von den großen Mengen an verschiedenen Teilchen, die auf jeder Ebene der Größenskala existieren, jeweils immer nur ein verschwindend kleiner Bruchteil nötig ist, um die Welt, in der wir leben, aufzubauen. Gleichwohl hat das physikalische Weltbild, so selbstsicher es daherkommen mag, auch seine Schwächen. Man mag den Eindruck gewinnen, dass viel erklärt worden ist. Die Welt bestehe aus Protonen, Elektronen, positiven wie negativen Ladungen. Im Grunde genommen einfach aus einer gewaltigen Menge Energie in verschiedenen Formen. Aber was ist Energie? Und was genau soll denn eine elektrische Ladung sein? Welche Form der Existenz hat sie und warum sind Protonen und Elektronen exakt gleich stark geladen? Ein Proton besteht aus drei Quarks. Ein Elektron hingegen wird als Punktteilchen angenommen und trotzdem passen sie perfekt zusammen. Wie kann das sein? Warum kommen Quarks und Leptonen in drei Generationen vor und woher stammen sie letztendlich? Zu viele solcher Fragen lassen sich nur schlecht oder gar nicht mit den Mitteln der Physik beantworten. Das moderne physikalische Weltbild arbeitet mit abstrakten Definitionen, Zahlen und Relationen. Seine Antworten und Erklärungen können daher als sehr unbefriedigend und unvollständig empfunden werden. Nichtsdestotrotz liefert uns die Naturwissenschaft atemberaubende Erkenntnisse. Der Higgs-Mechanismus verleiht den Quarks und Leptonen ihre Ruhemasse. Später werden wir sehen, dass zu diesem Mechanismus unser Higgs-Teilchen und ein sogenanntes Higgs-Feld gehören. Genau genommen ist es das Higgs-Feld, das die Ruhemasse der Materiebausteine erzeugt. Wie es das exakt macht, ist noch nicht geklärt. Wir wissen jedoch, dass es seine Arbeit ziemlich gut verrichtet. Würde das Higgs-Feld den Quarks nur einen kleinen Bruchteil weniger oder mehr Masse verleihen, so wäre intelligentes Leben im Universum niemals möglich gewesen. Sämtliche Naturkonstanten des Universums sind dermaßen fein auf Leben eingestellt, dass selbst kleinste Änderungen an nur einer einzigen von ihnen unsere Welt sofort in einen unbewohnbaren Ort verwandeln würde. Es ist höchst beeindruckend, welch allumfassende, haargenaue Feinabstimmung im Universum beobachtet werden kann. Es ist so spannend wie bitter, dass der Grund dafür unbekannt ist und vielleicht auch immer unbekannt bleiben wird. Ja, das ist der Wahnsinn, diese Elementarteilchenphysik, überhaupt diese ganze Suche nach den Grundbausteinen der Materie, das ist ja das ganz große Kino der Physik. Das muss man ja mal sagen. Also, wenn man da mal für einen winzigen Moment noch mal viel weiter zurückgeht als nur im 20. oder 19. Jahrhundert, dann kann man sich mal fragen, wann hat denn das angefangen, die Suche nach den Urbausteinen? Da kommt man bei den alten Griechen. Vor zweieinhalbtausend Jahren haben die angefangen und haben sich überlegt, Mensch, aus was könnte denn die Welt bestehen? Also, dahinter stand der Gedanke, kann ich also als griechischer Philosoph die Welt auch verstehen, ohne dass ich gleich bei den Göttern nachfragen muss? Also, kann ich mich meines eigenen Verstandes bedienen? Reicht der aus, um die Welt zu verstehen? Dann kamen die ja mit den vier Elementen, Wasser, Luft, Feuer und Erde und so weiter. Stellte sich dann ein bisschen schwierig raus, weil das doch alles so verwandelbar war. Dann kamen Demogrid und Leukyp und haben sich überlegt, ja, vielleicht besteht die Welt ja aus Atomos, also aus unteilbaren Teilchen, die irgendwie miteinander zusammenhaken. Also, die brauchten praktisch nur noch Atome und das nichts. Das wären so kleine Teilchen, die würden irgendwie zusammenhängen. So stellte man sich das vor. Ja, aber dann war auch erst mal für fast 2000 Jahre Ruhe. Da passierte gar nichts. Unglaublich. Warum? Ja, es liegt daran, weil diese Dinger so klein sind. Man brauchte überhaupt erst mal die Technologie, um diesen ganz kleinen, allerkleinsten Teilchen überhaupt mal näher zu kommen. Das begann dann damit, dass man ein Mikroskop hatte. Dann stellte man schon fest, aha, da unten, also da gibt es schon irgendwas, was sehr klein ist, was unsere Augen nicht sehen können. Und diese großen Beschleunigeranlagen, die wir hier vor uns haben, sind nichts anderes als ganz besonders riesengroße Mikroskope, die aber ganz besonders fein schauen können. Denn es hat sich rausgestellt in der Physik, dass Energie umgekehrt proportional zur Länge ist. Also wenn man etwas sehr, sehr energiereich ist, dann muss man sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Das heißt also, die großen Beschleunigeranlagen, die schauen einfach nur genau hin. Das sind gewaltige Mikroskope, Mikroskope für Elementarteilchen. Und letztlich ist es schon sehr verwunderlich, dass ein Lebewesen wie wir, das ja über ganz ordentliche, sagen wir mal, Bewusstseinsfähigkeiten verfügt, sich, obwohl er ja schon genug Probleme in seiner normalen Welt hat, also der Welt, mit der er er oder sie tagtäglich zu tun hat, nämlich der Welt der Kilogramm, der Meter, der Sekunde und so weiter, dass aber dieses Lebewesen in der Lage ist, mit Hilfe einer Sprache, die unabhängig von ihm ist, nämlich mit der Mathematik, sich in Wirklichkeitsräume hineinzutrauen, die unglaublich weit weg sind von seiner Erfahrung. Also worüber wir hier jetzt gesprochen haben, diese Teilchen, von denen jetzt noch gleich noch viel mehr die Rede sein wird, die sind so winzig, dass man sie nicht sehen kann. Ich habe noch in der Schule gelernt, und man kann Atom nicht sichtbar machen. Heute kann man sie sichtbar machen, aber Atomkerne kann man nicht sichtbar machen. Und dass Atomkerne wiederum aus Quarks bestehen, das findet man in den Experimenten immer nur indirekt. Alles ist indirekt. Aber diese indirekten Hinweise passen so gut zusammen, dass unsere Theorien über den Aufbau der Materie immer besser und besser und besser werden, immer genauer und genauer überprüft werden können. und wir wirklich der alten Faustfrage, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, dieser Frage wirklich näher kommen. Die Frage ist, was wir mit der Antwort machen. Denn so wie Roman das eben erklärt hat, bleiben ja am Ende nur noch virtuelle Teilchen übrig, die kommen und gehen, wie sie wollen, und ein Vakuum, das je leerer es ist, umso aktiver ist. Der Wahnsinn. Aber jetzt treffen sich zwei Protonen. Von Judith Selig Wir befinden uns in der malerischen Schweiz an der Grenze zu Frankreich. Hier in der Nähe von Genf liegt das kleine, unscheinbare Städtchen Meirin. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Niemand würde vermuten, dass hier die schnellste Rennbahn der Welt zu finden ist. Gebaut wurde sie von der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Und sie hat die Anlage gut versteckt. Genauer gesagt, vergraben. Die Rennstrecke befindet sich gut 100 Meter unter der Erde. Es ist ein Rundkurs mit einer Länge von fast 27 Kilometern. Die Bahn besteht aus acht Kreisbögen, zwischen die man acht gerade Stücke gesetzt hat. Sie ist also kein perfekter Kreis. So etwas ist nicht ganz billig. 5 Milliarden Schweizer Franken hat das Projekt gekostet. Das sind etwa drei Milliarden Euro. Für so viel Geld kann man mehr als nur eine Rundstrecke unter die Erde schaffen. Zum Beispiel den größten Kühlschrank der Welt. Dazu braucht man noch 40.000 Leitungen, von denen keine einzige auch nur das kleinste Leck haben darf, denn durch sie fließen 120 Tonnen flüssiges Helium als Kühlmittel. Damit befindet sich dort auch der kälteste Ort im ganzen Universum. Mit Hilfe des Heliums wird der gesamte Komplex auf minus 271 Grad Celsius, also 2 Kelvin, abgekühlt. Das sind gerade einmal zwei Grad über dem absoluten Nullpunkt. Die kleinste Temperatur, die überhaupt erreicht werden kann, beträgt minus 273 Grad Celsius, also 0 Kelvin. Im Weltall hat es dagegen im Durchschnitt noch lauschige minus 270 Grad Celsius, also 3 Kelvin. Einen Namen braucht das Ganze natürlich auch noch. Man nennt es Large Hadron Collider, zu Deutsch großer Hadronenspeicherring. Da stellt sich die Frage, wer oder was bewegt sich auf dieser unterirdischen Bahn in so einer Eiseskälte? Die Antwort Protonen. Also die positiv geladenen Kerne von Wasserstoffatomen. Wenn sie ihre maximale Geschwindigkeit erreicht haben, bewegen sie sich mit 99,9999991% der Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass die Protonen pro Sekunde 11.245 Runden auf dem Kurs drehen. Wie gesagt, es ist die schnellste Rennbahn der Welt. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten geben Physiker lieber die Energie der Teilchen an, als deren Geschwindigkeit. Das hat mit der speziellen Relativitätstheorie Energie zu tun. Diese besagt, dass sich nichts, was eine Masse hat, mit 100% Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Man kann also unendlich viel Energie in ein Proton stecken, es wird aber nie Lichtgeschwindigkeit erreichen. Deswegen ändert sich bei hohen Energien die Geschwindigkeit nur noch minimal. Ein Proton mit einer Energie von 450 Milliarden Elektronenvolt bewegt sich mit 99,9999782% eines mit einer Energie von 7000 Milliarden Elektronenvolt mit 99,9999991% der Lichtgeschwindigkeit. Ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Proton oder ein Elektron erhält, wenn es eine Spannung von einem Volt durchläuft. Zurück zum LHC. Zuerst werden die Protonen durch mehrere kleinere Ringe geschickt, in denen sie auf ihre endgültige Geschwindigkeit beschleunigt werden. Dann erst dürfen sie in den großen Tunnel. Dort laufen zwei Teilchenstrahlen in gegenläufiger Richtung im Kreis und werden an bestimmten Stellen zur Kollision gebracht. 9.593 Magnete sind nötig, um die Teilchen auf ihren Bahnen zu lenken und zu fokussieren. Natürlich muss verhindert werden, dass die Protonen mit anderen Teilchen zusammenstoßen und so wieder abgebremst werden. Deshalb wird in der Röhre ein Vakuum erzeugt, in dem die ganze Luft aus dem Parcours herausgepumpt wird. Dann befinden sich in dem Beschleunigerringen weniger Teilchen als im Raum zwischen den Planeten. Es ist also nicht nur der kälteste, sondern auch der leerste Raum unseres Sonnensystems. Die Protonen erhalten durch die Beschleunigung eine maximale Energie von 7 Billionen Elektronenvolt. Prallen zwei Strahlen mit dieser Energie aufeinander, so hat man eine Kollisionsenergie von 14 Billionen Elektronenvolt. Eine Billion Elektronenvolt entspricht in etwa der Bewegungsenergie einer Mücke im Flug. Das klingt hier erst einmal nicht nach besonders viel. Selbst wenn man in die Hände klatscht, erzielt man höhere Kollisionsenergien. Die Auswirkungen sind aber anders, weil sich die Energie auf die gesamte Handfläche verteilt. Bei der Protonen-Kollision ist die Energie hingegen viel konzentrierter. Das kann man sich leicht vor Augen führen, indem man sich den Schmerz beim Händeklatschen vorstellt und mit demjenigen vergleicht, wenn man mit gleicher Kraft auf eine Nadelspitze haut. Am LHC ist die Energie der Protonen auf einen Bereich konzentriert, der ungefähr eine Billion mal kleiner ist als eine Mücke. So lassen sich ganz andere Ergebnisse erzielen, als wenn zwei Mücken gegeneinander fliegen. Diese Energien wurden vorher von keinem anderen Beschleuniger erreicht. Die Protonen durchlaufen den Large Hadron Collider nicht einzeln, sondern in Teilchen strahlen. Jeder Strahl besteht aus fast 3000 Teilchenpaketen, von denen jedes etwa 100 Milliarden Protonen enthält. Die maximale Gesamtenergie jedes Strahls beträgt etwa 350 Millionen Joule. Diese Energie würde genügen, um einen 400 Tonnen schweren ICE auf eine Geschwindigkeit von 150 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen oder 500 Kilogramm Kupfer zu schmelzen. Insgesamt kann ein Teilchenstrahl bis zu 10 Stunden im großen Speichering verbleiben. Dabei überwinden die Protonen eine Strecke von 10 Milliarden Kilometern. Das ist etwa so weit wie einmal zum Planeten Neptun und zurück. Pro Tag werden nur etwa zwei Milliarden Gramm Wasserstoff beschleunigt. Ein Gramm Wasserstoff reicht also aus, um den Large Hadron Collider eine Million Jahre zu betreiben. Alternativ kann der Large Hadron Collider auch Blei-Ionen beschleunigen. Sie bestehen aus vielen Protonen und Neutronen und sind deshalb auch um ein Vielfaches schwerer als Protonen. So lässt sich eine noch größere Kollisionsenergie von bis zu 1150 Billionen Elektronen Volt erreichen. Bei einer Blei-Blei-Kollision entstehen Temperaturen von 10 Billiarden Grad Celsius. Das ist 100.000 Mal heißer als die Sonne. Damit ist der LHC gleichzeitig der heißeste und der kälteste Ort unserer Galaxie. Bleibt noch die Frage, wozu der ganze Aufwand. Das Standardmodell der Teilchenphysik, in dem alle Elementarteilchen und Wechselwirkungen zusammengefasst sind, gibt noch einige Rätsel auf, die am Large Hadron Collider geklärt werden sollen. So weiß man nicht, woher die Teilchen ihre Masse haben und warum einige sehr schwer und andere hingegen masselos sind. Das Higgs-Modell könnte diesbezüglich Licht in die Dunkelheit bringen. Deshalb wird am Large Hadron Collider nach dem Higgs-Boson gesucht, dessen Existenz die Theorie beweisen würde. Im Standardmodell fehlt zudem noch eine einheitliche Beschreibung aller Kräfte. Ein großer Schritt auf dem Weg dorthin wäre eine Bestätigung der Theorie der Supersymmetrie, genannt Susi. Sie besagt, dass es zu jedem bekannten Teilchen des Standardmodells einen supersymmetrischen Partner gibt. Wenn solche Teilchen wirklich existieren, müssten sie laut Theorie sehr schwer sein. Das Projekt am Large Hadron Collider sollte es ermöglichen, zumindest die leichtesten unter ihnen zu finden. Theorien wie die Stringtheorie sagen vorher, dass es zusätzlich zu den drei bekannten noch mehr Raumdimensionen geben müsse. Die sind allerdings so klein, dass man sie nicht wahrnehmen kann. Am Large Hadron Collider werden Energien erreicht, die es ermöglichen sollten, in diese versteckten Extra Dimensionen vorzudringen und deren Existenz nachzuweisen. Des Weiteren soll geklärt werden, warum unser Weltall aus Materie besteht. Da laut der Urknalltheorie zu Beginn des Universums nur Energie vorhanden gewesen ist, müssten Materie und Antimaterie zu genau gleichen Teilen entstanden sein. Bisher wurde allerdings nur Materie in unserem Universum beobachtet. Der Large Hadron Collider soll herausfinden, wo die ganze Antimaterie hin ist. Als letztes soll uns der Large Hadron Collider einen Blick zurück zu den Anfängen des Universums gewähren. Wenn schwere Bleion statt Protonen beschleunigt und zur Kollision gebracht werden, können Temperaturen und Energiedichten erreicht werden, wie sie etwa eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall geherrscht haben. In diesem Zustand war das Universum so heiß, dass Hadronen, also Protonen und Neutronen noch nicht stabil, sondern quasi geschmolzen waren. Das gesamte Weltall war zu dieser Zeit mit einer Suppe aus Quarks und anderen Elementarteilchen gefüllt, dem sogenannten Quark-Kluon-Plasma. Und genau dieser Punkt soll rekonstruiert werden, um neue Erkenntnisse über jenen Materiezustand zu gewinnen. Mit menschlichem Auge ist es nicht möglich, die Kollisionen und was dabei passiert wahrzunehmen. Es müssen also künstliche Augen her. Im Large Hadron Collider wurden sechs verschiedene solche Augen eingebaut, die bei jedem Zusammenstoß genau beobachten, messen und aufzeichnen, was geschieht. Der größte Detektor und gleichzeitig der größte Apparat, der jemals in einem Teilchenbeschleuniger verbaut wurde, ist der zylinderförmige Atlas. Mit einer Länge von 44 Metern und einem Durchmesser von 22 Metern bringt es auf ein Gewicht von 7000 Tonnen. Mit seiner Hilfe soll nach dem Higgs-Boson supersymmetrischen Teilchen und versteckten Extradimensionen gesucht werden. Damit deckt er fast das gesamte physikalische Spektrum ab. Der andere Alleskönner am LHC trägt das Kürzel CMS Compact Muon Solenoid Kompakte Myonen Magnetspule. Er verfolgt im Grunde dieselben Ziele wie Atlas, jedoch mit einer anderen Technologie. Damit können die Ergebnisse des anderen Detektors überprüft und bestätigt werden. Dass CMS sich deutlich von Atlas unterscheidet, erkennt man bereits am Aufbau. Mit 21 Meter Länge, 18 Meter Breite, 15 Meter Höhe und einem Gewicht von 12.500 Tonnen ist der Kleine als Atlas jedoch fast doppelt so schwer. Auch ein weibliches Pendant gibt es in Frankreich. Genauer gesagt in Saint-Génie-Pouilly mit Namen Alice. A Large Iron Collider Experiment. Es soll den Urknall im Labor untersuchen. Blei-Ionen werden mit so gewaltigen Energien aufeinander geschossen, dass die Protonen und Neutronen zerfetzt werden. Dabei entsteht ein Quark-Kluon-Plasma. Die Physiker wollen beobachten, was passiert, wenn sich diese Suppe ausdehnt, abkühlt und dann nach und nach wieder Teilchen entstehen. Denn genau so soll es sich auch kurz nach dem Urknall abgespielt haben. Damit sind weltweit über 1200 Wissenschaftler beschäftigt. Das Geheimnis, warum unser Universum aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht, soll mit Hilfe eines anderen Detektors gelüftet werden. B-Teilchen sind dafür am besten geeignet. Das sind Partikel, die ein Bottom-Quark enthalten. Obwohl im heutigen Universum keine mehr vorhanden sind, waren sie unmittelbar nach dem Urknall recht häufig. Die Zerfälle der B- und ihrer Antiteilchen sollen darüber Aufschluss geben, warum die Natur die Materie der Antimaterie vorzieht. Da Bottom-Quarks oft auch als Beauty-Quarks bezeichnet werden, heißt der Detektor LHC-B – Large Hadron Collider Beauty. In der Nähe des Kollisionspunkts des CMS stehen an vier Positionen jeweils zwei von acht Römer-Töpfen. Dabei handelt es sich um spezielle Vakuumkammern, die zum Totem-Experiment gehören und extra dafür entworfen wurden. Total Elastic and Diffractive Cross-Section Measurement Sie sollen das Proton genauer erforschen. Dazu gehört, dessen innerste Struktur genauer unter die Lupe zu nehmen. Obwohl man das Kernteilchen schon lange kennt, ist sein Aufbau noch nicht komplett verstanden. Außerdem soll seine Größe mit noch nie dagewesener Genauigkeit bestimmt werden. LHCF, das steht für Large Hadron Collider Forward, heißt das kleinste der sechs Experimente. Seine beiden Detektoren passen zusammen bequem in einen Umzugskarton. Er ließe sich mit seinem 80 Kilogramm Gewicht auch gut von zwei starken Männern tragen. Die Detektoren sind 140 Meter entfernt vom Kollisionspunkt des Atlas aufgestellt. Dort entstehen Partikel, mit denen am LHCF hochenergetische kosmische Strahlen unter Laborbedingungen simuliert werden können. Kosmische Strahlen aus dem All bestehen aus geladenen Partikeln. Wenn sie auf die Erdatmosphäre treffen, kollidieren sie mit den Luftmolekülen und lösen einen ganzen Schauer von Teilchen aus, der dann auf den Erdboden fällt. LHCF soll nun Modelle für solche Schauer finden, mit denen man auf die Energie der kosmischen Strahlung schließen kann. Fassen wir zusammen. Der Large Hadron Collider ist also die größte und komplexeste Maschine, die Menschen je gebaut haben. Sie hat einen Energieverbrauch von 120 Megawatt, was zu einer Stromrechnung in Höhe von 19 Millionen Euro im Jahr führt. Hier werden Teilchen mit noch nie dagewesenen Energien zur Kollision gebracht, die es sogar ermöglichen, urknallähnliche Zustände im Labor nachzustellen. Ist das nicht gefährlich? Kann der LHC vielleicht die Erde zerstören? Die ersten Fragen, die bei Kernforschung immer auftreten, sind die nach Radioaktivität. An Teilchenbeschleunigern wie dem LHC ist die Erzeugung von Strahlung unvermeidbar. Am CERN wird alles getan, um die Strahlenbelastung möglichst gering zu halten, aber vollständig abschirmen lässt sie sich nicht. War nicht auch noch von Antimaterie die Rede? Wenn man Antimaterie mit Antimaterie in Verbindung bringt, zerstrahlt sie sofort zu 100% in Energie. Das folgt ja aus der berühmten Formel von Einstein, E gleich im C-Quadrat. Brächte man nur ein Gramm Antimaterie mit einem Gramm Materie zusammen, so entspräche das einer Sprengkraft von 43.000 Tonnen TNT. Das wäre etwa die dreifache Sprengkraft der Atombombe von Hiroshima. Die bis jetzt beschriebenen Gefahren haben nur lokale Auswirkungen, aber in der unglaublich hohen Energie der Teilchen steckt das Potenzial, die ganze Menschheit zu vernichten. In der erzeugten Quark-Suppe könnte seltsame Materie entstehen. Diese sogenannten Strangelets würden zu gleichen Teilen aus Up, Down und Strange Quarks bestehen. Sie wären wahrscheinlich instabil und würden innerhalb kürzester Zeit wieder zu normaler Materie zerfallen. Es gibt aber Theorien, die auch stabile Zustände dieser Materie vom Vorhersagen. Diese Strangelets können dann wechselwirken und normale Materie in seltsame Materie umwandeln. Irgendwann könnte alle Materie in Strangelets umgewandelt worden sein. Ob in einer solchen Welt überhaupt noch Leben möglich wäre, lässt sich nicht vorhersagen. Die Urknalltheorie sagt unter anderem die Existenz exotischer Teilchen wie magnetischer Monopole vorher. Es sind einfach gesagt Magnete, die nicht aus Nord- und Südpol, sondern nur aus einem einzigen Pol bestehen. Sie könnten am LHC entstehen. Für die Urknalltheorie wäre das ein Volltreffer und ein weiterer Hinweis auf ihre Richtigkeit. Ob das für die Praxis auch von Vorteil ist, darf bezweifelt werden. Einige Theorien erklären, dass magnetische Monopole dafür sorgen könnten, dass Protonen zerfallen. Unser gesamtes Universum existiert aber nur deshalb, weil Protonen stabil sind. Für alle Gefahren, die mit der Teilchenenergie in Zusammenhang stehen, gibt es ein großes Gegenbeispiel. Die Erde. Sie wird seit ihrer Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren ununterbrochen mit kosmischen Teilchen beschossen. Deren Energien liegen um ein Vielfaches über denen, die am Large Hadron Collider erreicht werden. Das bedeutet, dass alles, was vielleicht an diesem Beschleuniger produziert werden könnte, mit Sicherheit schon mehr als einmal auf natürliche Weise entstanden ist. Wenn auch nur ein Teilchen davon irgendwie die Erde zerstören könnte, dann wäre das schon längst passiert. Bleiben noch die radioaktive Strahlung und die Antimaterie als potenzielle Gefahrenquellen. Zunächst zur Radioaktivität. Sie entsteht im LH-10 Tunnel und der liegt 100 Meter unter der Erde. Das ist so tief, dass an der Oberfläche während des Betriebs keine Strahlung gemessen werden kann. Aber es gibt ja noch Luft im Tunnel. Sie muss regelmäßig ausgetauscht werden, Durch ein Filtersystem kann die Belastung für Anwohner selbst bei ungünstigsten Bedingungen bei unter 10 Mikrosievert pro Jahr gehalten werden. Zum Vergleich auf einem Flug von Europa nach Los Angeles und wieder zurück ist man einer Belastung von etwa 100 Pikosievert ausgeliefert. Die Belastung, die auf natürliche Radioaktivität zurückzuführen ist, liegt in der Schweiz bei etwa 2400 Pikosievert pro Jahr. Und die Antimaterie? Hier ist die Gefahr, die von ihr ausgeht, auch gleichzeitig das Problem bei der Herstellung. Um ein Gramm Antimaterie zu erzeugen, muss eine riesige Menge Energie investiert werden, wie wir dank Einstein wissen. Denn auf der Erde kann man Antimaterie nur aus reiner Energie erzeugen, wobei dann auch gleichzeitig Materie entsteht. Man muss also den Vorgang der Explosion umkehren und die gigantische Menge Energie hineinstecken, die sonst frei würde. Die größte Menge Antimaterie, die einige Minuten stabil gehalten werden konnte, umfasste 309 Atomkerne. Das sind 10 hoch minus 22 Gramm. So viel Antimaterie zu erzeugen, dass sie gefährlich werden könnte, würde Zehntausende von Jahren dauern. Also kein Grund zur Beunruhigung. Und das meine ich wirklich wörtlich. Es gibt ja Romane, wo zum Beispiel in diesem Laboratorium in der Schweiz dann ein ganzes Gramm Antimaterie irgendwie festgehalten wird. Ich weiß gar nicht von welchem Autor, Sie wissen schon, die Beleuchteten, also die Illuminaten oder wie dieser hieß, da wurde ja dann diese Menge Antimaterie aus dem CERN herausgeklaut und dann im Vatikan irgendwann so Explosionen gebracht oder über dem Vatikan, über dem Vatikan. Ja, das ist natürlich alles nur Science Fiction. Man braucht wirklich eine Unmenge an Energie, um ein Gramm Antimaterie zu erzeugen. Das ist ja in dem Spielfilm, der anlässlich dieser Romans gedreht wurde, kann man so richtig sehen, dass es so ein kleiner Behälter und in diesem kleinen Behälter brutzelt da irgendwie so die Antimaterie drumherum. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das so machen würde. Aber Antimaterie hat schon immer die Leute sehr beeindruckt. Es ist noch eine Spiegelwelt gibt, in der alles spiegelverkehrt ist. Und wenn diese beiden Welten sich dann treffen, dass es dann patsch macht und alles verschwindet. Das ist natürlich das große Geheimnis. Wieso gibt es überhaupt Antimaterie? Also theoretisch ja, ist klar. Aber wo ist die hin? Also jetzt mal, wenn das Universum angefangen hat als ein reiner Energiezustand, dann müsste ja nach E gleich M mal C Quadrat, also Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, dann müsste ja dann, wenn also Energie sich aufspaltet, dann müsste es immer genau ein Teilchen und ein Antiteilchen geben. Energie ist ja ungeladen. Also ein Elektron und ein Positron, also ein Elektron ist negativ geladen, ein Positron ist positiv geladen, wenn die beiden wieder zusammenkommen, batsch, machen sie wieder Energie. Ja, dann müsste eigentlich, wenn das Universum so angefangen hat, also so als reiner energetischer Zustand angefangen hat, dann müsste es eigentlich genauso viel Antimaterie gegeben haben, wie Antimaterie. Da müsste sich aber auch alles wieder zerstrahlt haben. Hat aber nicht. Wenn das damals genau geklappt hätte, dann würde es das Mikro nicht geben, würde es sie nicht geben, würde mich nicht geben. Also wenn der Anfang des Universums perfekt symmetrisch gewesen wäre, also wirklich hundertprozentig genau, also wenn das Universum von einem Perfektionisten oder einer Perfektionistin kreiert worden wäre, also wirklich ganz genau, dann würde es uns gar nicht geben. Wir sind quasi das Ergebnis eines Fehlers, wo jemand gesagt hat, ach komm, passt, wackelt und hat Luft, könnte man fast sagen. Das ist komisch, dass man so gar nicht weiß, wie das da am Anfang gewesen sein muss, wenn unsere Naturgesetze, die wir heute kennen und die wir ziemlich genau kennen, wenn die damals schon gegolten haben. Und dieses e-gleich MC-Quadrat, das scheint ja so eine Sache zu sein, die tatsächlich schon immer gegolten hat. Naja, Geheimnisse über Geheimnisse. Gut, gucken wir mal, wie es denn weitergegangen ist, denn bis jetzt wissen wir ja nur, es soll das Higgs-Teilchen geben, jawohl, jetzt haben wir was darüber erfahren, in welcher Anlage das Ganze durchgeführt wird und jetzt, jetzt geht es um die Maschinen, die das Higgs-Teilchen tatsächlich quasi als erste gesehen haben. Kann man sich richtig vorstellen. Es wird um zwei große Maschinen gehen, zwei große Detektoren und ich kann mir richtig gut vorstellen, bevor ich jetzt anfange darüber zu lesen, kann man richtig gut vorstellen, wenn nachts, also wenn es dunkel ist unten im Zern, also keiner misst, keine Protonen beschleunigt werden, wie dann der eine Detektor dem anderen zuruft, na, hast du was gesehen? Nö, ach, dann geht es ja morgen weiter. So ungefähr muss es im Zern nachts gewesen sein, wenn Detektoren sprechen könnten. Atlas und CMS zwei Weltmaschinen auf der Suche nach dem Hicks von Florian Schlagindweit und Florian Zeller. Wie soll das eigentlich möglich sein? Wie kann man ein Teilchen finden, das so klein ist, dass man es sich nicht einmal mehr vorstellen kann, geschweige denn eine Maschine bauen, die das können soll? Aber es ist möglich. Wir stellen hier zwei Maschinen vor, die das Unbegreifbare greifbar gemacht haben. Dass in greisförmigen Teilchenbeschleunigern Partikel aufeinander geschossen werden, um außergewöhnliche physikalische Zustände zu erreichen, wurde bereits an früherer Stelle erwähnt. Wie diese Vorgänge initiiert werden, beziehungsweise welche Prinzipien dabei zum Tragen kommen, soll im Folgenden veranschaulicht werden. Für Experimente in einem Ringbeschleuniger dieser Größe eignen sich Protonen besser als die leichteren Elektronen oder Positronen, die in früheren Beschleunigern verwendet wurden. Beim Durchlaufen der greisförmigen Bahn am Large Hard-Done Collider verlieren Teilchen nämlich Energie in Form von Bremsstrahlung, hier das Synchrotron-Strahlung. Denn geladene Teilchen strahlen bei Beschleunigung, also der Änderung der Geschwindigkeit oder der Bewegungsrichtung. Und sie strahlen elektromagnetische Strahlung in Form von Photonen ab. Je leichter ein Teilchen ist, desto höher ist sein Energieverlust. Ein Elektron ist 2000 Mal leichter als ein Proton. Der Energieverlust eines hochenergetischen Teilchens ist umgekehrt proportional zur vierten Potenz seiner Masse. Somit ist der Energieverlust von Elektronen bei gleicher Energie um den Faktor 2000 hoch viermal größer als bei Protonen. Das sind also zehn Billionen. Dieser Faktor würde zehnmal dem Abstand der Erde zur Sonne in Metern entsprechen. Das heißt also die Elektronen verlieren einfach viel zu schnell Energie als dass man sie auf so hohe Energien wie man das braucht am Large H-Tron Collider beschleunigen könnte. Zu Beginn einer Messung werden Protonen zu zwei Bündeln komprimiert die dann einige Stunden im Beschleuniger einander entgegengesetzt mit 11.245 Umrundungen pro Sekunde kreisen bis sie an einem der vier festen Kollisionspunkte zur Kollision gebracht werden. Doch die schönsten Teilchen Kollisionen helfen nichts wenn man die dabei entstehenden Partikel nicht nachweisen kann. Das liegt daran dass diese sehr schnell zerfallen. Zerfallen sie so schleudern die Teilchen ähnlich einer Silvester Rakete eine ganze Reihe anderer Partikel in alle Richtungen. Diese Zerfallsprodukte leben meistens länger und können mit einem Detektor gemessen werden. Da jedes Teilchen auf spezifische Weise zerfällt, sind die gemessenen Teilchen quasi ein Fingerabdruck des Entstandenen. Um diesen zu untersuchen, wurden am Large Hadron Collider an zwei Kollisionspunkten die größten Universaldetektoren gebaut, die es bis heute gibt. CMS und Atlas in Kombination miteinander haben sie die Möglichkeit eine große Bandbreite bekannter und unbekannter Teilchen zu messen. CMS und Atlas sind gewaltige Maschinen und das nicht nur wegen ihrer Ausmaße, sondern auch wegen ihrer äußerst komplexen Technik. Um eine derart komplizierte Maschine entwickeln und betreiben zu können, ist ein großes Team von Physikern und Ingenieuren notwendig. Mit Groß ist hier eine Anzahl von rund 10.000 Mitarbeitern aus über 200 wissenschaftlichen Instituten und aus 38 Ländern gemeint. Beide Detektoren haben die gleiche Aufgabe, nämlich noch nicht bekannte Teilchen wie etwa das Higgs-Teilchen, eventuell verschiedene supersymmetrische Teilchen, Sie erinnern sich, Susi, Sie könnten vielleicht Aufschluss über die dunkle Materie liefern, bis hin zu schwarzen Mikrolöchern, die entstehen könnten, zu suchen und zu finden. Dabei verfolgen beide Experimente unterschiedliche Strategien und sind deshalb auch unterschiedlich aufgebaut. Jedoch sind einige Detektorsysteme bei beiden gleich, damit es möglich ist, die Ergebnisse gegenseitig zu überprüfen und zu sichern. Obwohl CMS und Atlas aus verschiedenen Detektorschichten bestehen, sind sie in ihrem Kern nahe den Kollisionspunkten ähnlich aufgebaut. Um schnell zerfallende Teilchen zu messen und keine zu verpassen, bringt man die nötigen Detektoren deshalb so nah wie möglich an den Kollisionspunkt heran. Zum Einfangen dieser Teilchen benötigt man an dem der Kollision nächstgelegenen Punkt einen sogenannten Pixel- bzw. Streifendetektor mit einer sehr hohen Auflösung von bis zu 10 Mikrometern. Das entspricht einer doppelt so hohen Auflösung wie bei einem heute üblichen Full-HD Fernseher. Damit lassen sich sehr detailliert Flugbahnen von Teilchen messen. Im Anschluss kommen die Kalorimeter. Mit diesen werden die Energien der auftreffenden Teilchen bestimmt, indem die nach der Kollision einfallenden schnellen Teilchen bis auf die Geschwindigkeit Null gebremst werden. Dabei zerfallen sie in sogenannte Sekundärteilchen, die wiederum selbst in weitere Teilchen zerfallen. Eine solche Kaskade wird in der Teilchenphysik als Teilchenschauer bezeichnet. Aus den Flugbahnen der vielen Teilchen kann man schließlich die genaue Position des ursprünglichen Partikels errechnen. Ein elektromagnetischer Kalorimeter wird eingesetzt, um die Energie von elektromagnetisch wechselwirkenden Teilchen wie den Photonen oder den Elektronen zu bestimmen. Im hadronischen Kalorimeter werden Hadronen wie zum Beispiel Protonen und Neutronen nachgewiesen. Die dabei einfallenden Hadronen erzeugen in den Nachweis und Bremsschichten des Kalorimeters Lichtblitze. Die in den Lichtblitzen entstandenen Photonen wiederum kann man messen und damit Rückschlüsse auf das ursprüngliche Teilchen ziehen. Machen wir eine ganz kurze Pause an dieser Stelle, weil das ist ja schon ein bisschen schwierig jetzt. Also nur noch mal so als kleiner Kommentar. Wir haben es also mit Detektoren zu tun, die praktisch um die Unfallstelle herum gebaut werden. Unfallstelle, das ist genau die Stelle, wo die beiden Protonen Strahlen aufeinander treffen. Und aufgrund der hohen Energie, die die Teilchen haben, entstehen eben nicht automatisch die Teilchen, die man gerne beobachten möchte, sondern man kann praktisch nur in einer Art von Indizien Prozess. Kennt man ja aus diversen Grimmis, wir sind ja in Deutschland einig Grimmiland, also wir wissen natürlich inzwischen längst, wie gut die Forensiker sind, also wie gut die Gerichtsmedizin und so weiter, die brauchen ja heute praktisch nur noch in so einem Raum so eine Luftprobe zu nehmen, da wissen die ja schon alles. Und so ähnlich muss die Empfindlichkeit hier auch sein, dass man nämlich aus den Indizien darauf schließen kann, wer könnte denn, also um beim Grimmie zu bleiben, der Mörder gewesen sein, also selbst da, wo vielleicht gar kein Opfer ist, sondern man weiß automatisch inzwischen bei diesen Teilchen zerfällen, aha, eine bestimmte Sorte von Teilchen zerfällt in einer bestimmten Art und Weise, erzeugt einen bestimmten Schauer, ist ja auch ein schönes Sonnig. Erinnern Sie sich noch, wie kalt es ist an dem Large Hadron Collider, wegen diesem supraleidenden Magneten, komisch, dass also in diesem allerkältesten Objekt auf der Erde dann es auch trotzdem noch zu Schauern kommt, also es sind eben Teilchen Schauern, Sie sehen, wie abartig das alles ist und wie irrsinnig das alles ist und trotzdem sind Zehntausende von Menschen damit beschäftigt, diese großartige wissenschaftliche Maschine zu betreiben und dabei Dinge zu entdecken, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Kommen wir zurück zu unserem Detektor, jetzt zunächst einmal zum Atlas-Detektor. Um zu wissen, welche Teilchen bei der Kollision ursprünglich entstanden sind, muss man verschiedene Größen kennen. Die Gesamtenergie, die Art der entstandenen Sekundärteilchen und deren Einzelenergien. Am Atlas stehen hierfür drei Systeme zur Verfügung. Der innere Detektor, das Kalorimeter und der Myonendetektor. Der innere Detektor soll die Bahn von geladenen Teilchen in einem Magnetfeld vermessen. Dazu besitzt er ein magnetisches Feld, das etwa 40.000 Mal so stark ist, wie das Erdmagnetfeld. Man beachte, das Magnetfeld des inneren Detektors ist zwei Tesla stark. Das Erdmagnetfeld an der Erdoberfläche dagegen nur 50 Mikrotesla, also sechs Größenordnungen schwächer. Dieses starke Feld Supraleitende Zylinderspule erzeugt. Supraleitende Materialien sind zum Beispiel Quecksilber oder Wolfram. Sie haben die Eigenschaft, dass ihr elektrischer Widerstand auf Null abfällt, wenn sie extrem stark abgekühlt werden. So kann man starke elektrische Ströme durch sie hindurchleiten, ohne dass sich die Materialien erhitzen. Die Spule hat eine Gesamtmasse von vier Tonnen und besteht aus zehn Kilometer Supraleitendem Kabel. Es wird dabei mit Hilfe von flüssigem Helium auf seiner Betriebstemperatur nahe minus 273 Grad Celsius gehalten. Der innere Detektor ist sieben Meter lang und hat einen Durchmesser von 2,3 Metern. Dabei sind die verschiedenen Nachweisgeräte wie Zwiebelschalen um die Strahlachse angeordnet. Nahe dem Kollisionspunkt werden hochauflösende effiziente Halbleiter Detektoren verwendet. Halbleiter haben die Eigenschaft, dass sie je nach Temperatur leitend oder nicht leitend sind. Sie finden Verwendung vor allem in Elektrotechnik und Solarzellen. Die im Atlas Detektor verbauten Halbleiter Detektoren bestehen aus 100 Millionen kleinen rechteckigen Pixeln, die auf Siliziumchips angeordnet sind. Sogar bei hohen Dichten der Partikel können diese Detektoren die Teilchenspuren trennen und deren Koordinaten mit einer Genauigkeit von ca. 14 Mikrometern bestimmen. Das ist ungefähr die Dicke eines menschlichen Haares. An diese Pixellagen schließen sich fünf Lagen aus Silizium Streifenzählern an. Sie funktionieren wie die Halbleiter Detektoren haben jedoch eine größere Ortsauflösung von 30 Mikrometern. Umschlossen sind die Siliziumdetektoren mit einem speziellen Schaum aus Polyethylen, der einige hunderttausend dünne, mit Gas gefüllte Röhren beherbergt. Beim Durchgang von geladenen Teilchen wird das Gas ionisiert und ein schwacher Strom fließt. Der Zeitpunkt des Signals und die Signalstärke erlauben einen Teilchennachweis und die Bestimmung der Position auf etwa 150 Mikrometer genau. Der spezielle Schaum dient dazu, auch hochrelativistische Elektronen abzubremsen. Sie erzeugen dabei Röntgenstrahlung, die im Gas ebenfalls zur Ionisation führt. Hochrelativistische Teilchen bewegen sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Damit fallen sie unter die Relativitätstheorie und heißen deshalb hochrelativistisch. Konzentrisch auf den inneren Detektor folgend sind die Kalorimeter angeordnet. Bei den im Atlas verwendeten Kalorimetern handelt es sich um sogenannte Sampling Kalorimeter. Dieser Typ ist abwechselnd aus zwei unterschiedlichen Materialien aufgebaut. Lagen mit Materialien hoher Dichte, beispielsweise Blei oder Kupfer, den Absorberlagen und solchen verhältnismäßig niedriger Dichte, den Nachweislagen. Absorberlagen dienen dazu, die Energie des einfallenden Teilchens aufzunehmen und es abzubremsen. Die Nachweislagen bestehen beispielsweise aus flüssigem Argon und messen die Energie der in den Absorberlagen erzeugten Teilchen. Da alle einfallenden Teilchen etwas voneinander abweichende Richtungen haben, würde bei gleicher Energie jedes Teilchen ein unterschiedliches Signal produzieren. Um aber ein gleichförmiges Signal zu erhalten, wurden die verschiedenen Lagen erstmals in einem Zickzackmuster angeordnet und somit ist das Kalorimeter richtungsunabhängig. Das elektromagnetische Kalorimeter misst die Energie der einfallenden Photonen und Elektronen. Es besteht aus ca. 190.000 Auslesezellen, wobei jede etwa 2,5 mal 2,5 Quadratzentimeter groß ist. Ausgebreitet würden diese Zellen eine Fläche von 118,75 Quadratmetern bedecken. Da jede Zelle mit einer individuellen Ausleseelektronik ausgestattet ist, erreicht der Detektor eine sehr hohe Ortsauflösung. Eine weitere Neuerung des Atlas-Detektors gegenüber bisherigen Kalorimetern dieser Bauart besteht in jener Ausleseelektronik, die das Zeitproblem löst. Alle 25 Nanosekunden, also alle 25 Milliardstel Sekunden, findet eine Strahlkollision statt. In dieser Zeit kann eine Zelle jedoch nicht ausgelesen werden, da hierzu 400 Nanosekunden notwendig sind. Mit der neuen Ausleseelektronik kann die Auslesezeit der Zelle auf 40 Nanosekunden verkürzt werden. Leider hat diese Innovation einen großen Nachteil. Um die Energie des Teilchens genau zu rekonstruieren, muss für jede einzelne Auslesezelle bekannt sein, wie viel Strom sie beim Umwandeln der Energie des Teilchens in Strom verliert. Um dieses Problem zu kompensieren, wurde ein spezielles Kalibrierungssystem entwickelt. Die äußerste Schicht der Detektorsysteme bildet das Myonen-Spektrometer. Myonen sind etwa 200 Mal schwerer als Elektronen und die einzigen Teilchen, die das Kalorimeter unbemerkt durchqueren können. Um sie nachzuweisen, wurde das charakteristische Toroid-Magnetsystem im Atlas verbaut. Es besteht aus acht konzentrisch angeordneten supraleitenden Magnetspulen mit je einer Länge von 25,3 Metern. Das gesamte System wiegt 830 Tonnen und enthält insgesamt 70 Kilometer supraleitendes Kabel. Der Strom in den Spulen hat eine Stärke von 20.000 Ampere, womit ein Magnetfeld mit einem Maximum von 3,9 Tesla aufgebaut wird. Dabei ist in dem Magnetfeld eine Energie von einem Gigajoule gespeichert. Damit könnte man einen Single-Haushalt über zwei Monate mit Strom versorgen. Zwischen den Spulen und als äußerste Lage sind ebenfalls konzentrisch die Myonendetektoren angebracht. Ähnlich den im inneren Detektor verbauten Röhren besteht das Spektrometer aus langen Gas gefüllten Röhren mit einem Draht entlang der Zylinderachse. Dabei wurde das Gas unter hohem Druck in die Röhre gefüllt, daher auch der Name High-Pressure Drift Dubes, also Hochdruck Driftröhren. Die Positionen der Teilchendurchgänge können durch die Ionisation des Gases auf 100 Mikrometer genau gemessen werden. Um auch Teilchen zu messen, die ganz nah entlang der Strahlachse fliegen, weist Atlas an jedem Ende eine große Endkappe auf. Das sind zwei große Platten, die aus senkrecht zur Strahlachse liegenden Detektoren bestehen. In den Endkappen sind jeweils eine Myonendetektorschicht und eine Kalorimeterschicht verbaut. Also bevor wir jetzt zu dem anderen Detektor kommen, das waren jetzt wahnsinnig viele Details und man kann sich mit Bildern versorgen mit allen möglichen Informationen, aber es ist schon irre. Es wird also wirklich praktisch wie so eine riesengroße Zwiebel, aber die im Grunde genommen nur eines machen soll, nämlich isolieren. In dieser Anlage wird beim Atlas-Detektor und natürlich nachher auch, wie wir noch hören werden, beim CMS-Detektor, wird ein Vorgang von der Außenwelt komplett getrennt, der ganz am Anfang des Universums sich abspielen soll. Also dieser Detektor ist nicht einfach nur so eine Anlage, der jetzt messen soll, was da alles an Sekundär- und Tertiär-Teilchen entsteht, sondern er ist auch notwendig dafür, dass das überhaupt funktioniert. Wenn nämlich die Wirklichkeit, also unsere Wirklichkeit, auf diese Teilchenstrahlen träfe, dann wäre von den Erscheinungen, die in dem Detektor gemessen werden, gar nichts mehr übrig. Man muss, um diese Art von Physik zu betreiben, praktisch die Welt komplett draußen lassen. Man baut einen riesigen Detektor, nicht nur um diese Teilchen zu messen, sondern auch um diese reinen physikalischen Vorgänge überhaupt erst möglich zu machen. Was glauben Sie, was da passieren würde, wenn man ein Glas Wasser in den Detektor umkippen würde oder sowas? Oder man würde reinhusten? Ja, wäre Feierabend. Wir sind hier in einem hochsterilen, hochisolierten Wirklichkeitsbereich und das ist überhaupt praktisch der Anlass, solche Laboratorien zu bauen, also solche Hochbeschleuniger zu bauen. Man muss die Wirklichkeit draußen lassen, unsere normale Wirklichkeit, weil man ansonsten an diese Zustände, wie sie da gewollt werden, überhaupt nicht herankommen kann. Das ist also das, was man wirklich extremen Reduktionismus nennt. Wir reduzieren einen physikalischen Vorgang auf ein isoliertes Experiment, das mit unserer Wirklichkeit gar nichts zu tun hat. Wir können aber auf diese Art und Weise reine Physik destillieren, um das nochmal an dieser Stelle klar zu machen. Und eines dieser Destillierapparate ist eben nicht nur der Atlas Detektor, Sie erinnern sich im Übrigen an den Atlas, war ja einer der griechischen Götter, der musste alles tragen, der arme Kerl, also leicht gebeugt, sondern auch der andere, sein Freund sozusagen, CMS ist also in der griechischen Mythologie glaube ich nicht besonders vertreten, das ist also eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern auch mit seinem Freund, dem CMS Detektor, von dem jetzt die Rede sein wird. Der CMS Detektor. Dieser Detektor kann ebenfalls grob in drei Teile gegliedert werden. Sein Inneres besteht aus einem hochpräzisen Spurenvermessungssystem, den Siliziumdetektoren. Mit ihnen ist man in der Lage, die Flugbahn von bis zu 10 bis 20 Mikrometer genau zu bestimmen. Der Silizium Pixel Detektor ist mit einer der wichtigsten Detektoren, da er durch seine Nähe zur Strahlachse 4,4 bis 10,2 Zentimeter zur Identifikation von B-Quarks, C-Quarks und Leptonen beiträgt, die schon kurz nach ihrer Entstehung wieder zerfallen. Aufgrund dieser Nähe wird der Detektor aber auch von extrem vielen Teilchen durchflogen, was eine nur sehr kurze Lebensdauer zur Folge hat. Er muss in gewissen Zeitabständen komplett erneuert werden. Den inneren Detektor umschließt der zweite Silizium Streifendetektor. Er ist in seinem Zentralbereich aus zehn zylindrischen Lagen und in den Endkappen aus je neun Scheiben aufgebaut. Ausgestattet sind alle mit Silizium-Modulen, die in Streifen aufgeteilt sind. Damit ist es in radialer Richtung möglich, eine genaue Vermessung der Teilchen durchzuführen. Hierfür muss aber der ganze Bereich auf minus 20 Grad Celsius herabgekühlt werden, da sonst die Gefahr von Schäden durch den hohen Teilchenfluss zu groß ist. Mit diesen beiden Detektoren, die den inneren Bereich von CMS bilden, kann man die Spuren von hochenergetischen Leptonen sehr gut und präzise rekonstruieren und darstellen. Auf diese Detektoren folgt der Kalorimeter Bereich. Hier sind ein elektromagnetisches und ein hadronisches Kalorimeter verbaut. Das elektromagnetische misst mit Hilfe von 80.000 Blei-Wolfram-Kristallen, in denen jeweils eine Fotodiode eingebaut ist, einfallende Photonen und Elektronen mit sehr hoher Genauigkeit. Dabei verwandelt die Fotodiode den schwachen Lichtblitz eines einfallenden Photons oder Elektrons in einen messbaren Strom. Das hadronische Kalorimeter ist für das Identifizieren bzw. Messen von Zerfallsprodukten wie Protonen oder Neutronen verantwortlich. Über die Energie- Impulsbilanz ist es hier möglich, Neutrinos mit aufzuspüren. Ähnlich wie im Atlas sind auch hier Endkappen aus Kalorimetern verbaut, um Partikel nahe der Strahlachse zu detektieren. Eingeschlossen wird der Hauptteil der Kalorimeter von einem gewaltigen Solenoidmagneten mit 13 Meter Länge und 6 Meter Durchmesser der größte und stärkste jemals gebaute, der eine genaue Bestimmung der Impulse von hochenergetischen und geladenen Teilchen ermöglicht. Er hat Er hat Form einer zylinderförmigen Spule, die supraleitend ist und aus einer Titan-Niop-Legierung besteht. Die Spule muss auf minus 270 Grad Celsius herabgekühlt werden, um eine Feldstärke von rund 4 Tesla zu erreichen. Mit der Energie, die in dem Magnetfeld steckt, könnte man auch 18 Tonnen Gold schmelzen. Der äußere Ring des CMS besteht aus den Myonendetektoren, die einen der wichtigsten Teile des ganzen Detektors darstellen. Denn mit ihnen lässt sich durch das Zusammenspiel mit dem Magneten die Impulsenergie der Myonen bestimmen. Die durch die Proton-Proton-Kollision entstandenen Myonen werden durch das Feld des Magneten beeinflusst, was zu einer Krümmung der Flugbahn in radiale Richtung führt. Aus der Krümmung kann der Impuls eines solchen Teilchens berechnet werden. Die Myonen werden sowohl in einem Spurdetektor als auch in den Myonen-Kammern gemessen, die sich am äußeren Rand des CMS befinden. Dorthin schaffen es normalerweise nur Myonen und Neutronen, da sie stabiler sind als andere Teilchen. Eine Ausnahme bilden wie häufig in der Physik die Neutrinos. Denn diese können ohne jede Wechselwirkung den ganzen Detektor sogar die ganze Erde durchqueren. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutrino mit dem Detektor Wechsel wirkt, sehr gering. Jeweils vier Myonen-Kammern mit einer Länge von zwei bis vier Metern sind in zwölf einzelnen Segmenten im äußeren Ring, dem sogenannten Eisenjoch, eingebaut. Dieses dient dazu, die Magnetfeldlinien zu schließen. Das Magnetfeld wiederum bewirkt eine Ablenkung der Myonen auf ihrem Weg durch die Myonen-Kammern. An ihren Seitenwänden sind Isolatorenschichten verbaut, an denen sich 3.000 Volt befinden. In der Mitte solcher Zellen verläuft ein vergoldeter Draht, der nur 50 Mikrometer dick ist und an dem eine Spannung von 3.600 Volt anliegt. In diesen Zellen wird ein homogenes Feld erzeugt. Gefüllt ist diese Kammer mit einem Gasgemisch aus Argon und Kohlenstoff Dioxid. Wenn nun ein Myon durch so eine Kammer fliegt, ionisiert es das Gasgemisch und die ausgelösten Elektronen fliegen mit einer Geschwindigkeit von 55 Mikrometern pro Nanosekunde zum Anodendraht. Kathodenstreifenkammern erlauben eine schnelle Messung, weshalb sie wegen des erhöhten Teilchenflusses und des inhomogenen Magnetfeldes zum Einsatz kommen. Insgesamt werden 486 solcher trapezförmigen Kammern verwendet. Sie bestehen aus zwei plattenförmigen Kathoden, in denen Anodendrähte gespannt sind und erreichen eine Auflösung von 200 Mikrometern. Rund 11 Meter vom Kollisionspunkt entfernt sind, analog zu Endkappen an beiden Seiten des CMS, die Vorwärts Kalorimeter angebracht. Sie sind besonders dicht mit Detektoren gepackt, in denen andere Materialien wie Stahl als Bremsschicht und Quarzfasern als Nachweismaterial zum Einsatz kommen. Sie haben die Aufgabe, alle Teilchen zu messen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfasst wurden. 11 Meter Wahrscheinlich waren die Erbauer der CMS Fußballanhänger, dass sie genau an dieser Stelle einen Detektor reingehängt haben. Das steht aber fiel mir nur gerade so ein. Warum eigentlich 11 Meter? Hätten ja auch sieben sein können. Das wäre ein Handballer gewesen. Also man sieht auch hier bei dem CMS, es wird extrem genau hingeguckt. Also die Teilchen können sich praktisch nicht treffen, ohne dass nicht irgendeiner der Detektoren irgendwas davon mitkriegt. Kann man sich richtig vorstellen. Jeder Protonenstrahl wird da extremst genau erst mal kontrolliert, indem er also eine ganze Weile erst mal beschleunigt werden muss und dann, wenn er dann praktisch in den Kollisionsbereich hineinkommt, wird er sehr genau untersucht, was kommt eigentlich bei dem Zusammenstoß dabei raus. Das ist also das Ziel der Detektoren, praktisch nichts zu verlieren, abgesehen von den Neutrinos. Die gehen eben ständig verloren, da kann man nichts machen, aber alle anderen Teilchen, die also geladen sind, werden durch elektrische und magnetische Felder abgelenkt und auf diese Art und Weise detektierbar und vor allen Dingen kommt es immer darauf an, wo die sind. Also man muss sich das wirklich richtig so vorstellen, sind zwei Autos zusammengestoßen, rums, und jetzt wird aus der Lage der Trümmer darauf geschlossen, wie der Unfall passiert ist. So gehen die hier auch vor. Also es wird gar nicht nach Bremsspuren gesucht, aber in der Tat suchen die erstmal nach Trümmern, dass sie genau wissen, aha, das Trümmerteil Nummer 1 liegt da, Trümmerteil Nummer 2 liegt da und so weiter, dann kann der Zusammenstoß nur so und so gewesen sein und der Fahrer hat entweder geschlafen oder hat das Lenkrad verrissen und so weiter. Und so ist es hier auch ein bisschen. Also es wird danach gesucht, welche Trümmerteile gibt es und in einem zweiten Weg wird danach gesucht, gibt es irgendwelche Spuren, die in der Umgebung zu sehen sind, wie der Unfall verlaufen sein könnte. Man möchte also unbedingt die Dynamik der Zusammenstöße dieser Milliarden und Abermilliarden von Protonen aufeinander, die möchte man absolut im Detail ganz Ich meine, jedes dieser Geräte ist irgendwie elektronisch gesteuert und jedes dieser Geräte produziert Daten. Und deswegen geht es jetzt weiter mit der Bewältigung der Datenflut. In beiden großen Detektoren geschehen pro Sekunde 600 Millionen Proton-Proton-Kollisionen. Dies bedeutet eine Datenflut von 40 Terabyte pro Sekunde. 2400 Terabyte pro Minute und 144.000 Terabyte pro Stunde pro Detektor. Anders ausgedrückt? Pro Stunde würde der Speicherplatz von mehr als 3 Millionen DVDs gefüllt. Für nur einen der beiden Detektoren. Würde man diese DVDs aufeinander stapeln, so wäre der Turm rund 3676 Meter hoch, hätte also fast die Meereshöhe des Großglockners des höchsten Berges Österreichs. In dieser gewaltigen Datenmenge ist aber nur ein kleiner Teil interessanter Ereignisse enthalten. Pro Sekunde macht das etwa 320 Megabyte aus, also ungefähr 0,0008% der sekündlichen Gesamtdatenmenge oder eine halbe CD. Deshalb muss man nicht nur extrem genau messen, sondern die Daten auch durch elektronische Filter schicken, damit alle überflüssigen Daten aussortiert werden. Um das zu erreichen, werden bei den beiden Detektorprojekten mehrstufige Trigger, also Prozesse, die die Datenaufnahme eines Experiments starten, und Datenaufnahmesysteme eingesetzt. Bei Atlas führt das Triggersystem seine Aufgabe zum Beispiel in drei Stufen aus. Im Level 1 Trigger verarbeiten neu entwickelte Hardware Prozessoren grob die Daten des Kalorimeters und des Mionenspektrometers. Innerhalb von zwei Mikrosekunden wird nach elektromagnetischen Energieverlusten Jets, also Strahlen mit hohen Energien oder dem Fehlen von Energie gesucht. Innerhalb dieser Entscheidungszeit müssen alle Daten des Detektors vorübergehend gespeichert werden. Wenn Level 1 abgeschlossen ist, verbleiben von ursprünglich 600 Millionen nur noch etwa 75.000 Ereignisse für den Level 2 Trigger. Dieser besteht aus programmierbaren Prozessoren, mit Hilfe derer nun die verbleibenden Ereignisse mit höherer Auflösung und unter Einbezug des inneren Detektors analysiert werden. Danach bleiben gerade mal etwa 1000 Ereignisse übrig. Im Ereignisfilter, der aus einer großen Farm von Prozessoren besteht, wird nun eine vollständige Analyse der verbleibenden Ereignisse durchgeführt. Erst wenn vordefinierte Bedingungen wie Zerfallsart und charakteristische Eigenschaften des Higgs-Teilchens erfüllt sind, werden die Daten zur späteren Analyse aufgezeichnet und bei CMS wird ähnlich vorgegangen. Um auszuschließen, dass in den ausgeschiedenen Daten noch wichtige Ereignisse, von denen man bisher noch nichts geahnt hat, enthalten sind und verloren gehen, sind verschiedene Forschungsgruppen weltweit damit beschäftigt, die ausgesonderten Datenmengen zu durchforsten. Damit werden nebenbei auch die Triggersysteme hinsichtlich ihrer Einstellungen überprüft und verbessert. Zudem versucht man dabei, noch nicht bekannte und auffällige Ereignisse zu finden, die Aufschluss geben könnten über Grundlagen von verborgener und noch nicht entdeckter Physik. Zur Verarbeitung dieser Datenmengen wurde das bislang leistungsstärkste Computersystem der Welt ins Leben gerufen, das World Wide LHC Computing Grid. Es umfasst zehntausende Computer, die über den ganzen Globus verteilt sind. Und so können Wissenschaftler in aller Welt rund um die Uhr die Daten des Large Hadron Collider analysieren und auswerten. Muss man ja an dieser Stelle schon mal sagen. Also auf der einen Seite wird das Experiment so analysiert, wie man meint, wie es richtig wäre. Man kennt oder man verwendet die Erwartungswerte für die verschiedenen Zerfallsarten. Man benutzt also zunächst einmal das, was man weiß, um herauszufinden, ob das, was man erwartet oder meint zu wissen, auch tatsächlich in dem Detektor stattfindet. So weit, so gut. Und schon hört man natürlich die Kritiker, die sagen, Moment, wie könnt ihr denn so sicher sein, dass ihr schon alles wisst? Was macht ihr denn mit all den Daten, die ihr weggeworfen habt? Die Daten werden auch verwendet. Und zwar gerade unter dem Hinblick darauf, dass viel leichter was drin sein könnte, was man vorher eben nicht gewusst hat. Das ist ja das Großartige an diesem Experiment. Hier wird ja nichts weggeworfen, gar nichts. Das ist ja ein irreses Datenrecycling, was hier pausenlos betrieben wird. Von diesen Unmengen an Daten, haben wir ja gehört, also es sind 600 Millionen Proton-Proton-Kollisionen, dann sind es nur noch 75.000, am Ende sind es nur noch 1.000 und ganz am Ende sind es vielleicht nur noch ganz wenige Ereignisse, aber dieser riesige Datenpool steht zur Verfügung und wird pausenlos daraufhin untersucht, ob es nicht vielleicht doch Ereignisse gibt, die uns viel, viel mehr noch über die Physik des Materieaufbaus sagen können und damit natürlich auch über den Anfang des Universums, als man bisher dachte. Also hier wird auch nach dem Unbekannten gesucht. Also hier wird sogar nach dem gesucht, von dem wir noch nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen. Ja, das ist das Irre. Es wird also versucht, dem Irrtum so wenig Platz zu geben, wie es nur geht, auf der anderen Seite aber immer zu zweifeln, ob man denn auch schon alles gefunden hat. Und das ist das große Geheimnis dieses ganzen Experiments. Hier wird überhaupt nichts mehr ausgeschlossen. Wir sind hier an den Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit, an den Grenzen der Forschung und genau da, wo viele Kritiker immer sagen, ja, die suchen ja nur nach dem, was sie sowieso schon wissen. Blödsinn, hier wird nach allem gesucht. Kann man sich ja vorstellen, jedes Byte, was hier produziert wird, ist ja außerordentlich wertvoll bei dem Aufwand, der gemacht wird, nicht zuletzt auch nicht nur der materielle Aufwand, sondern auch der ideelle Aufwand. Machen wir uns doch mal für einen winzigen Moment klar, wovon wir hier eigentlich die ganze Zeit hören. Wir hören davon, dass Zehntausende von Menschen sich einer Aufgabe verschrieben haben, wofür die meisten Menschen auf dem Planeten gar kein Verständnis haben. Weil sie sagen, guck, was soll denn das? Teilchen, das da ein Billionstel, Billionstel Sekunde nach einem Urknall entstanden ist, ist mir doch völlig piep-Magen. Nein, nein, diese Leute sind von einem Chorgeist beseelt, dass sie wissen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn dann sowas rauskommt, wie diese Datenflut, dann kann man sich gut vorstellen, dass alle, die daran beteiligt sind, und zwar vom Putzpersonal aufwärts bis hin zu all denjenigen, die die Wissenschaft betreiben, dass alle vielleicht sowas gerne mal in der Hand halten würden. Hier ist eine CD, kann ich mir gut vorstellen, dass man das vielleicht so verschenkt, hier ist eine CD und da sind Daten mit drauf von den ersten Experimenten, die wir gemacht haben. Könnte man jemandem schenken, der da 30 Jahre gearbeitet hat und sagt, hier, Mensch, Sie haben Ihre Arbeit super gemacht. Selbst dem Koch in der Kantine könnte man sagen, hier haben Sie mal eine CD, da sind Daten drauf von unserer ersten Detektion von Higgs. Was glauben Sie, wie das motiviert? Es gibt diese Wahnsinnsgeschichte, dass der amerikanische Präsident bei der NASA durch die Hallen geht und dort einen Herrn trifft, der da gerade dabei ist zu kehren und der Präsident fragt diesen Mann, was machen Sie denn hier? Und der Mann schlägt die Hacken zusammen, das muss ja nicht sein, und sagt, Mr. Präsident, ich helfe, jemanden mit auf den Mond zu bringen. Wahnsinn. Das nennt man Chorgeist. Wow. Zurück zu unseren Higgs-Teilchen und die zerfällten Higgs-Teilchen und ihre Nachweise. Nachdem die wichtigen Daten aus der Datenflut herausgefiltert worden sind, bleibt immer noch eine große Datenmenge übrig. Jetzt stellt sich die Frage, wonach sucht man jetzt in diesen Daten? Atlas und CMS wurden hauptsächlich deshalb konstruiert, um seltene Ereignisse zu erkennen, die von einem Higgs-Zerfall stammen könnten. Beide Detektoren untersuchen jedoch unterschiedliche Möglichkeiten für einen Zerfall. Die Herausforderung besteht nun darin, die richtigen Zerfallsarten von den Hintergrundereignissen, die es bei rund 600 Millionen Proton-Proton-Proton-Kollisionen pro Sekunde gibt, zu unterscheiden. Messungen am Elektron-Positron- Speichering am CERN, dem Vorgänger des LHC, haben bereits einen Ausschlusswert, hier auch als Minimalwert zu betrachten, über die Masse des Higgs-Teilchens ergeben. Dieser liegt bei etwa 113 Giga-Elektronen-Volt. In den Daten wurde nun nach einem Teilchen gesucht, das 113 bis ca. 1000 Giga-Elektronen-Volt schwer ist. Um dem Higgs-Teilchen auf die Schliche zu kommen, wurde vor allem nach vier wichtigen Zerfallsarten Ausschau gehalten. Die erste ist der Zerfall des Higgs-Teilchens in zwei Photonen. Hierbei spielen die schon erwähnten Kalorimeter nahe dem Kollisionspunkt die Hauptrolle, um die Teilchenenergie zu messen. Denn die innersten Kalorimeter reagieren überwiegend auf Photonen durch Erzeugung eines winzigen elektrischen Signals. Zerfällt also ein Higgs-Teilchen in zwei Photonen, so lassen sich mit Hilfe des Detektors aus dieser Photonenenergie sehr genaue Rückschlüsse ziehen, unter anderem auf die Masse des Higgs-Teilchens. Bei der zweiten Zerfallsart erzeugt das Higgs-Teilchen Paare von Z-Bosonen. Diese zerfallen weiter in jeweils ein Elektron und ein Positron, beziehungsweise in zwei Myonen. Zum Aufspüren der Elektronen sind wiederum das Kalorimeter und ein innerer Spurenverfolger notwendig. Die Myonen können ungebremst wegfliegen und hinterlassen dabei Spuren. Starke Magnetfelder krümmen die Bahnen der Elektronen und Myonen und erlauben somit Rückschlüsse auf deren Energie. Auf diese Weise kann die Higgs-Masse bestimmt werden. Bei der dritten Möglichkeit des Zerfalls des Higgs-Teilchens spaltet sich dieses in ein Bottom-Quark und sein Antiteilchen das Anti-Bottom-Quark. Beide bündeln sich beim weiteren Zerfall in Jets von Hadronen und geben ihre Energie hauptsächlich in den äußeren Kalorimetern ab. Diese Zerfallsart ist jedoch für das Aufspüren des Higgs-Teilchens sehr problematisch, da auch normale Kollisionen Hadronenjets aus Bottom-Quarks erzeugen. Es fällt somit schwer, die normalen von den Higgs-Zerfällen zu unterscheiden. Bei der letzten Zerfallsart des Higgs-Teilchens entstehen zwei W-Bosonen, die zu jeweils einem Elektronen-Positronenpaar oder Myon sowie einem Neutrino- oder Antineutrino- Paar zerfallen. Mit den Neutrinos tut man sich allerdings schwer, da diese ohne Probleme und ohne eine Spur zu hinterlassen durch die Detektoren fliegen können. Somit ist es kompliziert, sie nachzuweisen, was wiederum Probleme im Hinblick auf die Massenbestimmung mit sich bringt, da sie aus der Kollision eine geringe Energiemenge mitnehmen. Dieses Fehlen von Energie erlaubt zwar einen Rückschluss auf das Vorhandensein von Neutrinos, es erschwert aber eine exakte Rekonstruktion der Higgs-Masse. Wir haben also jetzt hier vier verschiedene Täterprofile gewissermaßen. Also wir haben verschiedene Formen, wie das Higgs-Teilchen, wenn es denn überhaupt existiert, was man natürlich jetzt schon länger wissen müssen, aber damals war es ja noch so. Also, dass man nachschaut, wie könnte denn das Higgs-Teilchen zerfallen. Und es ist eben tatsächlich schwierig. Deswegen hat man ja sich praktisch auf alle Eventualitäten vorbereitet, hat Kalorimeter, hat die verschiedenen Siliziumdetektoren, um auf jeden Fall jede Möglichkeit, wie das Higgs zerfallen könnte, jede denkbare, können ja auch ein paar dabei sein, an die wir noch nicht gedacht haben, jede denkbare Möglichkeit zu untersuchen und auf diese Art und Weise dem Higgs-Teilchen endlich tatsächlich nahe zu kommen, es zu entdecken. Und die Messergebnisse, die kommen jetzt. Die Kombination der zuvor beschriebenen Zerfallsarten mit Hilfe der beiden Detektoren und der Vergleich beider Ergebnisreihen belegen, dass das Higgs-Teilchen gefunden wurde. Außerdem konnte seine Masse im Atlas-Detektor mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,977% auf 126 Giga-Elektronenvolt bestimmt werden. Interessant ist dieser Zahlenwert für alle, die das Buch per Anhalter durch die Galaxis kennen, weil das exakt dreimal 42 ist. Doch, Spaß beiseite, ob jedoch im Higgs-Teilchen die genaue Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und allem steckt, kann die Physik zum heutigen Zeitpunkt nicht beantworten. Wir wissen allerdings, dass das Teilchen ungefähr so schwer wie ein Jodatom ist. Für die Teilchenphysik ist diese Art von Genauigkeit ganz zufriedenstellend, aber damit die Entdeckung wirklich in Stein gemeißelt wäre, sollte die Wahrscheinlichkeit eine Entdeckung 99,9966% betragen. Dies soll in der letzten Ausbauphase des Large Hadron Colliders, die 2015 abgeschlossen sein soll, erreicht werden. Beim CMS-Detektor sieht es ungefähr genauso aus. Nur, dass hier fünf Zerfallsarten untersucht wurden. Man hat hier eine Masse von etwa 125,3 Giga-Elektronenvolt gemessen. Die Daten zeigen, dass beide Detektoren das Teilchen bei der gleichen Masse taxieren und die Daten somit Hand und Fuß haben. Ebenfalls konnte die große Präzision der Detektoren demonstriert werden, doch wie kann man dieses Teilchen abbilden und sozusagen auf eine Waage legen? Leider wird es nie eine Abbildung des Higgs-Teilchens geben. Wollen Physiker es irgendwie veranschaulichen, so tun sie dies mit Hilfe von Diagrammen. Dabei wird auf der Y-Achse, also der vertikalen Achse, die Zahl der Ereignisse dargestellt, auf der X-Achse, also der horizontalen Achse, die Energie. Ist es nun zu sehr vielen Kollisionen gekommen, wie am Large Hadron Collider glücklicherweise geschehen, so gibt es einen Wert, der besonders häufig gemessen wird. Je höher die gemessene Energie, desto geringer ist die Zahl der Ereignisse. Doch bei exakt 126 Giga-Elektronenvolt gibt es einen kleinen Hügel. Genau das ist das Higgs-Teilchen. Es sorgt mit seinen eigenen Zerfällen dafür, dass hier mehr Ereignisse gemessen werden. Und so bekommt man quasi als Beilage noch die Masse. Bis Ende Februar 2013 wurde weiter gemessen, um möglichst viele Daten zu sammeln und die Genauigkeit zu erhöhen. Nach Vollendung dieser Testreihe wurde der Large Hadron Collider vorerst abgeschaltet, um ihn zu überprüfen und weiter auszubauen. Ab 2015 soll er mit seiner vollen Energie von 14 Tera-Elektronenvolt laufen, was eine noch genauere Massenbestimmung des Higgs-Teilchens ermöglichen wird. Damit einher geht die Hoffnung auf weitere neue bahnbrechende Entdeckung der Physik. Ja, da haben sie die Türen zugemacht. Da haben sie gesagt, so, das Higgs-Zeichen ist gefunden, Tür zu und jetzt wird erst mal geguckt, dass das auch alles sein Schick hat. Ich meine, das wird praktisch, die Anlage wird belohnt, sie soll sich erholen, sie soll zur Ruhe kommen. Ich meine, wenn man die ganze Zeit Protonen beschleunigt hat da drin, dann will man ja auch mal seine Ruhe haben. Ja, da hat er so praktisch so eine Art Reha-Zentrum für den Beschleuniger jetzt mal ausgerufen. Es ist aber auch nicht zuletzt so, darf man nicht vergessen, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Ich meine, da wird schon Geld verbraucht, unter anderem für die Stromrechnung. Diese ganze Anlage verbraucht natürlich Strom. Und im Winter ist das ein Problem in der Schweiz offenbar. Ich weiß nicht, ich glaube von Oktober oder November muss das dann bis Mai sowieso immer ausgeschaltet werden. Und naja, so wird auch bei der Suche nach den Bausteinen des Universums, ist es am Ende doch immer eine Frage des Geldes. Alles irgendwie eine Frage des Geldes. Ob vielleicht die Entstehung des Universums damals auch eine Frage des Geldes war, wäre eine interessante Frage. Ob jemand vielleicht darauf spekuliert hat, hat vielleicht einen Leerverkauf gemacht. Ob das Universum besteht, das weiß man nicht so genau. Ich bin mal gespannt. Ja, also hier haben wir es auf jeden Fall jetzt mit einer Anlage zu tun, die momentan im Erholungszustand ist. Und es wird demnächst also weitergehen. Und dann hofft man tatsächlich nicht nur das Higgs-Teilchen mit einer größeren Genauigkeit zu messen, sondern eben auch noch ganz andere Teilchen zu messen. Und es geht ja überhaupt darum, was hat dieses Higgs-Teilchen eigentlich für eine Bedeutung. Und davon handelt der nächste Beitrag. Martin P. Dittgen wird nämlich darüber erzählen, was das Higgs-Teilchen aus dem Blickwinkel der theoretischen Physik zu bedeuten hat. Im folgenden Kapitel werden einige Grundbegriffe der theoretischen Physik vorgestellt. Erst beschäftigen wir uns mit dem Lagrangian, einem wichtigen Werkzeug in der modernen Physik. Dann folgt eine kurze Einführung in die Welt der physikalischen Symmetrien. Und schließlich werden wir sehen, wie das Konzept der Symmetriebrechung zur Erzeugung von Masse führt. Der Lagrangian oder die Lagrange-Dichte Die Phänomene, die von der Physik beschrieben werden, haben sich seit deren Entstehung kontinuierlich vermehrt. Viele von ihnen erscheinen als unvereinbar miteinander. Gleichwohl gilt eines der ersten theoretischen Modelle der Physik auch heute noch als essentiell für die Beschreibung der Natur. Die Rede ist von der Lagrange-Funktion. Sie wurde ursprünglich von Joseph Louis Lagrange aufgestellt, um die Phänomene der Mechanik auf einer noch abstrakteren und allgemeineren Ebene zu beschreiben, als dies die drei newtonschen Gesetze tun. Mit einigen kleinen Änderungen ließ sich der Lagrange-Formalismus auch auf die Bewegung von Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern anwenden. Er erwies sich nach einigen Uminterpretationen auch als nützlich, um die widerspenstigen und mitunter mehr als gegenintuitiven Phänomene der Quantenmechanik zu beschreiben. In der Quantenmechanik wird prinzipiell über alle Wege, die ein Teilchen nehmen kann, summiert. Die Lagrange-Funktion bestimmt, wie viel von einem Weg dabei in die Summe einfließt. Die Lagrange-Funktion hat sich als der universelle Schraubenschlüssel der Physik über alle Phänomene hinweg bewährt. Auch in der Quantenfeldtheorie kommt ihr dabei eine besondere Bedeutung zu. Da es im Sinne der Quantenfeldtheorie erst einmal nur mögliche Felder gibt und erst Schwingungszustände eines Feldes ein Teilchen repräsentieren, muss sie zu einer Lagrange-Dichte-Funktion umgeschrieben werden. Um dieses sperrige Wort zu vermeiden, spricht man meist kurz vom Lagrangian. Der Lagrangian einer Quantenfeldtheorie beschreibt vollständig die Teilchen mit deren Eigenschaften und Wechselwirkung. Es ist also möglich, eine Reihe verschiedener Lagrangians aufzustellen und damit zu experimentieren. Man kann auf diese Weise spielzeugartige Theorien aufstellen, die keine praktische Entsprechung haben müssen. Dieses Vorgehen ist hilfreich, will man sich erst einmal mit den Werkzeugen der Quantenfeldtheorie vertraut machen. Mathematisch gesehen muss ein Lagrangian bestimmte Eigenschaften haben. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Physiker, der seit seiner frühen Kindheit unter einer schrecklichen Nackenstarre leitet, deswegen sein Kopf immer krumm zur Seite gestreckt hält und ihn nicht gerade aufrichten kann. Versucht er nun die Flugbahn eines Balles zu beschreiben, so wird sich seine Schilderung von derjenigen anderer Physiker unterscheiden. Seine Auffassung der Welt dürfte sein, alle schweren Objekte fallen immer nach rechts. Im Gegensatz zum gewöhnlicheren Statement, alle schweren Objekte fallen immer nach unten. Trotzdem beschreiben beide Sichtweisen dieselbe Bewegung. Physiker versuchen daher schon seit längerem immer auch zu fragen, unter welchen Transformationen eine Theorie im Kern immer noch gleich bleibt. Jemand, der seinen Kopf in die Schräglage transformiert hat, sollte somit immer noch die gleichen fundamentalen Prinzipien in der Natur erkennen können. Eine der wichtigsten Transformationen ist die Eichtransformation. Stellen Sie sich vor, Sie wollen auf die Zugspitze klettern und möchten wissen, wie viele Höhenmeter Sie zurückzulegen haben. Um diese zu bestimmen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können die Differenz der Meereshöhe der Zugspitze und derjenigen Ihrer aktuellen Position bilden. Oder aber Sie messen beide Entfernungen vom Erdkern aus und subtrahieren die Beträge. Sie können aber auch dem Zugspitzgipfel die Höhe 0 zuweisen und dadurch Ihrem Standort eine negative Höhenzahl verleihen. Es spielt also keine Rolle, wo Sie den Nullpunkt setzen. Letztlich zählt nur der relative Unterschied zwischen den beiden Punkten. Diese Freiheit in Bezug auf das Setzen des Nullpunkts nennt man Eich-Symmetrie oder auch Eich-Invarianz. Die Eich-Symmetrie führt nun dazu, dass innerhalb unserer Theorien den W- und Z-Bosonen keine Masse zugewiesen werden kann. Empirische Befunde zeigen jedoch deutlich das Gegenteil. Wie kann dieser Widerspruch gelöst werden? Die Antwort hierauf liegt im Higgs-Mechanismus verborgen. Er stellt eine Erweiterung zu den bisherigen Theorien dar. Doch bevor wir uns mit seinen Details auseinandersetzen können, müssen wir uns erst noch mit der Rolle der Symmetrien in der modernen Physik beschäftigen. Symmetrien Unter einer Symmetrie versteht man in der Physik die Eigenschaft eines Systems, sich unter einer Transformation nicht zu ändern, also invariant zu bleiben. Die Symmetrien, die man in der Physik vorfindet, stellen häufig unanschauliche mathematische Symmetrien der Natur dar. Sie zu finden, erfordert einiges an theoretischen Vorüberlegungen und raffinierten Experimenten. Die Symmetrie im Universum erkennt man nicht mit bloßem Auge, sondern nur mit Hilfe abstrakter Mathematik. Die Symmetrie eines Weinglases ist ein spezieller, anschaulicher Fall einer Symmetrie. Es gibt jedoch auch Symmetrien, die unanschaulich sind. Diese werden in der Gruppentheorie untersucht und bilden ein wichtiges Hilfskonstrukt zur Ableitung eines Lagrangien. In der Vergangenheit basierten Erkenntnisse meist auf einem empirischen Experiment, dessen Ergebnisse mit gleichartigen Ergebnissen zu einer Theorie verknüpft wurden. Deren mathematische Verknüpfung wurde dann auf Symmetrien geprüft. Das ist der klassische Weg, wie er vor den Entwicklungen in Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie praktiziert wurde. Der moderne Weg ist umgekehrt. Man fängt mit einer Symmetrie an, konstruiert daraus eine Theorie und prüft schließlich, ob diese Theorie sich im Rahmen eines Experiments bestätigen lässt. Bestätigt das Experiment die Theorie, so kann diese mit anderen Theorien zu einem größeren gedanklichen Gebilde verknüpft werden. Tut es das hingegen nicht, wird die Theorie weggeworfen und man beginnt mit einer anderen Symmetrie von Neuem. Doch was in aller Welt fokussiert die Physiker so auf diese Symmetrien? Nun, aus der Wissenschaftshistorie wird erkennbar, dass die besseren Theorien, die mehr Effekte erklären konnten als ihre Vorgängertheorien, immer diejenigen waren, die eine größere Symmetrie besaßen. Die meisten antiken griechischen Philosophen und Denker dachten beispielsweise, dass die Raumachse oben-unten besonders ausgezeichnet sei. Schließlich fielen alle Körper in dieser Richtung nach unten. Newton zeigte und postulierte dann, dass unser Universum keine bestimmte Richtung in seiner mathematischen Struktur bevorzugt. Lediglich durch die Massenanziehung unserer Erde im Rahmen des ebenfalls symmetrischen Gravitationsgesetzes konnten wir diesem Eindruck erliegen. Die Mechanik von Newton wurde durch die Umformulierung von Lagrange allgemeiner und symmetrischer, bis Albert Einstein zu seiner allgemeinen Relativitätstheorie gelangte, für die meisten Physiker der Inbegriff von Schönheit und Symmetrie. Es ist aufschlussreich, einige alltägliche Objekte oder auch Kunstwerke auf ihre Symmetrie hin zu untersuchen. Auch diese besitzen oft eine bestimmte symmetrische Grobstruktur, die in den Feinheiten die Symmetrie regelhaft bricht. Erst dadurch vermag ein Kunstwerk spannend und schön zu wirken. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Asamkirche in München, aus der Zeit des Spätbarocks. Die Gestaltung der Kirche wirkt auf den ersten Blick sehr symmetrisch. Achtet man jedoch auf die kleinen Ornamente und Details, so stellt man fest, dass sie die Symmetrie brechen. Nun kann die perfekte physikalische Symmetrie sich ebenso wenig bis in Extenso entwickeln. Wäre unser gesamtes Universum symmetrisch, so würde es nur aus einem homogenen Brei bestehen. Galaxien, Sterne, Planeten, von Leben ganz zu schweigen, wären in der perfekten Symmetrie nie entstanden. Es muss also leichte Asymmetrien oder Symmetriebrechungen geben, die das Entstehen von Strukturen erlauben. Der Physiker Anthony C. fasste diesen Gedanken, der auch schon Einstein umtrieb wie folgt, zusammen. Als Schöpfer des Universums wären sie mit einem unauflösbaren Gestaltungsdilemma konfrontiert. Einerseits würden sie das Universum als einen vergnüglichen und interessanten Ort erschaffen wollen. Andererseits würden die Leute ihre Absichten kritisieren, wenn der Plan nicht perfekt symmetrisch ist. Zurück zu unserem Higgs-Mechanismus. Unsere Theorie der schwachen Wechselwirkung muss eine Asymmetrie in Form einer Symmetriebrechung aufweisen, die dafür sorgt, dass unsere Austauschbosonen, also die W- und Z-Bosonen, eine von Null verschiedene Masse besitzen. Dies können Sie vergleichen mit einem Kunstwerk, das aus der Ferne symmetrisch wirkt. Aus der Nähe betrachtet aber etwas unterschiedliche Ornamentik auf der rechten und auf der linken Seite aufweist. Analog zum Design der Asamkirche. Doch wie kommt es zu einer solchen Symmetriebrechung? Wenn wir eine Symmetrie brechen wollen, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten hierzu. Erstens, man bricht die Symmetrie direkt. Das bedeutet, dass man künstlich einen asymmetrischen Störterm zu unserem symmetrischen Lagrangian addiert. Für einige Bereiche der schwachen Wechselwirkung die extremste Asymmetrien aufweist, hat sich diese Option bewährt. Doch um die im Standardmodell aus dem Nichts auftauchende Masse zu erklären, ohne dabei andere Symmetrien, inklusive unserer Eichinvarianz, ebenfalls quasi mit dem Hammer zu brechen, bedarf es eines wesentlich subtileren Ansatzes, womit wir zu unserer zweiten Möglichkeit kommen. Zweitens, die spontane Symmetriebrechung. Dabei sorgt man dafür, dass sich die Symmetrie unter gewissen Umständen quasi selbst bricht. Zunächst ein einfaches Beispiel für das Prinzip dieses Konzepts. Wenn Sie einen dünnen Plastikstreifen zwischen Daumen und Zeigefinger halten, ist er gerade und präferiert keine Richtung. Damit besitzt er Symmetrie. Erhöhen Sie nun den Druck auf den Plastikstreifen, indem Sie beginnen, ihn zusammenzudrücken, so wird er sich in eine Richtung beugen. Obwohl der Plastikstreifen also anfänglich symmetrisch war, biegt er sich bei ausreichendem Druck in eine Richtung und bricht damit seine Symmetrie. Wenn Sie den Druck wieder reduzieren, so wird er wieder in seine symmetrische Form zurückkehren. Gleiches gilt für einen Kreisel, der im hochenergetischen Zustand eine symmetrische Drehung ausführt. Nach einiger Zeit hat er durch seine Reibung jedoch so viel Energie verloren, dass er zu taumeln beginnt, zur Seite fällt und damit seine Symmetrie bricht. Ein weiteres Phänomen, an dem man die spontane Symmetriebrechung gut beobachten kann, ist der Magnetismus. Er hat seine Ursache darin, dass jedes Elektron ein inneres magnetisches Moment den Spin besitzt. Als würde es einen kleinen Stabmagneten mit sich herumtragen. In den meisten Atomen heben sich die Effekte dieser vielen kleinen Stabmagneten so auf, dass nach außen hin kein effektives magnetisches Feld wirkt. Doch in einigen Atomsorten sind die Elektronenkonfigurationen so günstig, dass der Effekt der kleinen Stabmagneten nach außen hin deutlich wahrnehmbar erhalten bleibt. Hierbei spricht man von ferromagnetischen, also magnetisierbaren Materialien. Liegt die Temperatur oberhalb einer gewissen, als Curie-Temperatur bezeichneten Schwelle, für Eisen liegt die Curie-Temperatur bei 768 Grad Celsius, so besitzt jedes Elektron genug Energie, um ganz eigensinnig mit seinem Stabmagneten in jede beliebige Richtung zu deuten, ohne Rücksicht auf die anderen umliegenden Elektronen. Senkt man die Energie nun unter die Schwelle der Curie-Temperatur ab, so verfügt jedes einzelne Elektron über immer weniger Energie. Die Elektronen merken nun, dass sie dieses weniger an Energie gut kompensieren können, indem sie sich in kleinere Grüppchen aufteilen, die mit ihren Stabmagneten jeweils in die gleiche Richtung zeigen. Aus unserem etwas eigensinnigen Elektron wird nach Unterschreiten dieser Temperaturschwelle nun ein wahres Herdentier. Die so gebildeten, scharf voneinander abgetrennten Bereiche gleicher Elektronenausrichtung nennt man weißsche Bezirke. Bedauerlicherweise richten sich diese untereinander so aus, dass sich auf größeren Längenskalen noch kein ganzer Stabmagnet ergibt. Dafür muss man noch ein wenig nachhelfen. Richtet man von Hand durch Anbringen eines magnetischen Feldes alle weißen Bezirke in die gleiche Richtung aus, so entsteht ein Stabmagnet. Aus dem Wirrwarr von vielen einzelnen Teilchen ergibt sich nun eine ausgezeichnete Richtungsachse mit Nordpol und Südpol. Durch dieses Magnetfeld ist der Raum bzw. die Bewegung im Raum nicht mehr symmetrisch in alle Raumrichtungen. Der Magnet hat also die Raumsymmetrie gebrochen. Oberhalb der Curie-Temperatur ist dieses Ausrichten nicht möglich. Erst mit abnehmender Energie und fallender Temperatur kann eine Richtung bevorzugt werden. Dieses faszinierende Konzept der spontanen Symmetriebrechung können wir nun im Rahmen der Quantenfeldtheorie auf unser Standardmodell anwenden. Das Higgs-Feld und seine Dynamik Im modernen physikalischen Weltbild wird die Frage nach der Herkunft der Masse mit dem Modell von einem Mechanismus beantwortet, der seit dem Urknall überall im Universum vorhanden ist und in unterschiedlichen Maße auf unterschiedliche Teilchen einwirkt. Dieser Mechanismus wird als Feld bezeichnet. So wie ein elektrisches Feld im Raum elektrische Kräfte vermittelt, so kann man sich das Higgs-Feld wie ein Kraftfeld vorstellen, das Teilchen Masse verleihen und sie in gewissem Sinne abbremsen, also eine Art Reibungskraft bewirken kann. Unterschiedliche Teilchen erhalten durch dieses Feld unterschiedliche Massen. Manche Teilchen jedoch wechselwirken nicht mit dem Higgs-Feld wie das Photon und sind deswegen masselos. Zur Erinnerung, würde man ein Proton auf eine Waage legen, so wären 96% seines Gewichtes auf jene Energie zurückzuführen, die zwischen seinen Quarks hin und her fließt. Man spricht hier von Bindungsenergie. Laut Einstein ist Masse erstarrte Energie. Nur 4% des Gewichts des Protons haben mit der eigentlichen Masse seiner Quarks zu tun. Und diese Masse wiederum ist die erstarrte Wechselwirkungsenergie der Quarks mit dem Higgs-Feld. Die Forderung nach gewissen Symmetrien im Universum mündet in ein Modell für das Higgs-Feld. Dieses sieht in seiner einfachsten Form aus wie ein mexikanischer Hut. In der Mitte liegt ein Hügel, die Hutkrone, der von einem rinnenartigen, konkav gewölbten Graben umgeben wird, der Hutkrempel. Sehen wir doch mal die Masse nicht länger als fixe Größe, gemäß dem Motto, dieses Teilchen wiegt 10 Gigaelektronenvolt, sondern betrachten wir sie als eine dynamische Variable, die sich auf unserem mexikanischen Hut bewegen kann. In diesem Modell kann man sich die Masse als eine sich auf dem Hut bewegende Kugel vorstellen. Die Kugel steht hierbei nicht repräsentativ für ein Teilchen, sondern für einen Zustand des Feldes. Ihr Abstand vom Mittelpunkt des Huts, auf dem Scheitel der Hutkrone, bestimmt die Masse unseres Teilchens. Zu Beginn sitzt die Kugel genau auf diesem Mittelpunkt, wo die Symmetrieachse des Huts verläuft, die W- und Z-Bosonen besitzen keine Masse. Doch so wie eine Kugel einen Berg hinunterrollt, um ihre Energie zu minimieren, so strebt nun auch unsere imaginäre Kugel danach, in die Krempe hineinzurollen. Schon die winzigste Störung genügt und die Kugel rollt aus ihrer instabilen Gleichgewichtslage nach unten. Die Symmetrie ist gebrochen. Unsere Kugel befindet sich nun nicht mehr auf dem Nullpunkt, sondern hat einen bestimmten Abstand zu ihrer ursprünglichen Position. Diesem Abstand entspricht die nun von Null verschiedene Masse der W- und Z-Bosonen. Analog zum fallenden Kreisel hat unsere Kugel also die Symmetrie gebrochen. Man beachte hierbei, dass das Potenzial, also die Energie des Feldes, prinzipiell immer noch symmetrisch ist. Lediglich aus dem Blickwinkel der Kugel schaut es nicht mehr symmetrisch aus. Die Kugel sieht sozusagen nur noch ihre Krempe und den Anstieg der Hutkrone. Wir haben also eine gebrochene Symmetrie, obwohl wir uns immer noch in einem vom Mittelpunkt aus betrachtet symmetrischen Potenzial befinden. Es entsteht also ein asymmetrischer Eindruck, der unseren W- und Z-Bosonen eine Masse verleiht. Trotzdem bleibt unsere Eichs-Symmetrie erhalten, da der Hut prinzipiell immer noch eine symmetrische Form hat. Das Higgs-Boson Doch wo genau kann in diesem Modell ein Higgs-Boson auftreten? Wenn es nachgewiesen werden kann, können wir beweisen, dass unsere Überlegungen zur Kugel auch der Realität entsprechen und nicht nur einen mathematischen Rechentrick darstellen. In der Quantenfeldtheorie haben Teilchen eine besondere Form der Existenz. Sie sind allesamt Anregungen bzw. Schwingungen von Feldern. Um den Begriff des Feldes zu veranschaulichen, stelle man sich eine Wasserfläche vor, auf der sich Wellen befinden. Die Wasserfläche steht für das Feld und durchsetzt den ganzen Raum, während die Teilchen durch Wellen dargestellt werden. Wellen sind nur so lange zu beobachten, wie das Wasser hin und her schwingt. In diesem Sinne sind also Teilchen Anregungen eines Feldes. Im Bild des mexikanischen Huts entspricht der Zustand eines Feldes der Bewegung der Kugel. In der Quantenfeldtheorie besteht das Universum aus einer Ansammlung von Feldern. Erst durch die Anregung eines dieser Felder entsteht ein Teilchen, zum Beispiel ein Elektron. Existiert das Higgs-Feld tatsächlich, so hat unsere Kugel die Möglichkeit, die Seitenwände der Hutkrone auf- und abzurollen, wodurch eine Schwingung erzeugt wird. Dieser Schwingungsbewegung des Higgs-Feldes entspricht ein Teilchen. Das Higgs-Boson. Zusammenfassung Befände sich das Universum im Innern einer gigantischen stromdurchflossenen Spule. So wäre das gesamte Universum mit einem homogenen Magnetfeld durchflutet. Sämtliche geladenen Teilchen flögen dann auf seltsamen Bahnen durch das Universum. Für uns jedoch wären diese verrückten Bewegungen eben der natürliche Lauf der Dinge. Würde man uns erklären, dass es im Grunde der Wirkung eines Feldes geschuldet sei, dass sich alles im Kreis dreht, so sehen wir uns vermutlich in unserer tiefsten Intuition erschüttert, dass die Kreisbewegung etwas Ursprüngliches nicht weiter hinterfragbares ist. Entsprechend verhält es sich mit dem Higgs-Feld und der Herkunft der Masse der Elementarteilchen. Das Higgs-Feld ist ein wichtiger Teil unserer Welt. Erst durch seine Anwesenheit greifen die Prozesse des Standardmodells auf die uns bekannte Weise ineinander und machen unsere Welt zu dem, was sie ist. Wir haben gesehen, wie das Higgs-Feld durch eine spezielle Synthese aus Symmetrie und Asymmetrie genau jene Eigenschaften hervorbringt, um die Masse der Elementarteilchen im modernen physikalischen Weltbild erklären zu können. Das Higgs-Teilchen ist in diesem Bild nicht der Grund für die Masse, sondern eine messbare Erschütterung des Higgs-Feldes. Dass diese Erschütterung gemessen wurde, ist ein großartiger Fortschritt der Wissenschaft. Das Higgs-Feld liefert Antworten, doch es gibt auch Anlass zu neuen Fragen. Zum Beispiel, woher kommt es selbst oder, wie es der Physiker Steven Weinberg ausdrückte, mein Albtraum ist, dass die einzige wichtige Entdeckung am LHC das Higgs-Teilchen bleibt. Seine Entdeckung war wichtig, sie bestätigt die bestehende Theorie, aber sie gibt uns keine neuen Ideen. Wir müssen neue Dinge finden, die nach weiterer Forschung verlangen, wenn wir Geld bekommen wollen für einen Teilchenbeschleuniger der nächsten Generation. Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Steven Weinberg spricht, dann hat der Astrophysiker zu schweigen. Aber ich kann doch das nicht so lassen. Ich meine, das mit den Symmetrien ist ja schon schwierig. Also man hat allgemeine Prinzipien, die hält man für so wichtig, dass man sie zur Bedingung macht, wie eine Theorie auszusehen hat, damit sie die Wirklichkeit tatsächlich beschreibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Ganz am Anfang habe ich von Kopernikus gesprochen. Der hat nämlich genau so argumentiert. Er hat gesagt, vertraut euren Sinnen nicht. Es gibt allgemeinere Prinzipien, die uns viel mehr über die Wirklichkeit aussagen als unsere Sinne, unsere direkte Sinneswahrnehmung. Und so argumentieren die theoretischen Physiker heute auch. Es gibt allgemeinere Prinzipien, die mehr über die tatsächliche Struktur der Wirklichkeit aussagen als unsere Sinneswahrnehmung. Tja, das ist natürlich ganz komisch, dass es so ist, aber es scheint so zu sein. Zumindest finden die Physiker aufgrund ihrer jetzt ja inzwischen vier Jahrhunderte langen Suche nach den Bausteinen der Materie, kommen immer wieder zu diesen zunächst einmal einfachen Prinzipien zurück. Ich kann Ihnen eines versichern, mathematisch ist das ein Hammer, worum es hier geht. Das ist wirklich nicht einfach. Aber wenn man es kann, dann weiß man, wie man damit umzugehen hat. Nämlich diese Lagrange-Funktion zu suchen, diese Lagrange-Dichte-Funktion zu suchen, die muss bestimmte Eigenschaften haben. Und wenn diese Lagrange-Funktionssuche günstig ist, wie zum Beispiel in dem Fall von Peter Higgs, der 1964 zum ersten Mal eine solche Lagrange-Funktion aufgeschrieben hat, dann ergeben sich daraus eben vor allen Dingen eben auch Vorhersagemöglichkeiten. Darauf kommt es ja an. Es nutzt ja gar nichts, einfach nur eine Lagrange-Funktion da mal hinzuschreiben, sondern es muss eine sein, die es möglich macht, auch getestet zu werden. Und das ist ja das Großartige, auf das man hier vielleicht fast gegen Ende des Buches nochmal hinweisen muss, dass nämlich diese Auseinandersetzung zwischen Theorie und Experiment am Beispiel des Higgs-Teilchens ja hier vorbildlich, exemplarisch vorbildlich durchgeführt worden ist. Dass man fest davon überzeugt war über die Jahre, weil es auch Indizien gab, dass es so sein muss, dass es dieses Feld gibt. Und wenn es dieses Feld gibt, dann muss auch das Higgs-Teilchen da sein, wie wir eben gerade gehört haben. Denn zu jedem Feld gehört eben auch die Anregung des Feldes in Form von Teilchen. Und dass das so gut geklappt hat, das ist einfach eine ganz großartige Sache und gehört eben zu den ganz großen Triumphen der Physik. Ja, wir werden sehen, was da rauskommt. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Higgs und fertig? Von Harald Lesch So, das Higgs ist jetzt gefunden. Das Higgs schließt das Standardmodell ab. Das liest sich wie der berühmte Satz am Ende eines guten Abendessens, Käse schließt den Magen. Danach gibt es höchstens noch eine Tasse Kaffee und das war's dann. Kein Nachtisch mehr. Man fragt nach der Rechnung. Ist das Higgs wirklich so ein Abschlussstück der Teilchenphysik? Kommt jetzt nur noch die Rechnung? Was der Betrieb des großen Beschleunigers im schweizerischen und französischen Untergrund kostet, ist bekannt. Da geht es um richtig viel Geld. Aber wofür? Was suchen die Physiker denn jetzt noch? Und können sie es mit dieser größten Maschine der Welt auch finden? Auf der uralten Suche nach den ewigen Prinzipien der Materie sind wir schon ziemlich weit gekommen. Das muss man ja mal sagen. Es ist den Forschern tatsächlich gelungen, so tief in die Materie einzudringen, dass sie auf einige wenige, offensichtlich wirklich elementare Teilchen und vier fundamentale Kräfte gestoßen sind. Laut einer Presseveröffentlichung des deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY ist damit die Suche nach dem Aufbau der uns umgebenden leuchtenden Materie abgeschlossen. Wir haben fertig. Was gibt es dann jetzt noch zu suchen? Kann es wirklich sein, dass die erfolgreichste Wissenschaft aller Zeiten an ihren Grundfesten an ein empirisches Ende gekommen ist? Die Lage ist etwas komplizierter, als es die Presseverlautbarung der Hamburger Physiker darstellt. Zum einen gibt es nach wie vor Teilchen im Universum, deren Wirkung von den Astrophysikern mit dem Begriff dunkle Materie zwar sehr eingängig benannt wird, deren physikalische Natur aber völlig unbekannt ist. Man weiß zwar, dass es diese Teilchen geben muss, aber sie setzen sich ganz sicher nicht aus den Elementarteilchen zusammen, die vom Standardmodell vorhergesagt wurden und über vier Jahrzehnte in harter Arbeit an verschiedenen Beschleunigeranlagen nachgewiesen wurden. Die Astrophysiker fordern für die dunkle Materie Teilchen, die viel schwerer sein müssen als die Protonen, aber auf keinen Fall in irgendeiner Weise mit elektromagnetischer Strahlung in Wechselwirkung treten dürfen. In einfachen Worten, die Teilchen der dunklen Materie geben weder Strahlung ab, noch absorbieren sie diese. Die dunkle Materie ist einfach nur schwer. Das heißt, sie wirkt durch ihre Masse auf die Massenverteilungen der leuchtenden Materie. Als besonders starker Hinweis gelten hier die Beobachtungen des von der allgemeinen Relativitätstheorie erklärten Gravitationslinseneffektes, der dadurch zustande kommt, dass sich in Anwesenheit von großen Materiemengen die Raumzeitgeometrie und dadurch wiederum die Lichtwege ändern. Kurzum, die zahlreichen Gravitationslinsen im Universum dienen den Astrophysikern als Instrument, die räumliche Verteilung und Masse der unsichtbaren dunklen Materie anhand der durch die verbogenen Lichtwege verzerrten Bilder von Galaxien und Galaxienhaufen nachzuweisen. Wir wissen also, dass es im Universum noch Materieanteile geben muss, die vom Standardmodell der Teilchenphysik nicht beschrieben, erklärt und vorhergesagt werden. Allerdings kann man diese bis heute noch unbekannten Teilchen hier auf der Erde kaum finden, denn die dunkle Materie macht sich erst in sehr großen räumlichen Ausdehnungen bemerkbar. So hat sie praktisch überhaupt keinen Einfluss auf die Bewegungen der Planeten im Sonnensystem oder der Sterne in der Milchstraße innerhalb einer Entfernung vom Zentrum unserer Milchstraße von rund 50.000 Lichtjahren. Erst bei größeren Abständen vom Zentrum einer Galaxie dominiert die dunkle Materie die Bewegungen der leuchtenden Materie. Deshalb muss man schon extrem empfindliche Messungen in unseren Laboren vornehmen, um überhaupt auf die hiesige Existenz von dunkler Materie schließen zu können. Der Large Hard-Tone Collider in der Schweiz könnte hierfür der richtige Platz sein, denn möglicherweise könnten die Teilchen der dunklen Materie bei Experimenten mit noch höheren Energien entstehen. Theorien, die für die Existenz von bisher noch verborgenen Teilchenfamilien sprechen, gibt es zu Genüge. Vor allem die Entwicklung des Standardmodells selbst liefert hier wichtige Hinweise, dass eine Vereinigung aller vier fundamentalen Kräfte zu einer Urkraft der richtige Weg ist. Auf dem Weg zum Standardmodell hat sich nämlich die Vereinigung der elektromagnetischen Kraft und der sogenannten schwachen Kernkraft als Meilenstein der Teilchenphysik herausgestellt. Die Verschmelzung beider Kräfte zur elektroschwachen Wechselwirkung stellt eine der größten und tiefsten Erkenntnisse der Physik überhaupt dar. Schließlich wirkt die elektromagnetische Kraft überall. Ihre Reichweite ist unendlich. Sie erklärt die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit der leuchtenden Materie, den Aufbau von Atomen und Molekülen und die Energiequelle von Sternen. Die schwache Kernkraft hingegen wirkt nur innerhalb von Kernbausteinen wie Neutronen. Ihre Reichweite beträgt gerade mal 10 hoch minus 18 Meter. Und doch, oberhalb sehr hoher Energien von 100 Gigaelektronenvolt sind diese beiden Kräfte nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Diese Vereinigung hat den Weg geebnet zu Experimenten, die die Vorhersagen überprüfen, denn die neue Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung hat neue Kraftteilchen prognostiziert, die alle entdeckt wurden. Damit stellt diese Vereinigte Kraft den Eckpfeiler des Standardmodells der Teilchenphysik dar. Als deren Konsequenz ließ sich übrigens auch die Existenz des Higgs-Feldes ableiten. Wichtig für uns hier ist aber vielmehr die Perspektive, die sich aus der Entwicklung der Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung ergibt. Denn nachdem es ganz offenbar ja schon einmal gelungen ist, zwei völlig unterschiedliche Grundkräfte zu vereinigen, könnte man als nächsten Schritt ja die starke Kernkraft mit der elektroschwachen Wechselwirkung zusammenführen und zu guter Letzt auch noch die Gravitation mit ins Boot holen. Darüber hinaus eröffnen Entwicklungen in der theoretischen Physik auch noch ganz andere Möglichkeiten. Denn über die experimentellen und theoretischen Fortschritte in der Teilchenphysik hinaus haben theoretische Physiker seit Langem einen großen Traum. Er hat den schönen Namen Susi und steht als Abkürzung für Supersymmetrie. Susi ist die vielversprechendste Heldin der theoretischen Physik auf der Suche nach der ganz großen Vereinheitlichung von allem. Den Teilchen der dunklen und der leuchtenden Materie mit wenigstens drei der vier fundamentalen Kräfte. Susi stellt die konsequente Fortsetzung der bis heute so erfolgreichen Suche nach den Grundbausteinen der Materie und den physikalischen Prozessen im ganz frühen Universum dar. Und Susi kann im Experiment getestet werden. Sie sagt nämlich verschiedene Teilchenfamilien voraus, die als exzellente Kandidaten auch für dunkle Materie gelten. Damit wären mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Theorie kann weiter ihrer Suche nach der großen Urkraft nachgehen, die Experimentalphysik hat Anlass, neue Experimente aufzubauen und die Astrophysiker hätten endlich eine Erklärung für die dunkle Materie, die übrigens sechs bis sieben Mal so häufig und schwer ist wie die leuchtende Materie. Wie fast immer in der Physik führt auch die Entdeckung des Higgs-Teilchens offenbar nicht zum Ende der Forschung. Die über viele Jahre vollzogene, im Jahr 2012 endlich erfolgreiche Suche nach dem Higgs-Teilchen hat nur den Boden auf dem die Teilchenphysik steht stabilisiert. Dieser Boden bildet die Basis des großen Tankers Physik, der sich nun seit über 400 Jahren durch den Ozean des Wissens bewegt. Die Mannschaften an Bord werfen unablässig ihre Netze aus, immer feiner werden die Maschen ihrer Jagdgeräte, um noch kleinere und noch exotischere Phänomene der Natur einzufangen. Und immer bleibt der Blick der Menschen an Bord auf den Horizont gerichtet. Was mag sich dahinter noch alles an Rätseln verbergen? Tja, und letztes Jahr war es ja dann soweit. Dann kriegten ja diejenigen, die das Higgs-Teilchen vorhergesagt haben, den Nobelpreis. Ich meine, jetzt mal unter uns, deswegen haben wir das Hörbuch nur gemacht. Also wir haben es ja vorbereitet. Im Hinblick darauf, dass Peter Higgs und sein Kollege Enlert den Nobelpreis in Physik bekommen, haben wir gedacht, komm, das kriegen wir noch hin. Ja, und das ist dann am 8. Oktober 2013 bekannt gegeben worden. Stockholm, 8. Oktober 2013, Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises 2013 von Florian Zeller und Harald Lesch. Es war ein langer Weg der beiden Forscher Peter Higgs und François Enlert bis zu jenem Augenblick, in dem das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, nach den Experimenten mit dem Large Hadron Collider ihre Theorie des Higgs-Teilchens bestätigte. Der Nachweis ist ein Triumph der Teilchenphysik, denn ihr Standardmodell steht nun auf solidem Fundament. Bereits in den 60er Jahren postulierten beide Forscher unabhängig voneinander den später nach Peter Higgs benannten Higgs-Mechanismus. Im Jahrzehnt zuvor waren schon erste Versuche unternommen worden, die beiden Grundkräfte des Elektromagnetismus und der schwachen Wechselwirkung zu vereinheitlichen. Dazu führten die Forscher damals Teilchen zur Kraftübertragung ein. Bei der elektromagnetischen Kraft waren es die Photonen, bei der schwachen Kraft hingegen wurden drei noch unbekannte Teilchen vorausgesagt. Die mathematische Symmetrie verlangte, dass alle vier Teilchen masselos sind. Die Experimente zeigten jedoch, dass die Teilchen für die schwache Kraft eine Masse besaßen, weshalb diese Theorie scheiterte. Peter Higgs, François Englert und der 2011 verstorbene Robert Brou beschritten einen anderen Weg, indem sie davon ausgingen, dass das Universum von einem Feld durchzogen sei, das manchen Teilchen ihre Masse verleiht und anderen nicht. Darauf basierend gelang es anderen Forschern, die beiden erwähnten Grundkräfte zusammenzuführen, da sie das Potenzial dieser Theorie erkannten, was diesmal drei massebehaftete Teilchen voraussetzte. Bald wurden diese als W- und Z-Posonen postulierten Teilchen am CERN detektiert, was ihren Entdeckern den Nobelpreis einbrachte. Die Bedeutung des Feldes wurde immer wichtiger in der Physik, da es ansonsten keine feste Materie geben würde. Jedoch blieb die Frage offen, ob es wirklich ein Feld gibt und wie man es nachweisen kann. Dass mit einem Feld auch stets Teilchen verbunden sind, besagt die Quantenphysik. Das Problem ist allerdings, dass diese nicht immer existieren. So wusste man, dass für den Nachweis des Higgs-Feldes extrem hohe Energien notwendig sind. Viele Forscher stellten deshalb den technischen Nachweis lange in Frage. Doch die Teilchenphysik baute ihr Standardmodell auf der Grundlage des noch nicht gefundenen Higgs-Teilchens immer weiter aus. Und zwar mit großem Erfolg. Vorhergesagte Teilchen wurden gefunden, auch dafür gab es sehr oft Nobelpreise. Nur die Hauptgrundlage war bis zum Jahr 2012 noch unbewiesen. Das änderte jedoch der LHC mit der endgültigen Entdeckung des Teilchens, womit eine rund 60 Jahre andauernde Entwicklung der Teilchentheorie vollendet wurde. Wäre dieser Nachweis nicht gelungen, hätte das Standardmodell der Teilchenphysik Schiffbruch erlitten, da alle seine Aussagen auf einem Teilchen basierten, das dann nicht existiert hätte, es aber andererseits Teilchen vorhersagte, die gefunden wurden. Während dieser Zeit blieben die drei Hauptakteure dieser Theorie außen vor, da der letzte Beweis immer noch fehlte. Deshalb wurden ein Jahr nach dem erfolgreichen LHC-Experiment Peter Hicks und François Angler 2013 in der Fachwelt als Favoriten für den Physik-Nobelpreis gehandelt. In der Hoffnung, dass die beiden nun endlich den verdienten Lohn erhielten, saßen am 8. Oktober 2013 viele Beobachter gespannt vor dem Computerbildschirm und sahen den Livestream aus Stockholm. Mit mehrstündiger Verspätung kam dann doch die erlösende Nachricht. Die zwei Begründer eines Feldes, das das ganze Universum durchdringt und den Teilchen ihrer Masse verleiht, erhalten den Nobelpreis für Physik 2013. Mit dieser größten denkbaren Ehrung für zwei Physiker wurde eine außerordentliche wissenschaftliche Leistung aus den frühen 60er Jahren belohnt. Gut Ding will Weile haben, kann man da nur sagen. Das größte Experiment der Menschheit hat Hicks und Anglers Vorhersagen bestätigt. Ihre Theorie ist ein strahlender Baustein im Puzzle der Teilchen Physik und der Kosmologie. Wir gratulieren von ganzem Herzen und voller Respekt. Ja, Mensch, da haben die Nobelpreis bekommen für die Entdeckung eines Teilchens, das die vor 60 Jahren vorher gesagt haben. Und just in dieser Zeit, wo ich dieses Hörbuch lese, gibt es am 17. März 2014 eine Hammer Entdeckung. Die gesamte astronomische Gemeinde hatte schon seit Tagen das Gefühl, da braut sich was zusammen. Wirklich, wirklich. Es war tatsächlich so, dass man schon in der Woche zuvor hatte man schon so Gerüchte gehört, am Montag gäbe es einen Knaller. Also da würde aber wirklich mal was dann. Die Forschung ist eigentlich ein langer ruhiger Fluss. Also meistens passiert ja gar nichts. Also wenn Sie den Eindruck haben, da Forschung würde pausenlos entdeckt werden, dann ist das völlig falsch. Das liegt nur daran, weil immer nur darüber berichtet wird. Es wird nie über den grauen Datenalltag der Forschung berichtet und wie lange es dauert, bis dann tatsächlich ein Teleskop funktioniert oder eine Messanlage funktioniert. Sondern es werden immer nur die Entdeckungen sofort wieder, die Fanfaren stoßen aus, ta 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 ta. Und in dieser Woche vor dem 17. März 2014, da hörte man von verschiedenen Kollegen aus aller Welt, hast du schon gehört, weißt du schon, dass am Montag, das ist also so gegen 15 Uhr Nachmittags mitteleuropäischer Zeit, da soll es dann bekannt gegeben werden. Ich sage, was denn? Ja, das weiß man nicht so genau, aber die haben da irgendwas gefunden. Ja, was denn? Ja, irgendwas ganz vom Universum, ganz von vorne. Ja, wie jetzt? Was von der Hintergrund schon? Ja, die haben doch da schon seit Jahren haben die doch in der Antarktis, am Südpol, haben die doch schon so ein Ding da stehen, Bizeps heißt das. Und die messen doch die ganze Zeit, die messen doch die ganze Zeit. Wie ist das auch so ein NSA-Tetestrom? Nein, hat überhaupt nichts damit zu tun. Das sind die von Harvard, die messen schon die ganze Zeit am Südpol, am Südpol, klar, am Nordpol kannst du nichts hinstellen. Im Sommer will man sowieso nicht da oben sein, weil da ist ja im Sommer, im Nordpol ist ja hell. Das ist dann zu hell. Also für ein Teleskop eine Katastrophe. Aber im Winter ist es am Nordpol wie am Südpol ja total dunkel. Längere Zeit dunkel. Das hat große Vorteile. Die haben also, die Amerikaner, die haben also mit ihrem Bizeps, klar, Bizeps heißt das Gerät, damit kann man die Strahlung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die kann man damit aufnehmen. Aber jetzt nicht den ganzen Himmel abscannen, sondern was die mit dem Bizeps machen ist quasi, wie soll ich das sagen, so eine Art von Zen-Astronomie. Du guckst auf einen Punkt die ganze Zeit und wenn du nur lang genug hingeguckt hast, dann werden irgendwann Dinge erscheinen, die du vorher nicht gesehen hast. Gut, das ist jetzt ein Detektor, also da hängt ja hinten was dran an dem Teleskop und dieses Teleskop guckt die ganze Zeit auf einen Punkt am Himmel. Das wusste man schon, dass die Amerikaner schon seit neun Jahren mit diesem Bizeps da oben hingucken, das wusste man also schon. Aber was dabei rauskommt, das wusste man natürlich nicht. Es gibt so viele Anlagen am Südpol, da gibt es Neutrino-Teleskopen, alles mögliche, weil es da ist ja auch schön kalt und da stört auch nichts und so weiter. Also das Südpol ist die ideale Ort, um dem Universum irgendwie näher zu kommen. Ich kenne Kollegen, die waren da unten, die sind dem Universum auch deutlich näher gekommen währenddessen. Also du kannst ja nichts machen. Du sitzt praktisch in deinem Container drin und aber jetzt zur Sache. Also was war denn jetzt eigentlich? Was haben die denn da eigentlich jetzt gefunden? Die Bizeps-Leute haben die kosmische Hintergrundstrahlung untersucht und haben dabei herausgefunden, dass ganz offenbar ganz kurz nach dem Beginn des Universums es zu einer unglaublichen, aber witzig schnellen, überlicht schnellen Expansion des gesamten Universums gekommen ist, was sich eben in sogenannten Gravitationswellen niederschlägt. Und diese Gravitationswellen, die lassen sich in der kosmischen Hintergrundstrahlung nachweisen. Zum allerersten Mal hat man Gravitationswellen direkt in der kosmischen Hintergrundstrahlung nachgewiesen und zwar von dem größten Ereignis, was sich im ganzen Universum überhaupt jemals abgespielt hat. So, das ist jetzt mal die Schlagzeile und jetzt fangen wir mal an und arbeiten uns mal an den einzelnen Begriffen ab, damit sie mal eine Ahnung haben, worum es hier eigentlich geht. Die kosmische Hintergrundstrahlung, das ist ja schon mal was ganz Schönes, die wurde vorhergesagt und zwar hat man Ende der 40er Jahre, haben sich Kernphysiker, die vorher Atombomben gebaut haben und überhaupt an der Entwicklung der Kernphysik beteiligt waren, die haben sich Folgendes überlegt, naja, die Astronomen, die sprechen ja immer von einem expandierenden Universum, dann wäre das Universum ja früher kleiner. Klar, dann können wir mal überlegen, die Physik von Atomkernen, die beherrschen wir ja, haben gerade die Atombombe gebaut, vielleicht bauen wir demnächst noch Atomkraftwerke, dann könnte man sich mal überlegen, wenn das Universum so klein wäre wie ein Atomkern, die Physik kennen wir, dann können wir die Physik des Kosmos beschreiben, zu dieser Zeit, großartig, der Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor, die Verbindung des Allerkleinsten mit dem Allergrößten. Zu behaupten, das Universum expandiere, das war seit Ende der 20er Jahre, so das Thema bei der Kosmologie, der Hubble hatte das rausgefunden und ein Jesuitenpfarrer namens Georges Lemaitre hat die erste Idee hervorgebracht, wenn der Hubble recht hat, dass das Universum expandiert, dann muss es ja sowas wie ein Uratom gegeben haben und die Physiker haben sich nun Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts auf den Standpunkt gestellt, jawohl, wir machen den gesamten Kosmos zum physikalischen Objekt und sagen, wenn das Universum so groß war wie ein Atom, dessen Physik verstehen wir, dann können wir auch Vorhersagen machen, wie das Universum damals gewesen sein muss. Wenn es stimmt, dass das Universum expandiert und es früher eben mal so klein war wie ein Atomkern. Wunderbar. Na, das ist doch klasse. Ja, und die haben dann eine Vorhersage gemacht. Die haben nicht nur eine Vorhersage gemacht, die haben mehrere Vorhersagen gemacht, um das gleich zu sagen, alle Vorhersagen dieses sogenannten Urknalltheorie sind gefunden worden und zwar mit extrem hoher Präzision, sehr, sehr hoch. Das Erste, was ein Kernphysiker natürlich macht, ist Kernphysik. Klar, er macht Kernphysik im frühen Kosmos. Ja, was haben die dabei rausgefunden? Die haben sich dann überlegt, naja, wenn das Universum wirklich früher kleiner war, dann war es nicht nur kleiner, es war auch heißer. Das heißt, die Energien waren früher höher. Dann hätte es ja auch irgendwann mal den Zustand erreichen können, wo so Kernreaktionen möglich gewesen wären. Also könnte man sich ja mal überlegen, ob der frühe Kosmos nicht ein Kernfusionsreaktor gewesen ist, in dem nämlich kleine Atomkerne, wie zum Beispiel Wasserstoff, sich zu Helium zusammengetan haben. Da, 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 da. Dann haben die das ausgerechnet, dann haben sie eine Vorhersage gemacht, wie viel Wasserstoff und wie viel Helium muss es im Universum gegeben haben, bevor, bevor der erste Stern angefangen hat, in seinem Inneren Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Denn das ist das, was in Sternen stattfindet, die Verschmelzung von kleinen Atomkernen zu großen Atomkernen. Aber lange bevor überhaupt ein Stern entstanden ist, so die Idee der Urknalltheorie von 1948, schon lange zuvor müssen die leichten Elemente, Wasserstoff und Helium, im ganzen Kosmos entstanden sein. Haben die eine Vorhersage gemacht, was soll ich Ihnen sagen? Bingo! 100 Punkte. Es ist genau so, dass das Material, das zwischen den Galaxien ist, das also überhaupt noch nie in einem Stern war, genau der Zusammensetzung entspricht, die das Urknallmodell 1948 vorhergesagt hat. Kann man schon mal sagen, naja, ein Treffer, könnte man sagen, blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Gucken wir uns die nächste Vorhersage an. Diese Kernphysiker haben gesagt, naja, also wenn das Universum früher wirklich so heiß und so dicht und so kompakt gewesen ist, ja, dann könnten wir ja sogar das Strahlungsspektrum dieses Universums vorhersagen. Denn das war ja dann quasi so wie ein Körper, der mit sich im thermodynamischen Gleichgewicht ist. Und ein solcher Körper, ein sogenannter schwarzer Körper, der gibt ein besonderes Spektrum ab. Das nennt man Schwarzkörperspektrum, ja. Später sogar Planck-Spektrum genannt, weil der erste, der es erklären konnte, war Max Planck im Jahre 1900. Das Tolle an diesem Spektrum ist, es hängt von nix ab, von gar nix, bis auf die Temperatur. Also völlig wurscht, ob es aus Holz ist oder aus Glas oder aus Leder oder aus irgendwas. Es ist völlig egal, was da strahlt. Es hängt da nur noch von der Temperatur ab. Nur noch. Das heißt, wenn man dieses Spektrum, diese besondere Form der Intensitätsverteilung misst, dann kann man gleich rausfinden, ist es ein Planck-Spektrum oder nicht. Das heißt, die Herrschaften von 1948 haben eine weitere Vorhersage gemacht, dass es nämlich im frühen Kosmos eine Strahlung gab und dass von dieser Strahlung heute noch richtig viel übrig ist. Man kann also sowohl an dem Spektrum dieser Strahlung entdecken und das andere, was die auch noch vorher gesagt haben, ist, es muss im ganzen Kosmos gleichmäßig sein. Es ist ja eine kosmische Hintergrundstrahlung und es ist auch egal, wo in welche Richtung man schaut. Man spricht dann von einem homogenen und isotropen Universum. Vorhersage 1948, was soll ich Ihnen sagen, 1964 wurde diese kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt. Ramps! Und zwar von Leuten, die gar nicht danach gesucht hatten. Also von zwei Radioingenieuren, die sich darüber gewundert haben, dass in ihrer Hornantenne ihr Empfänger immer brummte. Und das ist ja für einen Radioingenieur eine große Provokation, wenn es immer brummt. Da wurden also die tollsten Erklärungsversuche tatsächlich genau diagnostiziert, unter anderem auch die Geschichte, wir sind ja unter uns, kann ich das ja mal sagen, die haben sogar geguckt, ob irgendwelche Tauben in ihrer Hornantenne gekackt haben. Ja, hätte ja sein können. Also Taubenkacke bei einer bestimmten Temperatur hätte genau die Strahlung hervorgebracht, die sie da gesehen haben, aber das war nicht so. Die Antenne war völlig sauber und die beiden Herrschaften sind dann eben mit ihrer Entdeckung einer Strahlungsquelle, die überall am Himmel ist und die völlig richtungsunabhängig ist, so sind die dann losgezogen. und alsbald gab es Kosmologen, die ihnen gesagt haben, ihr habt die Hintergrundstrahlung entdeckt. Natürlich hätten die Kosmologen die ja gerne entdeckt, aber so haben eben diese beiden Radioingenieure den Nobelpreis bekommen und nicht die Kosmologen. Die einen fuhren nach Stockholm und die anderen waren stocksauer. Kleiner Gag. Okay, ja, dann hat man also die Hintergrundstrahlung entdeckt, das war eine weitere ganz wichtige Vorhersage, die bestätigt worden ist. Das heißt, die Hintergrundstrahlung, die entsteht, so die Urknalltheorie, in dem Moment, wo das Universum so kühl geworden ist, dass die Elektronen sich nicht mehr frei bewegen können, unabhängig von den Atomkernen bewegen können. Die Hintergrundstrahlung entkoppelt sich von der Materie in dem Moment, wo die Atomkerne die Elektronen einfangen und daraus werden neutrale Atome, also Wasserstoff, Atom, Heliumatom. Die sind ja elektrisch neutral, beim Wasserstoff ein Proton, ein Elektron, beim Helium zwei Protonen im Kern und zwei Neutronen. Nur die Protonen sind geladen, also braucht das Helium zwei Elektronen, um elektrisch neutral zu werden. Und als die Atome alle Elektronen eingefangen hatten, da hatten die Photonen, also die Lichtteilchen der kosmischen Hintergrundstrahlung, hatten keine Stoßpartner mehr. Und seitdem zeigt sich die kosmische Hintergrundstrahlung so, wie sie damals war. Das kann man ausrechnen, wann das passiert ist. Das ist jetzt, heute auf den Tag genau, das war vor 13,7 Milliarden Jahren, hätte ich fast gesagt, natürlich Blödsinn, rechnen wir vom Anfang her, dann kann man sagen, naja, das Universum hat angefangen mit einer bestimmten Temperatur, die kann man sehr genau ausrechnen. Und wann war es dann so weit, dass es so weit abgekühlt hatte, dass die Elektronen von den Atomkernen eingefangen waren, 380.000 Jahre nach dem Beginn. Das heißt, wenn wir heute die kosmische Hintergrundstrahlung beobachten, dann sehen wir ein Relikt aus den ersten 100.000 Jahren des Universums. Und jeder Kubikzentimeter Universum ist mit 400 Photonen dieser Hintergrundstrahlung gefüllt. Überall, überall. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, aber ist denn das total gleichmäßig? Also wenn es total gleichmäßig wäre, ja, dann gäbe es uns nicht. Dann wird es uns nicht geben. Also wenn die Hintergrundstrahlung 100% homogen wäre, also ohne jeden Unterschied, ja, dann wird es uns nicht geben. Denn die kosmische Hintergrundstrahlung, dieser Moment, wo das letzte Mal die Photonen mit den Elektronen zusammengestoßen sind, dieser letzte Moment, gibt ja auch an, wie die Gasverteilung gewesen ist. Ja, ja, ist ja nicht nur Licht im Universum, ist ja auch Schatten da. Ja, also wie die Gasverteilung war. Also wenn diese Gasverteilung komplett homogen gewesen wäre, also ohne jeden Unterschied, also ohne, wirklich ausnahmslos ohne jeden Unterschied, ja, dann wird es uns ja gar nicht geben. Denn dass es uns gibt, hat ja was damit zu tun, dass es Sterne gibt, dass diese Sterne in Galaxien sind. Und das ist ja komisch. Denn Sterne und Galaxien in einem expandierenden Universum, das sollte ja so gar nicht sein. Weil in einem expandierenden Medium würde sich das Material ja völlig gleichmäßig verteilen. Es muss also am Anfang winzig kleine Schwankungen gegeben haben, dass es hier mal ein bisschen dichter war und da mal ein bisschen weniger dicht. Und da, wo es ein bisschen dichter war, da ist ja die Gravitation stärker. Und da die Gravitation immer anziehend ist, ziehen also die dichteren Bereiche immer mehr und mehr Material zu sich. Das heißt, immer größere Bereiche des Universums entleeren sich und strömen dahin, wo die Gravitation immer stärker wird. Genau das sehen wir heute im Universum. Unglaublich große Leerräume. 75 Prozent des Universums sind total leer. Und an den Rändern dieser Leerräume, da läuft die Materie zusammen. In Galaxien, in Galaxiengruppen, in Galaxienhaufen, in Galaxien Superhaufen und so weiter. Es bildet sich ein kosmisches Netz aus, das aber geprägt ist von großer Leere. Also mit anderen Worten, es muss am Anfang auch in der Hintergrundstrahlung eine kleine Schwankung gegeben haben. Also die Temperatur kann nicht überall 200, also gab es ja noch Vorhersagen über die Temperatur. Die Herrschaften 1948, die die Urknalltheorie entwickelt haben, haben also gesagt, bei welcher Temperatur müsste denn das Universum heute sein? Da haben sie sich ein bisschen verrechnet, aber nicht viel. Und es stellt sich heraus, die Temperatur des Universums sind 2,71 Kelvin, also minus 271 Grad Celsius, so grob. Wenn die Temperatur überall so wäre, also überall so, dann hätte es ja niemals Schwankungen geben können. Das heißt, es gibt eine Verbindung, in der Thermodynamik nennt man das Zustandsgleichung, zwischen Temperatur und Druck oder Temperatur und Dichte. Und hier ist es ganz einfach, die Zustandsgleichung des idealen Gases. Wenn ich die Temperatur kenne, kenne ich auch die Dichte, wenn ich den Druck kenne und so weiter. Wunderbar. Das heißt, wenn man jetzt also verstehen will, wie es überhaupt zur Strukturbildung im Universum gekommen ist, wie überhaupt irgendwas in diesem Universum geworden ist, dann muss man in der Hintergrundstrahlung nach Schwankungen suchen, weil die Schwankungen in der Hintergrundstrahlung, bisschen kälter, ein bisschen heiser, würden automatisch auch Dichteschwankungen bedeuten. Und diese Dichteschwankungen wären dann die Kondensationskeime für die Entstehung von Galaxien überhaupt. Da waren sie. Ja, 1964 wurde die Hintergrundstrahlung entdeckt. 1992 hat man zum ersten Mal die Schwankungen in der Hintergrundstrahlung entdeckt. Und die sind wirklich mickrig. Uh. Mensch, also die Temperaturen der Hintergrundstrahlung sind wie gesagt grob drei Kelvin. Die Schwankungen sind eins zu hunderttausendstel. Also, ist ein hunderttausendstel. Also ein hundertstel Promille. Da musst du schon genauer hingucken. Also da musst du schon, aber immerhin, seit 1992 wissen wir das. Gab es auch einen Nobelpreis dafür, logisch. Haben die dann auch beobachtet. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Wurde immer genauer und genauer beobachtet und genauer und genauer. Alles super. Kosmologie ist in einem prima Zustand. Könnte man meinen. Bis auf ein paar Fragen, die man so nicht so einfach beantworten kann. Denn aus dieser Hintergrundstrahlung, aus den Schwankungen, die haben nämlich eine gewisse Größe am Himmel. Also man hat praktisch so eine Winkelausdehnung und man kann ja einmal im Juni messen und dann sechs Monate später. Dann hat man nämlich, da ist die Erde mal einmal halb rum um die Sonne, dann hat man nämlich zwei verschiedene Punkte und von zwei verschiedenen Punkten und einem dritten Punkt am Himmel, nämlich, ja genau, den Fluktuationen in der Hintergrundstrahlung, kann man ein Dreieck zeichnen. Und dann kann man sich die Frage stellen, ein bisschen die Innenwinkelsumme von so einem Dreieck. Da, 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 da. 180 Grad kommt dabei raus. Was sagt uns das? Wenn also die Innenwinkelsumme eines solchen Dreiecks, das ist das größte Dreieck, was überhaupt ein Lebewesen in diesem Universum zeichnen kann, bis zur Hintergrundstrahlung. Was für ein Teil? Wenn also die Innenwinkelsumme eines Dreiecks 180 Grad ist, wie ist dann die Geometrie? Mhm. Genau, flach. Das nennt man euklidische Geometrie, nennt man das. Die ist flach. Das ist komisch, dass die flach ist. Wieso ist das gesamte Universum flach? Gut, jetzt gibt natürlich die Materie, die hier und da und dort, entsprechend der allgemeinen Relativitätstheorie, die Raumzeit ein bisschen verbiegt, verbeult. Aber wieso ist denn on the long run, also bis hinten hin, das Universum flach? Ja, komisch. Sehr eigenartig. Vor allen Dingen, wie muss man sich das vorstellen? Wenn das Universum dreidimensional im Raum ist, was kann das sein, was immer flach ist? Das gibt's doch nicht. Muss doch irgendwie mal um die Ecke rumgehen. Die muss doch Abweichung zu sehen sein. Also gerade, je weiter man nach hinten schaut ins All, müssen doch Abweichung zu sehen. Sieht man aber nicht. Das Universum ist flach. Das nennt man in der Kosmologie das Horizontproblem. Wieso ist das ganze Universum so flach? Es gibt eine wunderbare Lösung für sowas. Die ist so einfach, dass man sich gar nicht traut, sie zu sagen. Nämlich, das Universum ist so groß, so riesengroß, dass jeder, der versucht, die Krümmung des Universums zu messen, scheitert. Also quasi, eine Ameise würde nie feststellen, dass die Erde eine Kugel ist. Wie soll sie es machen? Für die Ameise ist die Erde überall eine Scheibe. Man könnte es auch andersrum sagen, eine Kugel, wenn man nur den Radius immer weiter gegen unendlich gehen lässt, wird irgendwann zur Ebene. Das heißt, sie ist gar nicht mehr zu unterscheiden von einer Ebene. Eine unendlich große Kugel ist wie eine Ebene. Also in der Unendlichkeit ist sowieso alles wurscht und wenn das Universum richtig groß ist, dann wäre verständlich, warum es so flach ist. Aber wie wird das Universum so groß? Man kann ja aus der Hintergrundstrahlung, aus der Temperatur, die in der Hintergrundstrahlung steckt, kann man zum Beispiel das Alter des Universums ableiten. Klar, man fängt an mit einer bestimmten Temperatur, die lässt sich aus der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik tatsächlich aufschreiben. Das ist die sogenannte Planck-Temperatur. Will ich gar nicht großartig drüber reden. Hat was mit den Erkenntnisgrenzen unserer physikalischen Theorien zu tun. Die Quantenmechanik gibt eine Erkenntnisgrenze an. Das ist die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation. Du kannst da nicht kleiner messen als das. Und auf der anderen Seite die allgemeine Relativitätstheorie, die sagt, sobald ein Objekt zum schwarzen Loch geworden ist, kommt auch nichts mehr raus. Also wenn man sich an diesem Rand der erkennbaren Wirklichkeit aufhält, dann kann man sozusagen die kleinste, kausal sinnvolle Zeiteinheit, den kleinste, kausal sinnvolle Längeneinheit des Universums ausrechnen, aber auch die höchste Temperatur, die das Universum überhaupt haben kann. Und daraus lässt sich dann praktisch ausrechnen, wir kennen ja die Temperatur von heute, wie alt das Universum ist. Dann stellt man fest, das ist 13,72 Milliarden Jahre alt. Boah, denkt man sich. Ja, warum nicht? Oder 13,8. Sagen wir mal ganz grob, warum muss man es nicht übertreiben, 14 Milliarden Jahre. Schön. Ja, würde man sagen, 14 Milliarden Jahre mal Lichtgeschwindigkeit gibt 14 Milliarden Lichtjahre. Sind wir großzügig, haben wir noch einen Faktor 2 drauf, machen wir 28, komm, ist einfacher zu rechnen, 30 Milliarden Lichtjahre. Also wenn das Universum 30 Milliarden Lichtjahre groß ist, dann muss es doch möglich sein, da muss es ja auch ein, also ich meine, wenn es nur so groß ist, dann, was ist denn dann drumrum? Ist es dann zu Ende? Also ist das Universum dann nach den 30 Milliarden Lichtjahren zu Ende? Offenbar ja nicht. Also wir sehen ja keine Krümmung. Was ist denn dann da? Sehen Sie das Problem? Wenn man annimmt, dass die Expansion des Universums sich tatsächlich nur mit Lichtgeschwindigkeit vollzogen haben soll, dann kriegt man ein Problem bei der Beobachtung, dass das Universum überall flach ist. Denn wir wollen ja ein übergroßes Universum haben. Und so kam man Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts auf einen Wahnsinnsgedanken. Man kam nämlich auf den Gedanken, dass nach dem Anfang, der ja zunächst mal Big Bang genannt wurde, es noch eine Phase gegeben haben soll, in der das Universum quasi in Nullzeit von der Größe eines Elementarteilchens sich auf die Größe eines Fußballs entwickelt hat. Wumm, praktisch. Boing. So. Und damit hätte man A erklärt, warum das Universum so groß ist. Man hätte alle Eigenschaften des frühen Kosmos eingefroren und sie in Nullkommanix auf das Universum übertragen, auf das gesamte Universum. Und damit hätte man viele kosmologische Fragen mit einer einzigen Klappe, nämlich der sogenannten Inflation, erschlagen. Nur gab es keine Hinweise, dass es das tatsächlich gegeben hat. Es sei denn, man würde Gravitationswellen entdecken. Gravitationswellen, die sich in der Hintergrundstrahlung, in der kosmischen Hintergrundstrahlung, so wie diese anderen Fluktuationen, die es schon gibt, also so ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, das sind ja Schwankungen, die aus der Quantenmechanik kommen, also, das kennt man ja aus der Quantenmechanik, immer ist es irgendwie um so eine kleine Zahl, alles schwankt so ein bisschen um, den Nullpunkt rum. Und die Gravitationswellen wären der Überrest der inflationären Expansion des Universums. Klar, Gravitationswellen kommen in der allgemeinen Relativitätstheorie vor, so wie die elektromagnetischen Wellen in der elektromagnetischen Theorie. Gravitationswellen haben was damit zu tun, dass Massen sich bewegen. Naja, und die größte Massenbewegung, die es überhaupt jemals gegeben hat, wäre natürlich das gesamte Universum selbst. Klar, das ist praktisch wie eine Glocke, die dann, also, als Ganzes schwingt. Nur schwingt hier nicht, wie bei den elektromagnetischen Wellen, elektrische magnetische Felder, sondern bei den Gravitationswellen schwingt die Raumzeit. Und die verdichtet quasi Materie, ändert aber auch die Lichtwege. Das kennen wir ja. Also, jetzt ist nur noch die Frage, kann man die Gravitationswellen in der Hintergrundstrahlung messen, ja oder nein? Naja, die Theorien haben schon gesagt, das ist ja auch schon so lange her, das haben die Theorien natürlich nicht gesagt, aber das ist so lange her, dass man diese Schwankungen, die man in der Hintergrundstrahlung da messen würde, durch die Gravitationswellen, die sind so schwach, da müsste man schon unglaublich lange auf einen Punkt gucken, um überhaupt diese Fluktuationen aus den anderen Fluktuationen, die man ja schon kennt, nochmal herausholen zu können. Und ich will jetzt mal, was da jetzt passiert ist, mit folgendem Beispiel klar machen. Nehmen wir mal an, so als wirklich nur als Beispiel, die Entdeckung der Hintergrundstrahlung durch die beiden Radioingenieure in den 60er Jahren, das ist ungefähr, das entspricht den Berliner Philharmonikern, wenn sie richtig Musik machen, also richtig Vollgas, alle Instrumente sind wirklich auf ihrem hohen Niveau, der Dirigent gibt alles, die Philharmoniker geben alles. Es ist mit einem Wort gesagt, unglaublich laut. Wenn das der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung entspricht, dann ist die Entdeckung der Schwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung im Jahre 1992, die Identifikation des hohen C, was von der Querflötistin bei einem einzigen Einsatz gespielt worden ist. Das heißt, man schafft es irgendwie, die Musik des gesamten Orchesters so auseinanderzunehmen und so zu trennen, dass es gelingt, ein einziges C aus einer Querflöte zu identifizieren. Und das, was jetzt den Bizepsleuten gelungen ist bei der Entdeckung der Gravitationswellen in der Hintergrundstrahlung entspräche dann dem Einatmen der Flötistin, bevor sie das hohe C auf ihrer Querflöte bläst, dass man auch das noch genau erkennen kann. Das war jetzt mein Ausatmen, weil das ist so genau, man macht sich keine Vorstellung. Also nochmal, die kosmische Hintergrundstrahlung hat eine Temperatur von 3 Kelvin, ganz grob, 2,71, so genau brauchen wir nicht zu sein. Die Schwankungen, die man 1992 gemessen hat, die haben eine Amplitude, also eine Auslenkung von einem Hunderttausendstel Kelvin, also einem Hundertstel Promill Kelvin. Auch nicht schlecht, sagenhaft. Aber das, was die Kollegen jetzt gemacht haben, das hat eine Auflösung von Nano-Kelvin, also einem Milliardstel Kelvin. Das kann man eben tatsächlich nur hinkriegen, indem man einen Punkt am Himmel genau anschaut und das in einer Umgebung macht, in der es auch keine temperaturmäßigen Störungen gibt, nämlich am Südpol, wo es auch keine Störungen gibt durch irgendwelche Strahlungsquellen am Himmel. Deswegen schaut man weg von der Milchstraße, genau weg davon, sodass überhaupt keine Störungen stattfinden. Trotzdem haben die Kolleginnen und Kollegen neun Jahre gebraucht, um sich jetzt an die Öffentlichkeit zu wagen, mit einem Ergebnis, dass sie die Wirkungen von Gravitationswellen in der kosmischen Hintergrundstrahlung gefunden haben. Mit einer Genauigkeit, die sogar besser ist als die Entdeckung des Higgs-Teilchens. Das heißt, man hat jetzt Hinweise dafür gefunden, dass das Universum tatsächlich in seiner ganz frühen Phase bei ungefähr 10 hoch minus 35 Sekunden eine schlagartige Expansion durchlaufen hat, sodass alle Schwankungen, die im frühen Kosmos irgendwie da gewesen sind, quantenmechanische Schwankungen, praktisch durch diese Expansion zwar unglaublich schwach geworden sind, aber als Schwankungen erhalten geblieben sind und praktisch eingefroren sind. Wumm! Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist der Grund dafür gewesen, dass das Universum einen solchen Übergang vollzogen hat? Und da, genau an dieser Stelle, schließe ich an unserem Higgs-Buch wieder an. Da ging es nämlich um Symmetriebrechung. Das Higgs-Feld ist ein Symmetriebrechendes, nicht das Feld, aber das Teilchen, kann eine Symmetrie brechen. Diese Symmetrie führt beim Higgs-Feld dazu, dass die Bosonen, W- und Z-Bosonen, Masse besitzen, dass die Quarks Masse besitzen und so weiter. Und mit der gleichen Idee von Symmetriebrechung schauen wir uns das frühe Universum an. Gehen wir davon aus, dass das frühe Universum in einem Zustand gewesen ist, in dem es nicht total im Gleichgewicht war, dann wäre ja nichts passiert, wenn es total im Gleichgewicht war. Sondern es schwankte eben ein bisschen, wie das in so quantenmechanischen Systemen so üblich ist. Schwank ein bisschen runter, ein bisschen drüber, ein bisschen runter, ein bisschen drüber, mal mehr, mal weniger. So ein bisschen wie in der Metzgerei. Darfst du ein bisschen mehr sein? Ja? Und dann schwankt das Feld schon mal so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Tja, und irgendwann schwankt es so weit raus, dass es nicht mehr zurückkommt. Um Gottes Willen! Und an dieser Stelle, Achtung, gesunder Menschenverstand, denke ich an folgendes Beispiel. Man kann Wasser, also H2O, so langsam unter 0 Grad Celsius abkühlen, dass es flüssig bleibt. Man macht das praktisch so langsam, dass die Wassermoleküle nichts davon mitkriegen. Also wenn man das im Labor macht, sage ich immer, dann sollte man gar nicht hingucken, damit die nicht merken, dass man sie abkühlt. Spaß beiseite. Man kann also Wasser so langsam abkühlen, dass es weit unter 0 Grad Celsius immer noch flüssig ist. Es bilden sich eben nicht diese Cluster von Wassermolekülen zur Kristallbildung, sondern die Wassermoleküle, die bleiben irgendwie noch so ein bisschen. So nach dem Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Was, 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 was? Ich meine, wenn dann, also der Weltrekord liegt bei minus 18 Grad Celsius. Das Wasser ist immer noch flüssig. Wenn dann natürlich jemand ins Labor kommt und sagt, ups, dann macht es und das Wasser gefriert schlagartig durch. Man nennt dieses Wasser, was bei normalen Temperaturen schon längst gefroren sein sollte, aber immer noch flüssig ist, unterkühltes Wasser. Für einen Physiker ist das Wasser damit in einem falschen Zustand. Völlig falsch. Der richtige Zustand für minus 18 Grad kaltes Wasser ist durchgefroren sein. Also bei den atmosphärischen Bedingungen, die wir haben. Man kann ja Wasser auch bei unter hohem Druck noch flüssig halten. Also das ist ja kein Problem. Aber wir auf der Erde, bei uns friert das bei 0 Grad Celsius. So. Das heißt also, das Wasser geht durch diese winzig kleine Störung, zum Beispiel das Kollegen, der da reinkommt, sagt, ups, durch diese winzig kleine Störung einer Schallwelle in der Luft geht das Wasser schlagartig in den richtigen Zustand über. Und bei der Kondensation von flüssigem Wasser zu gefrorenem Wasser wird Kondensationsenergie frei. Das sieht man übrigens auch im Sommer wunderbar. Wenn die warme Luft nach oben steigt, das Wasser in der Atmosphäre kondensiert, dann wird so viel Energie dabei frei, dass sich diese gewaltigen Gewittertürme zum Beispiel auftauchen. Das heißt, die Luft steigt rast nach oben, weil noch mehr Energie frei wird und so weiter, bis es dann hagelt und dann ausregnet und die Sache ist gelaufen. So. Was hat das jetzt alles mit der Inflation zu tun? Ganz einfach. Wenn das Universum in seiner ganz frühen Zeit in einem falschen Zustand gewesen sein sollte, so wie dieses unterkühlte Wasser, dann kann eine kleine quantenmechanische Störung schon ausgereicht haben, um es schlagartig in den richtigen Zustand zu bringen. Der richtige Zustand ist derjenige, der viel weniger Energie hat. Und wo ist die Energie hingegangen? Na klar, in die Expansion. Da, 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 da. Ja, wer hätte das gedacht? So einfach kann Kosmologie sein. Das heißt, was wir jetzt hier vor uns haben, das darf man natürlich nicht unterschätzen, nicht unter, nicht überschätzen, wir haben eine Hypothese vor uns. Diese Hypothese kann eine ganze Menge erklären. Toll. Die Inflation erklärt wichtige Eigenschaften des Universums. Wir haben den Indikator dafür, dass diese inflationäre Phase im Universum tatsächlich passiert ist. Das ist natürlich noch toller, dass es gelungen ist, solche winzig kleinen Temperaturschwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung zu messen. Sauber. Dann gehen wir noch einen Schritt zurück, denken an die Pioniere der Kosmologie, wie die damals auf den Gedanken gekommen sind, aus ihrer eigenen kernphysikalischen Forschung auf Eigenschaften des gesamten Universums zu schließen. Wow. Man hat hier also so verschiedene Phasen, wo man durchaus immer wieder sagen muss, verdammt nochmal diese Physiker mit der Vorstellung, dass die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, dass die überall im Universum gültig sind, damit haben sie schon also echt einen Punkt gemacht. Aber was für einen. Das ist die Geschichte. Also am Südpol sitzt eine Anlage, Bizeps genannt, die jetzt zum ersten Mal veröffentlicht, Schwankungen gemessen hat, die 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Beginn des Kosmos entstanden sind. Das finde ich einfach unglaublich. Sie hörten die Entdeckung des Higgs-Teilchens oder wie das Universum seine Masse bekam. Herausgegeben von Harald Lesch, gelesen von Harald Lesch. Auf Wiederhören bei Audible. bei Audible. Die Tendenач